Hallo! Oh Gott, das ging ja schnell. Herzlich willkommen auf dem verrückten heute macht jeder was er will Tag bei Rocket Beats TV. Offensichtlich direkt nach Quake spielen wir jetzt PUBG. Steffen Oliver ist schon da. Das habe ich noch stark gerettet, ey. Aber auch ein bisschen peinlich. Ein bisschen peinlich auch. Ich zitter wirklich noch. Das war so krass gerade. Es war auch schön anzusehen. Zumindest das letzte Drittel. Am Anfang war es ja noch ein bisschen offensichtlich, wer gewinnen wird. Aber dann hast du irgendwie die Kamersprack-Skills ein bisschen rausgeholt. Ich wünsche, du würdest uns ja erst so gut treffen, wie du eben in Trek getroffen hast. Wünsche ich auch. Das wird wohl nichts. Vielleicht am Montag. Nee. Ja, wir machen wieder mit Custom Server. Wir beide und Timo ist auf jeden Fall dabei. Und Marco wollte eigentlich noch kommen, aber der rennt, glaube ich, ins Studio gerade, wie so ein Bekloppter, damit er auch noch eine Runde PUBG spielen kann, bevor er anfängt zu arbeiten. Ja, ich arbeite offensichtlich nie wieder. Vielleicht können wir so eine wilde Wechselrunde die ganze Zeit machen. So ein bisschen wie Beans vs. Ich glaube, sobald die Leute hier in der Redaktion mitbekommen haben, dass hier gerade PUBG gespielt wird, dann wird, glaube ich, eh relativ schnell hier voll sein. Ja, richtig. Also hier schon mal Aufruf an die Redaktion. Ich würde gerne vielleicht ein, zwei machen und dann doch mal kurz arbeiten heute. Ach, Quatsch. Ja, ich musste ja mal die Wochenpläne machen und so. Das ist immer nervig. Ja, so eins, ein, zwei mache ich vielleicht. Wir machen auf jeden Fall wieder Custom. Custom. Custom Server. Eric Custom Server. Eric Custom, wie in Indien. Wir haben einen Custom Server. Wir sind ganz oben. Ihr fangt unten an. Ihr könnt euch auf unser Level hocharbeiten. Das Server ist auch schon auf. Also High-Sport-Dienst-TV ist Passwort, aber geben wir natürlich erst raus, sobald unsere Mates hier erscheinen. Ansonsten machen wir zu zweit. Genau. Und ballern zu zweit einfach alles weg. Könnten wir natürlich auch machen. Wo ist denn Timo jetzt? Ja, weiß ich nicht. Macht er jetzt wieder Regie oder was? Nee. Nee, Timo kommt gleich. Ach, geil. Timo kommt gleich. Hierher so ein bisschen einigen. Aber der ist ja auch ein Weg zu euch. Und dann, ja. Danke, Stimme. Auf dem Weg. Falls man es nicht gehört hat. Ich habe ja die letzten zwei Tage relativ viel gespielt für meine Verhältnisse, PUBG. Ja, und kein Counter-Strike. Ich habe es schon gesehen. Ja, ich wollte mitspielen. Und dann habe ich auf einmal von Max die Nachricht gekriegt, Olli hat gesagt, du sollst weiter Puppkiss spielen, du Otto. Ja, vielleicht habe ich es, ja, so habe ich es gesagt. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, mein Aim ist immer noch nicht so geil, aber ich treffe Fahrzeuge super. Also ich habe in dem einen Spiel vier Leute aus Fahrzeugen, die an uns vorbeigefahren sind, ausgenockt. Also wenn sich irgendwo was bewegt, sagt Bescheid. Das schießt sich auf jeden Fall weg. Alles, was steht, müsst ihr machen. Ja, ich treffe weder stehende noch fahrende Ziele momentan. Wie ist denn nun hier die Chance, dass wir zu viert spielen? Erstmal schlecht. Was denn mit Steffen? Hast du ihm angeschrieben? Nö. Steffen, wenn du uns hörst. Wir brauchen dich. Oder Robin? Was ist denn mit Robin? Ist Robin da? Keine Ahnung. Wenn jemand zuschaut und Lust hat, uns zu joinen, kommt schnell in die Gaming Area. Wir geben euch noch Zeit bis halb. Hast du den Server schon aufgesetzt? Server schon auf, ja. Ist das alles verrückt hier heute? Flo weiß das Passwort. Ich weiß das Passwort. Soll ich nicht. Soll ich nicht. Der Chat freut sich, dass Timo da ist. Der schöne Timo. Ach, der schöne Timo. Pockchamp. Vielleicht kann ja der hässliche Timo auch noch mitspielen, oder was? Soll ich das aufregen? Ist das schon das erste Bier? Nein, das ist ein Spezi. Das sieht immer nur ein bisschen so aus wie ein Bier. Gunnar war auch noch mit im Chat da, oder was? Das hat mich letztens der Bäcker bei Edeka gefragt. Ob du Bier trinkst schon in der Früh? Ja. Das hat Arno mich gefragt. Und der hatte auch noch so Besuch irgendwie. Hochrangige Menschen waren da. Und ich stand bei Lisa am Tresor. Und er so, das ist ja wohl hoffentlich alkoholfrei. Das ist hoffentlich gar kein Bier. Um zwölf Uhr. Hey! Hey! Das hat er gehört. Ja! Ja, es reicht für einen Mensch. Bis dahin ist Marco auch da. Dann bist du ersetzt. Du brauchst noch ein Mikrofon vermutlich. Haben wir ein Mikrofon? Hey! Hallo! Oh Gott, dieser Scheiß ist so anstrengend. Der ganz okaye Timo. Oh, da fällt mir ein. Puppgess schreibt nämlich gerade. Wer schreibt es im Chat? Der Dengel. Wäre auch ein guter Name für das Kneipenquiz gewesen. Was? Puppgess. 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 Stimmt. Nicht schlecht, ey. Dengel, Mann. Jetzt heißt es schon Rülps. Jetzt heißt es leider schon Rülps. Der Drops ist schon gelutscht. Das Kind ist in den Boden gefallen. Wir haben im Moment leider keine GoPro für Steffen. Ich brauch keine GoPro. Aber man sieht ihn so gut, weil sein Monitor so weit unten ist. Dann mach ich meinen noch weiter hoch. Oh. Jetzt hast du auch noch ein Mikrofon. Dann hört man dich auch noch. Was geht denn jetzt ab? Das ist so, als ob wir einen Fernsehsender hätten. Voll anstrengend. Wer Gamer-Mäuse kauft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Hallo. Was ist denn los? Ich muss erst mal updaten. Ich hab mir aber auch eine gekauft. Du bist doch verrückt. Ja, wenn ich, Mann, halt. Was ist das hier? Ich hab ja am Anfang nur. Was ist das hier? Wie ist das hier irgendwas? Wer kommt jetzt? Ah, Dustin. Ah, Dustin. Das ist ja fantastisch. Das ist, glaub ich, pausiert, aber... Müsste ja hier unten nicht irgendwas sein, eigentlich? Ja, normalerweise, ja. Weil das Spiel sagt mir, ich muss updaten. Dann hab ich dieses PUBG schon mal gespielt. Ja, das war der Patch, den sie gestern gepusht haben. Der das ganze Spiel kaputt gemacht hat. Oh, voll gut. In den besten Patches. Ja. Oh, First Person Only wird gefordert? Nein. Auf keinen Fall. Das können wir heute auch noch machen. Aber jetzt spielen wir, glaub ich, erst mal eine Runde normal. Und dann machen wir First Person Only bei Regen. Und alle fünf Sekunden gibt's einen Drop. Ja, bitte. Ich hab das Gefühl, hier sind auch überdimensional viele Leute von uns gerade im Chat lauern auf ihre Chance, mitspielen zu können. Ja, die Chance war eben da, aber sie haben sie nicht genutzt. Steffen war schneller. Stimmt, aber nach dem... Aus dem Schlafbüro hier hochlaufen. Aus dem Schlafbüro? Aus dem Schlafbüro. Steffens Funke ist noch gemutet. Meine Funke ist noch... Oben, genau. Dieser neumodische Krempel hier. Jetzt hör ich mich auch selber, das ist ja ekelhaft. Geil. Ja, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Vor allem das Beste ist, dass du meine Kopfhörer benutzt. Ja, gut, ne? Willst du die wiederhaben? Ja, vielleicht. Das wär sehr verwirrend, glaub ich. Ich hab die extra ein bisschen angewärmt und angefeuchtet. Ja, ich lass die noch ein bisschen ausdusten. Bin auch schon ganz angefeuchtet. So. Wir könnten nicht Counter-Strike starten. Das können wir... Machen wir auch noch später. Ach komm. Wären wir heute nichts zu tun. Aber wir können eigentlich noch ein kurzes Matchmaking. Ne. Seid doch alle bescheuert. Spätestens nach zwei Spielen. Also hier... Ist das jetzt deine oder ist das meine? Nein, das ist deine. Wow. Ich schreib das schon mal in Slack. Wie lange läuft denn diese Session hier? Bis wir keinen Bock mehr haben? Bis wir keinen Bock mehr haben, ja. Geil. Also es könnte sehr schnell vorbei sein. Ich liebe das. Ich glaub, ich bin übrigens Level 2 oder irgendwie sowas, ne? Es gibt Level in PUBG? Ich glaub es schon. Nein, gibt's nicht. Also ich hab bisher nur eine Kiste bekommen. So rum. Siehst du? Ich bin auch der komische, hässliche Typ mit dem gleichfarbigen Klamotten. Ist doch scheißegal. Hier. Ja. Custom Match. Dann scrollst du mal runter, bis du Rocket Beans TV siehst oder so. Da ist es doch. Ja, und dann ist das Passwort natürlich... Das ist viel zu komplizierend. Was ist los? Wahrscheinlich nicht. Hat der die Updates irgendwie deaktiviert? Was ist denn los? Ja, der sagt mir, ich hab die nicht die richtige Client-Version. Hast du mal Steam neu gestartet? Bin ich jetzt schon drin oder bin ich noch nicht drin? Ja, du bist schon drin. Doch. Ja, cool. Ich seh es hier noch gar nicht. Hammer! Timo, warum gehst du nicht einfach an den ganz rechten Rechner kurz? Ja, aber oder... Das muss ja gehen mit Steam. Mach doch mal hier über... Oh, ich hab 243... Das reicht bei der Beum nicht aus für eine neue Kiste. Ach, Mann. Ja, über 500 fehlen. Also um 12.40 hab ich das Passwort für alle raus, Timo. Du hast noch sechs Minuten Zeit. Echt? Ja. Ja, das schaff ich vielleicht. Was ist denn das genaue Problem? Dass Puppkiss sagt, es möchte sich updaten. Aber es updatet sich nicht. Es updatet sich nicht. Es updatet sich nicht. Exaktemente. Ich komm nicht mal hier bei mir auch nicht zu der... Du bist doch schon drin. Ja, ja, aber zu dem Fenster, wo die Updates angezeigt werden. Hm. Timo, geh doch einfach an den ganz rechten Rechner. Ja, ich guck mal, was ob's hier geht. Komisch. Noch fünf Minuten, dann hab ich das Passwort raus. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Aber ich setz dich ein bisschen unter Druck gerade. Das ist kein Thema. Muss ja auch vorangehen hier. Kein Thema. Wir wollen den Leuten ja auch was bieten für ihr Geld. Warum kann ich das aber bei mir auch? Das ist doch strange. Wie viel hast denn schon PUBG gespielt, Steffen? Ich hab, glaub ich, fünf, sechs... Minuten? Ja, nee, fünf, sechs Matches. Dann ist mein Rechner abgeraucht und seitdem nie wieder. Okay. Wann kommt Marco? Ich hasse euch. Der muss erst mal arbeiten, ja? Der soll erst mal gefälligst den Beschreibungstext in meinen neuen einfügen. Marco. Geht das nicht mit Strgung C, Strgung V? Psst. Das weiß er nicht. Ach so. Er tippt den immer ab. So ein Idiot. Macht er mir eine Fotokopie und tut die dann mit Texterkennung, mit der Scanner-App auf dem iPhone Texterkennung. iPhone? Pfff, iPhone. Ich mein, natürlich. So haben wir denn Kopierer, hallo? Mit Scan-Funktion. Mit der alten Schreibmaschine. Ui. Schickt auch gern sonst einen Fax mit eurer Fanpost. Das Passwort schreibe ich nicht in den Chat, das sagen wir einfach on air. Gibt es wieder so ein Delay-Problem? Ne, doch. Diese ehleren Delay-Probleme, ne? Ja, Timo, noch vier Minuten. Ja. Wollte ich nicht. Das Update zieht gerade. Ach ja? Jetzt bin ich natürlich hier raus. Und wie lange zieht ihr das Update? Vier Minuten? Warte, ich fände jetzt gleich. Warum siehst du eigentlich die fancy Liste da und ich nicht? Du musst mit der Maus einfach drüber habern. Oh ey, voll anstrengend. Alter, was ist das für eine Sensitivity? Max Zählers ruft an. Will er mitspielen? Ja, der würde schon auch mitspielen. Max, hallo. Man hört dich. Zeig mal. Ich schreib's bei Twitter gleich. Deswegen sag ich's ja auch on air, Max, hab ich doch gesagt. Das ist unfair, sagt er, weil die alle unterschiedlich Delay haben. Ja, dann ist es halt so, Max. Ja, und? Tschüss, Max. Tschüss, Max. Er muss sich immer in alle Produktionen einmischen, ne? Ja, weil er weiß auch immer alles besser. Ich muss hier erstmal gucken, ob... Er soll mal lieber sich darum kümmern, dass das Forum wieder funktioniert. Ja, das ist nämlich super langsam und stürzt dauernd ab. Das ist übrigens sein Lieblingsthema gerade, wenn ich mich darauf anspreche, dass das Forum nicht geht. Oh, okay. Habe ich ihm auch gerade nur schon mal zweimal geschrieben. So, gestern wir hatten... Ich hatte gestern ein Meeting mit unter anderem Max und Anja. Und Anja wollte gerade irgendwas machen und meinte dann so, ah, warum kann ich das und das nicht? Super benutzerunfreundlich, das Forum. Aber er hat sich in den Raum gesagt und Max direkt Tränen in den Augen. Nein. Nicht du auch. Mein Lebenswerk ist zerstört. War wirklich traurig ein bisschen. Das sind noch drei Minuten. Ja, drei Minuten noch. Das wäre schon eng, Timo. Jetzt ruft er mich an. Timo ist drin. Warte. Timo gibt den Daumen hoch und sagt, warte, das ist nicht gut. Ich war zu spät. Sorry, Max. Ruf du ihn noch zurück. Ja, ich bin da. Okay. Wie ist das Passwort? Ich tipp's mal bei Timo ein. Tipp's da mal ein. Oh, jetzt ruft Max mich an. Nein. Ruft er uns jetzt alle an? Ich will jetzt eigentlich nicht die Steuerung umstellen von wer auch immer hier sitzt. Aber ich mach's einfach. Timo ist drin. Sollen du dich invertierst, spielst, ist alles in Ordnung. Geil, alle da. So. Ruf dich wieder an. Hey, Timo, irgendjemand ruft dich an. Das ist Max. Hey, Max ruft an. Er hat schon wieder aufgelegt. Er hat schon... Das Passwort ist natürlich Wurstsalat. Alles kleingeschrieben. Natürlich. Ich hau's auch noch mal über Twitter raus, weil, warum nicht? Warum nicht? Wurstsalat. Wurstsalat. Nicht Wurstwaren, sondern Wurstsalat. Wurstsalat, alles klein. Wurstsalat, alles klein. Ich hau's jetzt auch noch mal in den Chat, damit der Olle Max aufhört, uns anzurufen. Da sind schon die Ersten. Ja, guck mal. Guck mal. Zack, 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 zack. Schon voll hier, der Bums. Naja, noch nicht ganz. 30 Leute haben wir schon. 50 Leute haben wir schon. Aber krass, Alter. Müsst ihr alle nicht arbeiten, oder was? So wie wir? Ist doch Ferien. Voll geil. Ach, sind Ferien. Ist doch Ferien. Ich spiel tatsächlich immer PUBG, unter anderem mit einem Typen zusammen, der Lehrer ist. Spät ihr mal während des Unterrichts? Nee. Heute, Kinder, schauen wir keinen Film. Heute spiel ich auch PUBG. Das wär echt ganz geil. Auf dem Overhead-Projekt. Ja. Ich hab ihn dann aber tatsächlich gestern gefragt, sag mal, in deinem Bundesland sind auch Ferien, ne? Er so, ja, ja. Ich so, okay, das ist beruhigend, weil jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, bist du schon im Teamspeak. Und wenn ich irgendwann mal um 0 Uhr sag, jetzt mal pennen, bleibst du noch im Teamspeak. Wir haben noch 40 Plätze frei. Wir müssen den Input wechseln. Sagt euren Freunden Bescheid, sagt euren Lehrern Bescheid. Oh nein, Taktlos ist da. Oh nein. Taktlos ist da nicht. Kingpin ist da. Hollywood ist da. Hulk Hone Matze ist da. Halt Hone. Wer kennt die nicht? Doom Design. Hey, Doom Design ist da. Hallo, Doom Design. Du. Ja? Kannst du so gut PUBG spielen, wie du Sachen designst? Uschi rockt hart, find ich auch wunderschön. Beulenknecht. Nee. Oh, Max ruft schon wieder an. Alter, jetzt ruft mich hier. Jetzt ruft mich auch noch jemand an. Das kann nicht. Das ist jetzt schon wieder los. Ja, das ist eine Büro-Nummer. Hallo, wer ist da? Hallo, ich habe hier gemerkt. Der hat sich jetzt einfach drei Telefone genommen und es an den Lern zu rufen. Ich habe dann wieder aufgelegt. Ja, der Server füllt sich so langsam. Wir sind bei 70 Leuten. Da ist noch irgendwer da wohl, den man kennt. Ja, Xanthos, Rednu und so kenne ich auf jeden Fall. Ja, klar. Das ist ein Forum. Da ist ein Chat. Ja, ansonsten spielen wir gleich mit 70 Leuten. Das ist auch egal. Ja, ist auch mal lang. Passwort, Wurstsalat. Der Server heißt Rocket Beans TV. Wurstsalat, alles kleingeschrieben. Wenn wir jetzt bis Viertel vor und nicht 100 Leute haben, fangen wir an, oder? Ja. Ich finde es gut, wie du dieses Zeitmanagement in die Hand nimmst. Ja. Das muss ja auch gemacht werden. Nimm gerne Dinge in die Hand. Apropos, hast du dich mit Eddie schon geeinigt? Wegen Montag? Er hat erst gemeint, beide. Ja, beide ist halt Quatsch. Aber es macht keinen Sinn, weil dann machen zwei Leute Ansagen. Es geht darum, wer den In-Game-Leader am Montag in Counter-Strike macht, weil Flo hat nämlich seine Tage am Montag. Super, die Info jetzt schon. Ganz heiße News für Team Limited. You heard it here first, PUBG am Vormittag. Flo hat gekündigt. Als In-Game-Leader. Als In-Game-Leader gekündigt. Und nur für Montag? Nur für Montag. Fürs erste Match? Ich will einfach, nee, für den ganzen Montag. Für alle Matches? Okay. Ich will einfach mal gucken, ob ich dann mal wieder ein bisschen besser vielleicht Ich bin aber auch gerade in so einer Sinn-Krise mit Counter-Strike. Oh Gott. Hat man gestern gar nicht gemerkt. Nee, echt. Gestern zweites Spiel, gerade vorbei, Ragequid aus dem Teamspeaker-Haus, nie wieder gesehen. Ja, ey, das ist echt nicht meine... Ich glaube, ich mache bis Montag einfach keinen Counter-Strike mehr und dann sagen wir mal. Ich werde heute Abend in Counter-Strike sitzen, das ist schon klar. Ja, ich zocke, glaube ich, das ganze Woche. Kann man sich parallel anmelden? Hm? Kann man sich parallel anmelden? Wo anmelden? Bei Steam? Bei du hier jetzt? Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nee. Wir haben noch 15 Plätze. 14 Plätze haben wir noch. Rocket Beans TV, Passwort Wurstsalat. Alles kleingeschrieben. Und wir spielen Cobblestone wieder. Jetzt spielen wir Cobblestone auf PUBG, ja. Das wäre schön. Nee, bei Team Limited. Achso, ja. 13 Plätze haben wir noch. Drenia hat uns als Hausaufgabe gegeben, Maps wieder aufzufrischen. Da müssen wir das auch machen, ne? 90. Oh, noch neun Plätze. Aber es sind auch ganz viele noch unassigned. Ja, die werden dann automatisch assigned werden, ne? Oder? Er macht denn jetzt hier für uns In-Game-Leader hier bei PUBG? Also ich bin raus. Timo. Timo. Was? Timo. Alles klar. Flo. Flo. Timo hat die meisten Spielstunden. Vielleicht. Oder nicht? Wie viele hast du? Will ich nicht sagen. Guck jetzt, sag's schon. Mehr als ihm lieb ist. 100. Ja gut, Timo hat der Game-Leader gefunden. Alles klar. Ich hab, ich guck's mal nach, 35. Ah, okay. Timo. Noch vier Plätze. Noch vier Plätze. Der Bollenknecht und Uschi Rock-Tart wird, glaub ich, das Carry-Team hier werden. Die werden am Ende auf jeden Fall. Eddie ist dabei, aber der ist natürlich heiß, nur Eddie. Schade eigentlich. Simson, Kettenhund. Schoko, Dama-Locko. Den hab ich auch schon entdeckt. Freund der Butter ist mein persönlicher Favorit. Freund der Butter. Wann hast du gesagt? Ja, in zwei Minuten. Wenn in zwei Minuten nicht voll ist, dann mach ich Go. Da kommen die sechs, die fünf. Muss doch mal machbar sein. Vier. Muss doch mal machbar sein. Muss doch mal machbar sein. Frei. Was sind wir denn hier? Zwei. Uh. Dann designt jetzt aber schnell zum Team auch, Freunde. Das ist ein Tipp von mir. Ja, sie können ja. Oh. Ja. Ah. Ist wieder einer gelieft. Na ja, eine Minute noch, dann Licht Play. Dann fangen wir mit 98 an. Das ist ja auch vollkommen legitim. Das ist vollkommen in Ordnung. Tick, tack. Ich muss auch tatsächlich dann nach dem ersten Match weg. Tick, 99. Ja, toll. Na ja, ich hab nicht gedacht, dass sich das so lange zieht noch hier mit euch. Oh mein Gott. Eben war ganz kurz 100 drin. Da, da. Jetzt drück, 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 drück. Ich wollte gucken, wie viel Münzen du hast. Wo soll ich drücken? Nee, Steffen muss drücken. Du drücken. Jetzt hast du schon wieder Steffen gesagt. Du musst drücken. Mann, warum denn? Weiß ich nicht. Nur einmal drücken. Ich drück hier ja auch nichts. Flo, jetzt spielen wir schon so lange zusammen Counter-Strike. Ich weiß nicht. Und jetzt fängst du an mit Steffen. Mein Hirn ist einfach... Vor allem, das hab ich nie gesagt. Das hast du nie gesagt. Und jetzt schon zweimal. Okay. Torben. Ich fände es eigentlich in Ordnung, wenn mir irgendjemand einen neuen Namen gibt. Ich finde Florian nicht so geil. Nein? Nee, ist auch relativ unkreativ. Das ist in meinem Jahrgang und ich glaube, in dem davor und danach jeweils der häufigste oder zweit- oder dritthäufigste Vorname. Da wäre dir Jerry mir lieber gewesen, oder? Ja, dann könnte ich Jerry heißen. Jerry ist ein schöner Name. Jerry ist wieder da, Mann. Alter, Jerry hat mir voll den Kopf gelackt. Jerry Harten. So irgendwie geiler als Florian. Das klingt ein bisschen wie ein Rattling-Name. Jerry Harten. Der erste Hund, den ich zumindest mitbekommen hab, unserer Familie, hieß Jerry. Jetzt weißt du, warum sie dich nicht Jerry genannt haben. Weil der Hund hier schon so. Ja, ärgerlich. Sonst wäre ich jetzt ein geiler Jerry Harten, Mann. Oder ein Hansi. Auf der anderen Seite natürlich auch Glück. Vielleicht wäre ich sonst auch der Bobtail geworden. Wäre vielleicht das bessere Leben auch gewesen. Vielleicht. Die haben hier auch immer eher alles komisch hingewiesen. Oh, ich muss meine Maus-Sensitze über die hochstellen. Das muss ich auch. Geht ja gar nicht. Ist auch irgendwie, in CS brauche ich auf jeden Fall eine viel höhere Empfindlichkeit. Äh, niedrigere als in PUBG. Ja, auf jeden Fall. War noch mal First-Person-Sicht? V, glaube ich. V, aber das will man nicht. Will man das? Nein. Du hast die ganzen Vorteile nicht, die dir Third-Person bringt. So zum Beispiel, wenn du dich hier so an so einen Container stellst, kannst du halt an der Seite vorbeigucken. Aber die sehen dich nicht. Wenn du aber First-Person machst, siehst du auch nur so. Ich box dir in deine Scheiß-Miere. Der boxst dich ein, hast du gesehen? Das kannst du damit nicht mehr lachen. Sprunggeck. Oh nein, warte. Ich leg mich hier einfach hin, aus Sicherheitsgründen. Oh, ich leg mich auch hin. Ich kann mich nicht hinlegen. Der ist. Was? Okay, weil ich muss die Steuern kurz auf Standard umstellen. Das war wahrscheinlich hier ein. I'm a Snake. Follow me. I'm a Snake. Follow me. I'm a Snake. So, in neun Sekunden geht's los. Eieiei. So, Freunde. Was machen wir? Machen wir Action oder eher Sicherheit? Also so, Troschok oder Gammeldorf? Das ist immer die Frage. Also ich bin für Sicherheit. Sicherheit. Aber Timo macht Ansagen. Timo macht Ansagen. Okay, Boys. Ja, wir können natürlich. Komm aus Westen. Können da. Vielleicht zeigen wir mal nicht das Ingame, damit man nicht sieht, wo wir abspringen. Ja. Das wäre vielleicht ganz gut. Einfach nur Timo's Gesicht. Ich würde fast jetzt schon raus, weil wir oben nach Saki wollen. Okay. Nein, wollen wir nicht. Doch. Timo ist ja in Gang. Zwinker. Zwinker. So weit Timo raus. Ja, raus, 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 raus. Ist ein long Drop. Ist ein long Drop. Es fangen schon diese Ausdrücke an, die nur so Profis können. Du musst in den Himmel gucken, Steffen. Ich gucke immer in den Himmel. Wir müssen auch jetzt schon ziehen, ne? Wir müssen jetzt schon ziehen. Ja, okay. Das könnte auch sehr eng werden, aber. Und dann muss man eigentlich noch so ein bisschen wippen. Dafür gab es auch noch so einen geilen Ausdruck, habe ich aber vergessen. Habt ihr mal geguckt, ob irgendwelche Leute droppen hier? Ne, ne? Die sind alle durchgeflogen. Die Idioten. Wie redest du hier über unsere Community? Oh, entschuldige bitte. Wollen wir nicht einfach hier direkt runter in die Stadt? Ich meine, das sind ganz alleine. Hast du schon welche gesehen? Wir sind ganz alleine. Ja, dann können wir auch hier runter. Ich folge euch auf den Fuße. Dann kamen ganz Georgopol für uns. Okay, dann einfach runter. Also ich sehe zumindest keinen einzigen Falk. Oh doch, da ist ein Squad. Ja, toll. Na, toll. Jetzt gehe ich hier runter, ne? Jetzt gehen wir hier runter. Dann looten wir doch die linke Seite und dann machen wir, dann laufen wir nach Norden oder so. Die sind im Osten von Georgopol gelaundet. Das ist natürlich jetzt nicht hier. Also da, wo ich lande. Dann dreh ich doch lieber nochmal ein. Wir sollten uns auf jeden Fall gleich sammeln, sobald wir irgendwie ein paar Waffen haben, oder? Also alle im Westen der Stadt. Ja. So, was haben wir denn hier? Energy Drink. Oh, ich habe eine SKS. Ah, dann schieß sie einfach um, wenn die kommen. Ja, genau. Sogar noch ein erweitertes Magazin. Was ist hier los? Oh, Shotgun schon mal. So schlecht. Ich habe noch nichts, ne? Ich habe mich total gewundert, dass das irgendwie ganz seltsam klingt bei mir. Aber ich hätte einfach das Ingame komplett runtergedreht. Oh, wie ist Hass, dass man nicht über so kleine Hindernisse rüberspringen kann. Oder so Mauern. Ja. Das kommt hoffentlich bald. Das große Feature. Jetzt über Mauern springen. Na, über so halbe Mauern und so kann man ja springen. Kaum für ein Loch in der Maul ist, kann man da nicht durch. So die klassische Vault. Weißt du, einfach rüberjumpen, fertig. Das wäre schön. Ist einer von euch, der hier zu mir kommt. Jetzt. Ich komme auch mal rüber. Ich muss mal kurz meine Grafikeinstellung irgendwie umstellen. Na klar. Das sieht nicht schön aus. Nicht so ganz flüssig gerade hier. Oh, Erste Hilfe Koffer. Das ist schon ganz gut. Ah, jetzt läuft es gut. Eine Pfanne. Oh, zweifach super. Yes, wacker. Hier ist wieder absolut gar nichts drin, was irgendwie von Interesse ist. Auch nur eine dumme Shotgun bis jetzt. Ja, ich auch. Hier ist noch ein Stufe 2 Rucksack, wenn einer will. Ich glaube. Bei mir. Will ich. Das ist in diesem großen Haus. Ja, nur du, ich habe ein Stufe 2. Eine Umb gibt es hier auch noch. Alter, ist das Flugzeug hier in den Settings laut eingestellt. Schotty gibt es noch. Erste Hilfe, von dem ich bin. Wir sind eigentlich noch gerade im Kreis drin. Ja. Das ist sehr gut. Also, beziehungsweise nicht mehr drin, aber wir können schnell wieder reingehen. Ach. Ich habe noch keinen Rucksack. Das ist immer richtig scheiße. Also, hier in diesem Scheiß-Turm ist auch nichts drin. Wart ihr hier schon überall? Also, hier in dem Haus, wo ich drin bin, sind einige Rucksäcke. Im oberen Stock, hast du gesagt? Wo bist du denn? Ach, da. Ich komme wieder rüber. Oh, hier ist ja eine UMP. Wolltest du die nicht haben? Ich habe schon zwei Waffen. Ich habe schon zwei UMPs. Ich habe zwei UMPs. Oh, scheiße. Ich komme auch zu euch rein hier. Wo ist denn hier ein Rucksack gewesen, Olli? Gehst du dich mal umgucken? Ich weiß nicht mehr genau. Hier ist einer im ersten Stock. Bei mir. Juhu. Ich gucke mal ein bisschen auf dem Dach, ob ich jemanden laufen sehe. Seid ihr alle in einem Haus? Ja. Ja, weil Olli hier mit Rucksäcken gebetet hat. Jetzt gehe ich aber auch wieder raus. Aber ich nehme noch den Helm mit. War hier noch irgendwo eine UMP oder so? Hier ist ja noch ein Stütz von Zweihelmen. Ich brauche noch Visiere auf jeden Fall. Ich brauche halt noch irgendwas, was Sinn macht. Sobald der Kreis kommt, sollen wir uns dann irgendwo mal Treffen gesammelt? Ja. Ist einfach nicht schlecht, ne? Öffne dich. Ja, das dauert ja noch ewig. Das dauert ja noch ewig. Ich habe so ein bisschen Angst, dass Timo gleich von einem Squad niedergemäht wird. Das habe ich auch. Die Befürchtung. Wo ist Timo denn? Hier auf der anderen Straßenseite in dem gelben Haus, oder? Ja, aber da bei euch ist schon alles weg. Ich laufe hier auch mal kurz rüber. Oh, da ist ja eine Tür auf. Das war wahrscheinlich Timo. Na ja, da drüben war ich. Hier ist noch eine AKM. Oh, ich gehe rüber, ich komme, ich komme. Hier in dem kleinen Haus an der Seite. Ich muss gucken, wie ich hier wieder rauskomme aus dem. Ich markiere es mal auf der... Auf der Mail. Ich will sie haben, ich will sie haben, ich will sie haben. Ich bin schneller als Flo. Oh nein. Ich bin schneller als Flo. Nein, bist du nicht. Du hängst da irgendwo. In dieser kleinen Hütte. Ja. Nix hier. Fuck, 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 fuck. Bist du nicht, Flo? Ach so, oh nein, jetzt habe ich mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Hab sie. Ah, verdammt. Du kannst die Armebrust haben. Auf gar keinen Fall. Machst du jetzt einen auf Wilhelm Tell, oder was? Ah, Polizeiweste. Ist mir gerade aufgefallen. Ich habe noch gar keine gehabt. Ich habe noch einen Zweifach-Sucher, falls jemand möchte. Falls jemand etwas hat, was höher ist als ein Zweifach-Sucher, das nehme ich auch gerne. Für die SKS. Oh, Stufe 3 Helm. Schön. Hallo. Bitte? Oh, hier ist eine Vektor noch. Uäh. 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 Hier ist nur eine Vektor. Die nehme ich. Die mag ich ja nicht, ne? Was? Bin ich auch nicht so ein Fan von, aber... Na gut, wenn man irgendwie ein großes Magaziner hat, ist die ganz gut. Aber ich nehme sie doch nicht. Ja, okay, das stimmt. Okay, dann nehme sie halt nicht. Ja, das ist ja auch Quatsch jetzt hier. Wie du rumlegst, Flo. Was ist da los? Oh, ein MP-Schalldämpfer. What? Hier, Flo, warte. Ich kann dir hier mal an die Treppe den Sucher rauswerfen. Warte. Was soll denn hier? App. Geil, danke. Ich habe noch gar keine Waffe dafür, aber den werde ich bestimmt noch brauchen. Ich hätte uns auch noch eine Weitersuchsmagazin für Maschinenpistolen und entscheide einfach für Maschinenpistolen. Äh, habe ich beides schon, danke. Okay, alles klar. Oh, das ist ja fürs Blatt. Da sind schon einige gestorben, sind noch 71 am Leben. Sollen wir uns jetzt mal so sammeln vielleicht? Ja, ich komme zu euch. Oder was sagt Timo? Bist du in meinem Haus? Ja. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Noch bei euch? Ich gehe einfach hier vorne in das Haus, das im Kreis ist. Hm, naja. Gut. Uh. Was haben wir denn hier in der Bereitsstange? Yes. Irgendeine vernünftige Distanz war fertig, aber schon gerne noch. Okay, dann lass mal da bei Flo uns so treffen. Ja. Und dann mal kurz abwarten, wie sich der... Hier ist noch ein Level-2-Rucksack. ...der Kreis entwickelt. Unten, da wo ihr reinkommt, glaube ich, direkt. Ich habe schon einen, ich brauche also keinen. Okay. Okay, bin bei euch. Money. Na, geht doch. Okay. Oh nein. Warten wir jetzt den nächsten Kreis einfach ab. Ja. Okay. Sind ja eigentlich alle ganz gut ausgerüstet bis jetzt. Ja. Ja, ich habe jetzt auch eine AK. Sehr gut. Ich glaube, wir werden einfach instant gleich sterben wieder. So wie immer. Brauchen wir einen Rotpunkt? Ja. Das wäre geil. Wo bist du denn? Ich bin jetzt oben. Kriegst du gleich. Geil. Kann ich nämlich die AK mit zweifach und die, ähm, die, äh, 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 wie heißt die Scheiße? OMP. Es hat keiner ein Vierfach, oder? Nee. Nope. Schade. Na gut. Ich habe mich jetzt schon reingeguckt. Ich war so verwirrt von meinem eigenen Gelaber. Kreis ist da. Mhm. Wahrscheinlich ist der nächste Kreis mega. weit weg. Ja. Na, fantastisch. Okay, dann losgasen, oder was? So, die, die, den Rotpunkt droppen. Das. Ja, da müssen wir auf jeden Fall jetzt mal ein Auto suchen. Ja, hier, da hattest du nicht einen Rotpunkt für mich? Achso, jajajaja. Geil. Jetzt musst du erstmal die Scheiß, die Scheiß Tür finden von dem Haus. Hier links. Hier links. Sollen wir hier über die Brücke laufen? Oder was meint ihr? Das ist schon sehr gefährlich. Oder sollen wir rüberschwimmen auf die andere Seite? Vielleicht finden wir ein Boot, das wäre nice. Also schwimmen und tauchen ist, glaube ich, ein bisschen safer. Okay. Ein Auto wäre auch schön. Gerade, weil ich glaube, dass ein, zwei Leute wissen, dass wir auf dieser Seite der Brücke sind. Nein, nein. Ein, zwei ist gut. Na ja, ist auch nix, ne? Hm. Na egal. Echt schwimmen? Sehr weit. Man schwimmt halt super langsam. Ja, dann müssen wir jetzt hier irgendwie an der Küste entlang laufen. Weil wir haben nur 2,20. Ich glaube, das wird sonst knapp, wenn wir jetzt zu lange rumdürgen und uns nicht entscheiden können. Wollen wir vielleicht unten langlaufen? Bevor wir jetzt hier oben komplett auf dem Präsentierteller stehen. Ach, das gefällt mir auch nicht hier. Scheiße. Ich bin gestern so im Wasser der blauen Linie hinterher geschwommen. Das war das Traurigste, was ich jemals gemacht habe. Weil es so Fata Morgana mäßig. Oh, Schüsse aus Westen. Mhm. Das ist auch richtig dumm, was wir gleich machen. Ja, ja. Aber deswegen ist es ja so gut. Ach so. Man denkt halt die ganze Zeit, man ist schon drin und sieht dann auf der Karte, man ist noch super weit weg. Oh, fuck. Das war's. Das war klar. Das war klar. Das war klar. Alle abtauchen. Geht ins Wasser. Man taucht. Ich bin am Boden. Von hinten, von da wo wir gekommen sind, schießen die. Ich bin unhitbar. Seid ihr im Wasser? Ja. Da von wo wir gekommen sind, sitzen die. Direkt rechts von der Brücke. Aber ich bin gleich down. Ja, perfekt. Gut, ich geh mal in mein Meeting, ne? Tschüss. Oh nein, ich werd immer noch beschossen. Das war kacke. Alter, ihr seid das allerletzte. Fuck me. Du musst die Kugeln abfangen. Mit deinem Körper. Ja, ich mach's. Von wo schießen die denn genau? Hinter mir auf jeden Fall. Von wo schießen die immer noch? Ja. Die haben auf jeden Fall ein krasses Sniper. Was ist denn mit euch? Oh, ich glaub, ich bin halbwegs in Sicherheit. Alter, war's knapp. Huh. Oha, 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 oha. Oh, die laufen da auf der Straße. Ei, 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 ei. Wo denn? Da hinten. Ich seh sie. Ach her, scheiß auf der Munitionsverschwendung. Sondern wir treffen den. Ja, das ist schon sehr weit. Oh, er ist stehen geblieben. Oh. Töte die Sau. Ich werd von woanders beschossen. Na ja, du hast ein geiler SKS, ne? Du kannst das natürlich machen. Alter. Ich muss hier weg. Komm, lass weiterlaufen. Sonst werden wir gleich vom Kreis zernichtet. Das sieht sowieso sehr schlecht aus. Na ja, gut. Schaffen wir doch. Uh. Wo kommen denn jetzt die Schüsse her, hier? Keine Ahnung, überall. Von hinten immer noch. Oh, fuck. Voll im Kopf. Wir sind auch voll viel auf offenem Feld unterwegs, ne? Alter, ich werd immer noch beschossen. Ich check's auch nicht. Was geht denn ab? Ich heim mich mal. Und dann hau ich meinen Energydrink rein. Das ist irgendwo ein Auto, oder? Also hier vorne. Ach, fuck ey. Wir brauchen unbedingt ein Auto eigentlich. Ja, der Kreis kommt halt. Wir müssen jetzt eh rennen, was das Zeug hält. Falls hier irgendwo ein Auto steht, wär's natürlich optimal. Aber ich glaub, so viel Glück haben wir jetzt nicht. Dafür ist das andere, das Squad, was auf uns geschossen hat, jetzt auch tot. Was habt ihr davon? Miesenschweine. Es sei denn natürlich, die haben einen Hubschrauber. Zack, Kasse! Oh Gott, wir sind tot. Ja, das ist... Was, wieso? Zack. Hast du ein Auto? Nee, hast du nicht. Steht hier vorne nicht immer eins. Achso, Sack hast du wegen des Berges, meinst du? Ja, und weil der scheiß Kreis halt schon uns so eingeholt hat. Achso. Ja, das... Hier steht auch irgendwo einfach kein Kack-Auto, ey. Aber komm, wir schaffen's schon noch rein, aber wir sind dann ziemlich tot, glaub ich. Aber habt ihr noch einen Koffer oder so? Ich glaub ja. Koffer leider nicht mehr. Ich kann aber grad nicht gucken. Weil hier auf Shift und Tab das Steam-Overlay eingestellt ist. Kommt man da hoch? Ist das zu steil? Das sehen wir gleich. Oh, wir müssen trotzdem außen rum. Warum? Oh fuck, ja, weil das hier geht's auf... Da geht's auf gar keinen Fall hoch, wo ihr rumlauft, oder? Ich muss es probieren. Das hier auch kein Auto ist, ne? Natürlich jetzt ein supergeiles Ziel für alle. Nein, nein. Hinter uns sind schon längst alle tot. Das geht, das geht. Ja, aber mit was für einer Geschwindigkeit man den scheiß Berg hochläuft. Alter. Jetzt haben wir die Frage, ob wir jetzt schön begrüßt wären da oben. Hallo. Wir haben auf euch gewartet. Okay, ich kann mich noch einmal hochheilen danach. Der nächste Kreis ist halt auch schon, wir müssen eigentlich durchlaufen, oder? Und der ist auch noch so weit weg. Ne, jetzt suchen wir uns ein Auto dann. Oh shit. So, wessen Weg war denn geiler wohl? Hm? Wessen Weg war geiler? Frag ich mich. Wieso, wo bist du denn? Ja, guck doch auf die Map. Ah, Mann. Such ein Auto. Ja, ich muss erst mal versuchen, nicht zu sterben. Go. Da hinten steht ein Jeep, glaub ich. Oh, das ist gut. Oh, ich bin drin. Fahr in unsere Richtung. Also nicht wieder in den Kreis rein, aber zumindest. Ja. Ich nehme erst mal Verbände ein paar. Oh, das ist so knapp. Das ist so knapp. Hassenschnäusen. Oh, Gottes Willen. Perfekte Runde. Sehr, sehr gut. Hast du jetzt ein Jeep? Ja, ich lauf gerade hin. Wahrscheinlich ist er einfach so ein Wrack oder sowas. Oder ist ein Motorrad? Leckt mich, Leute. Das ist kaputt. Motorrad. Motorrad. Mit Beiwagen? Ja. Geil. Nee. Aber für Timo und mich reicht's. Okay. Fahrt los. Ich sprinte schon mal. Ich muss mich erst mal hier durchheilen. Hat nur wer einen Koffer? Nee, ich mach auch schon nur Verbände. Nee, ich hab keinen mehr. Scheiße. Dann muss ich mich verbinden. Flo, hast du jetzt ein Auto oder nicht? Nee, hab ich nicht. Ja gut, dann... Es war kaputt. Es war schön, nicht gekannt zu haben. Ja, düst schon mal los. Aber wir scheißen jetzt einfach drauf. Go. Mach's gut. Ja, tschau Jungs. Treffen uns bei Grün. Alles klar. Bring mich nie um. Ich lauf jetzt auch einfach durch die Häuser hier durch und so. Willst du echter durch die Mitte? Ja, was hab ich denn sonst für eine Wahl? In 16 Sekunden kommt der blaue Arschloch-Cop. Sollen wir nicht ein Jeep suchen und Flo holen? Anstatt einfach... Ah! Klingt so, als könntet ihr es nicht. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich such mir selber auch ein Auto. It's a bumpy road. It's a bumpy road. Oh Gott. So, wie kommen wir wieder hoch, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Kommst du da hoch? Komm ich die Treppe hochgefahren? Den Dreck hoch da. Den Dreck? Den Dreck. Nicht der Dreck. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh ja. Komm. Oh, oh. Ich häng fest. Nein. Oh. 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 Scheiße. Was ist das jetzt? Ey, wenn uns hier jemand sieht, ne? Jetzt häng wir fest. Oh nein, wir... Da ist irgendwer, oder? Kann das sein? Jetzt müssen wir eh laufen. Da ist ein Auto. Oder ein Moped. Motorrad. Ah, Scheiße. Ihr werdet doch beschossen. Oder nicht? Das sind wir selber. Achso. Ihr beschießt euch doch, oder nicht? Jetzt haben wir auch unser Moped verloren, ey. Ja, wir sind im Kreis, im Kreis. Alles gut. Ja. Mit... Flo, du schaffst es. Ich seh dich schon. Ja. Steht auch nix rum, ne? Oh Gott. Unser Motorrad wär frei. Ist grad frei geworden. Unter der Treppe. Wir haben so viel Deppenglück. Das wär echt. Oh, die Autos hier sind alle wieder kaputt. Okay, lass mal hier warten. Einfach ein bisschen. Okay. Ich guck mal mit Flo an, wer hier rennt. Ich schaff das halt echt, ne? Lauf. Ich bin der beste Sprinter der Welt. Lauf, Moppel. Hey, Wirt. Jo, schnapp an. Ich will jetzt nächstes. Ja, hier. Ja, hier. Seid ihr hin? Seid ihr hin? Geil. Hat jemand noch Koffer? Ich hab nur noch fünf Verbände, ein Schmerzmittel und zwei Energydrinks. Ich hab nur noch acht Verbände. Eigentlich hab ich gar nichts. Ich hab noch 23 Verbände. Davon kann ich auf jeden Fall was abgeben. Ich hab kaum noch Munition. Kann mich nicht mehr heilen. Das sind die besten Voraussetzungen. Der Kreis ist mal wieder richtig schön scheiße. Soll ich euch eben mal fünf Verbände geben? Nee. Alles fest drauf. Ja. Rennen wir jetzt schon? Oh, die rennen schon. Alles klar. Also, wie du willst. Alter, der ist auch immer maximal weit weg von uns, ne? Ich bin ungefähr vor dir. Nein, der ficken Kreis. Nicht du. Achso. Direkt wieder. Halt die Schmerze. Halt deinen Scheiß-Fick-Maus. Halt die Schmerze. Halt deinen Baum, oder was? Halt die Schmerze. So, ich dachte, wir sind ein Team. Team ... Sind wir auch. Team ... Wir leben noch zu viel für solche kleinen Kreise. 47, ja. Aber jetzt gerade sterben einige. Team Limbo könnten wir sein. Team Limbo. Limbo, ihr Fotzen. Limited und Bornheim. Oh, das ist gut. Team Limbo. Hey, nice. Was machst du, wenn Viet da ist? Oh, Schüsse. Aus Osten. Oh, da steht doch einer. Seht ihr den? Wo? Da an dem Häuschen. Schieß nicht. Doch. Nein. Ich schieß da aus dem jetzt. Warum nicht? Da sind zwei. Okay, lass sie umbringen. An welchem Häuschen? An dem braunen? Ausgenockt. Der andere hat auch Hits. Alter, ich bin ausgenockt. Aber der kann nichts mehr haben. Funktioniert. Ja, wir müssen halt treffen. Danke, Timo, für nichts. Ich weiß auch nicht mal, welches Haus. Das ist dieses kleine Haus direkt vor uns. Sag doch mal, das ist da, wo du drauf guckst. Links unten. Das kleine Weiße. Komm lieber und rette uns. Werfen wir eine Smoke. Nee, der ist hinter dem Baum. Ah, der ist ausgenockt. Du müsstest jetzt irgendwie... Kannst du versuchen, einen von uns hochzuholen? Dann sind wir wieder zu zweit gegen einen. Ach so, der eine ist aber ausgenockt. Alles klar. Gut. Da müsste aber, glaube ich, noch einer leben. Ich weiß es nicht. Ja, oder zwei. War der andere nicht ausgenockt? Ja, einer war ausgenockt. Aber das kann ja auch ein Dreier- oder Vierer-Squad sein. Ja, aber der andere ist sofort gekillt. Ah, okay. Aber ich habe keinen Kill gekriegt. Hast du einen gekriegt? Ja. Also, Olli, für den anderen, für den Ausgenockten? Nee. Nicht? Oh, dann sind wir am Arsch. Sollen wir da hinlaufen und den looten? Der Kreis kommt. Oh, nein. Classic. Danke. Fuck. 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 Oh, die zwei Chinnis noch in der Bude. Das kann es natürlich auch sein. Fuck. Er hat auch noch Verband. Nee, der hat... Alter! Aua! Wo ist der? Snipers. Ja, okay. Wir sind im Arsch, wenn der Kreis jetzt kommt. Jo. Tschüss. Nee, das bringt nichts. Ja, okay. Hau ab. Ich schaff's auch nicht mehr. Oh, es ist doch gerade nicht so weit. Flo! Komm! Oh, nein! Zwölfter. Hier, dann schauen wir mal, wer hier noch alle so am Start ist, oder? Oh. Was geht hier so ab? Letzter Kreis. Die meisten kommen hier gerade alle so ein bisschen von Süden, oder? So, ich verabschiede mich auch mal. Vielleicht komme ich später nochmal dazu. Ja. Viel Spaß euch noch. Ja. Timo, du kannst dich ja so lange neben mich setzen, oder? Timo, setz dich vielleicht beim nächsten Mal mehr durch gegen Olli. Alle Ideen von Olli waren Quatsch. Was soll das denn heißen? Wie macht man eigentlich diese... Ich habe das ja noch nie gemacht. Marco, das ist das letzte Mal gemacht. Wie macht man diese Spiele... Ach, da macht man die an. Alles klar. Freund der Butter lebt übrigens immer noch. Das war ja mein persönlicher Favorit. Gucken wir doch mal, was Freund der Butter alles immer macht. Der hängt hier so ein bisschen rum. Und macht gar nichts. Mit seinem Squad. Sind hier irgendwie relativ offen, die sind mitten auf diesem scheiß Feld. Und hier hinten geht irgendwie gerade die ganze Action ab, du. Hier ist schon einer ausgenockt. Heavy Duck mit Bordsmann, Quebis und Squoma sind hier oben auf dem Berg. Versuchen sich gerade gegen ein anderes Squad zu behaupten. Und zwar das von Matze, Gla und Xymul. Aber es scheint so, als ob sie hier noch einigermaßen klarkommen, glaube ich. Die sind aber auch nicht mehr im Kreis. Also die meisten anderen Spiele sind auf jeden Fall schon hier oben drin. Scheiße, wir waren in unserer Ecke gar nicht so schlecht. Wir waren gar nicht mal so scheiße. Wenn wir noch hier hingekommen wären, wo jetzt taktlos und Fuckboy sitzen. Ja, der heißt Fuckboy. Dann wäre da wahrscheinlich einiges gegangen. Oh, hier geht aber auch einiges. No need to shout. Mitten auf dem offenen Feld. Kriegt direkt einen in die Fresse und fällt auf den Boden. So, sehr gut gemacht. Freund der Butter versucht hier seinen Squad zu retten. Das ist nämlich komplett am Boden und ist und down. Kriegt jetzt von Matze und Gla auf die Fresse. Wirft hier nochmal eine Smoke und rennt wie so ein Hase. Wirft noch eine Smoke auf seine Mates und versucht die zu retten. Revived jetzt auch Rio, der La Ghetto. Kilimani, auch am Start. Guck mal, die haben sich alle so eingenebelt. Natürlich super. Aber da kommt natürlich der Kreis. Der wird jetzt natürlich alle wegdödeln. Also Rio, der La Ghetto ist auf jeden Fall down. Freund der Butter. Wird auch noch geschossen. Gehen wir lieber mal zu Matze, weil die sind quasi alle tot. Da können wir schon mal drauf scheißen. Lebt denn Matze Squad überhaupt noch? Naja, nicht so wirklich. Matze macht jetzt hier irgendwie den Alleingang. Oh, guck mal hier, die haben das Squad im Haus. Hulk Hoden. Wo ist denn Hulk Hoden? Oh, klar, natürlich mit der AWM. Vom Berg. Wurde der auf der Treppe erlegt? Wer? Ihr. Nee, wir wurden auf freier Wildbahne-Lady. Der Treppe war geil, ne? Wir mussten rennen. Ich hab zu sehen gesehen, dass... What the fuck macht der da? Muss unbedingt rüber. Ja, die anderen sind alle so ein bisschen im freien Feld. Das einzige gute Squad, was sich hier ganz gut positioniert hat, ist Hulk Hoden und seine Mates. Die natürlich nicht im Kreis sind. Die müssen jetzt raus. Wenn sie jetzt nicht rausrennen, dann Prost Mahlzeiten. Das Team auch hier, das Glati mit der AWM, ist jetzt auch nicht mehr im Kreis. Wird hier gerade, glaube ich, von Gwivis aufs Korn genommen. Oh, 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 oh. Mit der K. Oh, 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 oh. Hat auf die Bratpfanne einbekommen, auf den Arsch. Und schön die Seite rein, tot. Gute Nacht. Von Klar aus genockt worden, bzw. getötet worden. Gehen wir doch gleich mal zu Klar. Klar mit sieben Kills ist momentan, glaube ich, so der Top-Reiter. Hat auch... Ist auch ganz gut ausgerüstet. Mit AWM, mit 8-fach-Scope. Aber jetzt müssen sie natürlich rennen. Sind sie natürlich nicht mehr im Kreis. Jetzt laufen sie natürlich mitten in Hulk Hoden und seine Mates rein. Die natürlich hier in dem Haus immer noch stehen. Aber die haben sie auch schon gesehen. Und das kriegen sie natürlich von rechts auf die Seite. Oh, oh, oh. Hulk Hoden ist down. Xylul wird jetzt vom Kreis getötet. Gute Nacht, Xylul. Sein Mate, Matze, mit der AWM rennt immer noch. Sein anderer Mate, Klar, robbt sich einen ab. Schaffen es aber auch nicht mehr in den Kreis. Also ich... Ah doch, sind jetzt genau noch drin. Der letzte Kreis ist dann hier hinten. Das endet ganz schön oft auf dem Kornfeld, ne? Ja. Natürlich jetzt alle direkt im Kreis drumherum positioniert. Jetzt wird es natürlich spannend. Gucken wir, wer den ersten Move macht. Tipp ja auf Fuckboy. Warum? Weiß nicht. Fuckboy wird es machen. Fuckboy, ich sage, es wird Aydonius. Ja, Matze ist natürlich derjenige mit den meisten Kills. Meiste Kills und mit der AWM immer noch am Start. Ist natürlich ziemlich down. Hat das noch irgendwie ein Schmerzmittel sich eingeworfen? Seid man mich, oder? Bestimmt. Oh, Fuckboy ist down. Ja, sagt euch doch, Fuckboy macht es nicht. Nee, nee. Nee, nee, er ist nur angeschaut. Fuckboy und taktlos sind jetzt noch als Einzelne übrig hier in ihrem Squad. Aber ich glaube, taktlos geht jetzt auch ordentlich down. Der wird, glaube ich, gerade von Patorico abgeknallt, oder? Ich komme nochmal zu Patorico. Ja, der hat die hier auf dem Korn. Taktlos. Ballert noch ein bisschen zurück, aber es, glaube ich, einfach macht gar keinen Sinn mehr. Taktlos, Fuckboy. Ich glaube, ihr seid tot. Ja, sind beide von Simha getötet worden. Warum zeigen sie mich? Da ist irgendwas strange. Wo ist was strange? Ah, okay. Lebt Matze noch? Matze ist mein geheimer Favorit. Und klar, die robben sich auf jeden Fall einen ab. Spielt sonst aus der Firma gerade noch jemand mit? Nee, es sind alles Community-Spieler. Jetzt natürlich der große Run auf den letzten Kreis. Klar, ballert auf Dosis. Oh, Matze ist down. Sieben noch, oder was? Ja, Dosis läuft natürlich jetzt vor. Und mitten auf Xanathos, der in dem scheiß Busch sitzt. Und noch hat ihn keiner gesehen, glaube ich. Noch hat ihn echt keiner gesehen. Nächstes natürlich noch Patorico. Und Xanathos sitzt das einfach aus. Wie so ein kluger Mensch. Aber er ist ja auch klug genug für Dosis, der natürlich jetzt direkt neben ihm sitzt. Aber er scheißt einfach drauf. Er sitzt hier in diesem Kack-Ding drin. Vielleicht ist er disconnected. Mit der SKS. Naja. Nee, der wartet auf, bis er tot ist. Ich glaube, der wartet einfach ab. Ist er jetzt alleine gegen zwei? Ist er AFK oder wird er noch was machen? Nö, nö, der chillt da. Aber wo guckt er hin? Er guckt irgendwo in uns nirgendwo. Xanathos. Schaffst du es gegen zwei? Hat nicht nur eine UMP mit wenig HP und eine M16. Lässt du dich noch voll? Oh, jetzt macht er den Go. Xanathos. Show me what you got. Zehn Sekunden noch. Aimt natürlich jetzt in die richtige Richtung. Hat sich glatt vor seiner Fresse. Links hat er eigentlich den Kopf im Kornfeld gesehen. Da Drabi kommt vorne krochen. Steht auf. Oh, ist down. Oh. Eieieiei. Da hat Paterico den letzten Kill gemacht. Gratulation. Mit fünf Kills. Nicht schlecht. GG. Schade natürlich Xanathos. Ich nehm Steffen's. Da hat er zwei gegen einen, wäre auch ein bisschen, also... Hm. Wäre zu schön gewesen. Zu schön. Ist jetzt Flo ganz gegangen? Ja, die müssen arbeiten. Aber in... Ich dachte, wir machen jetzt Beans versus... Beans versus PUBG. Wir machen jetzt gleich noch eine Community-Runde. Noch eine Community-Runde. Ähm... Wir machen jetzt wahrscheinlich erstmal eine kurze Werbung. Dann machen wir einen neuen Server auf. Neues Passwort. Neues Glück. Ähm... First Person vielleicht. Ne. Kein First Person. Kann man machen. Hab ich noch nie gesprochen. Scheiß auf First Person. Ne. Scheiß drauf. Wir machen ein ganz normales Match. Ähm... Jetzt erstmal Werbung. Wir machen den neuen Server. Und... Vielleicht haben wir dann noch einen vierten Spieler. Ja, wenn dann... Thomas. Ist noch... Thomas? Von zu Hause. Von zu Hause? Okay. So cool. Ich bin auch dabei. Hallo. Hey. Ich tipp gerade das Passwort in den Chat. Echt? Warte noch. Wieso bin ich da? Er muss jetzt noch reinkommen. Ach so. Ach, Timo schon wieder. Timo. War beim ersten Match schon so schlimm. Ja, weil der Rechner hier Zicken macht. Ich glaube, du machst hier ein bisschen Zicken. Bitte? Kann ich so eine Maus auf dem Arbeitsplatz haben? Die Logitech? Ja, die ist angenehmer. G502. Ja, ich habe nur eine Trust-Maus an der Tat. Okay. Kann ich überhaupt nicht zocken. Ich dachte, wir hätten ja... An meinem Arbeitsplatz. Du armer. Deine Tastatur ist das schlimm an deinem Arbeitsplatz. Tastatur? Aber die geht noch. Ich finde, die Maus ist viel schlimmer. Muss ich immer so machen. Oh, Telefon. Hahaha. Bananaphon. Da kann ich natürlich jetzt nicht rangehen. Kannst du machen. Nennt dich deine Frau auch Bübchen? Ja, ich gehe mal mit 10. Ist ja egal. Ja, ne? Was machst du? War zu spät schon aufgelegt. Hallo, bin ich wieder zurück. Guck mal, kann ich mir eine Kiste holen? Nein. Ist Timo jetzt drin? Nee, ne? Guck mal, jetzt... Wir haben jetzt Dreier-Squads gemacht, weil wir jetzt auch noch zu dritt sind. Dreier-Squads. Von daher, Dreier-Squads. Ich habe gehört, ihr seid gut im Chicken-Dinner holen. Wer sagt sowas? Du? Nee. Hast du gesehen, wir waren eben Platz, war es 12? So, wenn du jetzt schnell sagst... Ah, nee, ah, fuck, das habe ich vergessen. Ähm... Wie es kommt. Ich muss nochmal kurz hier... Deswegen ist hier so dunkel. Der Nils hat das hier gedreht. Alter, wie viele Credits hast du denn? Ja, was ist los? Ja, was ist los? Damn! Dead Boy! Damn! Okay. Okay, dann poste ich mal das Passwort in den Chat. So, jetzt haben wir das Pip auch nach unten rechts gemacht, über die Map. Damit man will ich... Passwort ist... Reinzacken. Das war ein guter... So ein guter Hit ist Reinzacken. Das war ein guter Hit. Da kommen auch schon die ersten Leute. Ethan Hawke. Life is Hollywood. Hulk Hoden ist eher dabei. Hulk Hoden ist auch wieder am Start. Hulk Hoden. Han the Pirate. Er hat das irgendwie schon geahnt, dass das Passwort reinzacken sein wird. Dat Rabi, Merlin. Schlenko. Schlenko. Xanatos ist auch wieder am Start. Mal gucken, ob der wieder... Wer? Xanatos ist auch wieder am Start. Mal gucken, ob er wieder unter die Top 2 kommt. Lord Laserhawk. Das enorme Lineal finde ich auch gut. Lord Calzone. Queen Operator. Krapper. Krapper, kapper, kapper, kapper. Ja, wir sind schon bei 71 Leuten. Das geht diesmal ein bisschen fixer als beim ersten Mal. Ganz im Ernst. Wer kann um diese Uhrzeit überhaupt zocken? Das ist doch Ferien. Das sind Ferien. Das sind Ferien. Wir haben die Schulkinder in unseren Zuschauern. Wir haben nur unter 12-Jährigen. Ja, ja, ja. Studenten. So, wir sind schon bei 80 Leuten. 20 noch, dann können wir anfangen. Warum höre ich dich hier durch mein Headset? Das ist ganz normal. Hier hast du noch nie gespielt? Doch, aber... Wenn du es nicht willst, kannst du es hier auf dem linken Pegel hoch und runter drehen. Wow. Rechts ist Ingame und links sind die Mics. Ja, mir hat mir das nie jemand gezeigt, deswegen... Siehst du? Ja, wir sind bei 98 Leuten. Zwei noch und dann... Aber die Leute haben rein zacken verstanden. Rein zacken. S-U-C-K. Zacken. Zacken. Ja. Wieso? Rein zacken. Ja. Ja. Rein zacken mit C, A, Z, K. 99 Luftballons. 100. Luftballons? Dann könnt... Ah, es wäre einer raus. Ach, Leute. Jetzt bleibt doch mal drin. Ihr wollt doch auch sehen, wie wir gleich wieder nach 5 Minuten rausfliegen. Xanathos ist jetzt heiß. Xanathos ist hot. Ich habe eben verpasst, aber jetzt hole ich mir das Dinner. Hot, hot, hot. Mmh. Aber das Hühnchen. Das Hühnchen. Ja, sonst fange ich jetzt mit 99 an. Ist mir egal. Geht los. Will Inga mitschke? 100. Play. At gayloush. So, diesmal halte ich meine Fresse. Wirt macht Ansagen. Wirt macht Ansagen. Wirt macht Ansagen. Also, schlechte Erfahrung damit. Ich kann... Wir können auch immer alle Ansagen machen, aber wir sind ein Team. Deswegen, jeder von uns ist hier King. Wichtig ist immer so ein bisschen den letztendlichen Kreis immer so ein bisschen flankieren. Die werden auch einen Scheiß-Drop. Die werden letztens auch eigentlich so die Krüste runter und nicht direkt in die Mitte rein. Oh. Aber schauen wir mal. Man muss irgendwie 10.000 Mal auf Click-to-Play... Ne, es dauert halt. Wir müssen einmal raufklicken und dann sehr lange warten. Also, was wir nicht machen sollten, ist halt hier... Oder ich klicke nochmal drauf. Jetzt geht's. Wenn wir Solo-Dinger machen wie Ede. Einfach das Team verlassen. Das auch unterlassen, ja. Das Team verlassen, alle sterben lassen und im Buggy dann ein bisschen rumcruisen. Alter. Ich fühl mich auch von meinem Team verlassen bei Team Limited. Warum spielst du nicht mehr jetzt mit? Dein Aim leitet doch darunter. Ja, aber ich hasse Counter-Strike. Achso, okay. I am a Snake, follow me. Wer macht mit mir die Schlange des Glücks? Äh, Centipede. Komm her. Das ist der Bornheimer. Wieso kann ich mich schon wieder nicht hinlegen? Was ist denn mit diesem Rechner los? X funktioniert nicht. Einstellungen, Steuerung. Shit, ich muss hier auch die Einstellung kurz ändern. Diese Schnur ist so kurz hier, du. Standard. Das sind Probleme. Kann mich nicht hinlegen. What the fuck? Ist das ein Bug? Kann es sein, dass es ein... Ah, nee, die anderen lagen doch eben auch. Dass du dich nicht hinlegen kannst? Ja. Steuerung? Glaube nicht. Okay, warte. Jetzt geht's. I am a Snake, follow me. I am a Snake, follow me. I am a Snake, follow me. I am a Snake. Das ist die Schlange des Glücks. Und ein brennender Mann ist hinter mir. Wo bist du denn? Lalalalalalalala. Gott. Du, 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 du. Ich habe einen Pfeil im Kopf. Na, 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 na. Stop. Who's the pretty girl at the window there? I feel pretty. Oh, so pretty. I feel pretty and witty and gay. Hey, haltet unsere Schlange nicht auf. And I pity every girl who's in me today. Ah, nein, die Schlange wird aufgehalten. Oh, jetzt wird's wirr. Okay, geht los. So, Timo, wo droppen wir? Wir kommen aus dem Norden. Hm. Sag einfach nicht, wo wir droppen. Mach einfach eine Marker auf der Map. Und sag dann go. Ist? Okay. Aber man sieht jetzt die... Ja, vielleicht können wir nur auf Timos GoPro schalten oder so. Oder auf irgendwas anderes. Okay, dann müssen wir natürlich nicht dahin. Das war natürlich neulich. Ich mein... Kein Ingame. Kein Ingame, Leute. Geht einfach auf die Totale. Weho. Leute. Ja, genau so. Jetzt weiß ich nicht mehr, wohin. Schnell, Timo. Ja, alles gut. Dein Marker ist weg. Ja, ich... Da? Ja, ungefähr. Sag, wann wir raus sollen. Mhm. Wir droppen, glaub ich, automatisch. Und jetzt raus. Okay. Wir sind noch nicht raus, ne? Hm? Nee, wir sind noch nicht raus. Military Base, Military Base. Haha. Ihr Naps, wir gehen an die Military Base. Haha, ihr Opfers. Lull. Lull, lull, lull. Lull, lull. Nicht auf die Map. Leute, geht einfach raus. Ich glaub, die Regie versteht es einfach nicht. Alter, Leute. Wer sitzt da grad eigentlich in der Regie? Keine Ahnung, nämlich praktisch. Jemand, der uns nichts Gutes will. Wer? Die Putzfrau. Die Putzfrau? Oh, guck mal, wie viele Squads da sind. Was, wo? Das sind mindestens zwei. Wo, bei uns? Südost, ja, von uns. Ach, du Scheiße. Ja. Lass gleich weglaufen. Oh, über uns. Ja, mega viel. Squads über uns. Lass hier hingehen. Lass du blau gehen. Ja, ich bin schon direkt da. Ja, das bringt aber nicht. Das sind mega viel Squads, Timo. Hau einfach ab. Ich renne. Ich renne. Lass du blau gehen. Okay. Wir müssen, glaub ich, Distanz zwischen Tee und uns bringen. Oh Gott, ey. Schaffst du, Timo? Ja. Ich glaub an dich. You gotta believe. Ich brauch ja sowieso erstmal eine Waffe, ne? Ja, das stimmt wohl. Also Hauptsache nicht letzter werden, ne? Habt ihr einen Karren oder so? Das wär natürlich jetzt ganz geil. Äh, hier ist nichts, nein. Vielleicht find ich gleich wieder ein Motorrad, da hab ich gute Erfahrungen mitgemacht. Oh, hier wär schon mal eine AKM, die ich mir mal schnell... Das ist ein Moped. Ich geh zum Moped. Ich glaube, das ist sogar mit Wagen. Okay, wir können schon mal ein bisschen zurückschießen. Ich hab eine AKM. Wir können uns auch verpissen jetzt. Komplett verpissen? Hast du eine richtige Karre? Naja, ich hab ein Moped mit Beifahrer. Ja, wir sind halt zu dritt. Ja, geht doch. Geht das zu dritt? Ach, mit Beifahrer? Beifahrer. Äh, wenn sie in Kübel waren. Aber lass doch erstmal hier looten. Ich glaub, hier ist keiner. Okay. Und dann können wir immer noch irgendwie... Das Ding ist halt, die Sarki-Boys, die wissen halt, wo wir sind, ne? Die Sarki-Boys? Sarki-Boys. Ach, Quatsch, die, äh, sind da gar nicht in Sarki. Die Primorsk-Boys. Ja, da müssen wir halt jetzt schnell sein. Jeder in ein Haus. Ach, du Kacke. Alter, überfährt uns gleich. Müsst du mich umbringen? Vielleicht. Geiler Mantel. Jo, hier ist hier im Maior nichts. Ach, komm. Ah. Nice. Das war schon mal in 16. Super. Ja, hier ist noch ne Armbrust. Schnapp dir mir das vor der Nase weg. Hololens. Geil. Greedy wird ist greedy. Du kommst ins gleiche Haus wie ich. Ja, okay, war mein Fehler. Hm. Jetzt nicht viel. Okay, jetzt beisteck ich den Nimmel. Geh nach oben. Oh, ich hab ne K. Oh, hä. Oh, ha. Dann kannst du deine AKM abgeben. Ja. Nice. Musst du nur zu mir kommen. Ja, gleich. Dann behalte ich sie. Ich muss mich an die Maus gewöhnen. Deaktiviert ist auch hier wieder drin. Alter. Brauch Rucksack. Oder ne Weste. In dem Haus, wo ich drin bin, ist ein Rucksack. Zwei, glaub ich, ja. Einen hab ich getroppt und einer liegt noch da rum. Okay, wo bist du denn? Ja, ich komm mal. Shit, ey. Hier ist noch ne Schrotflinte oben. Huch. Zwei Schrotflinten oben auf dem Dachboden. Aber dann nehm ich eine Schrotflinte mit, dann kann Timo die AK nehmen. Okay. Die AK liegt jetzt oben auf dem Dachboden, ne? Yes, sir. Ich war als erstes da. Digger. Hör auf, Alter. Ich dropp dir 20 Schuss. Noch 20? Ja, ich hab selber nie so viel. Ich brauch die, ähm, die AK hat ja die gleiche Munizierung. Hast du mehr von diesen Schuss? Okay. Haben wir irgendwo ne Vesto? Äh, schnieke Hose. Okay, jetzt ist es schwierig, wir wissen, äh, hinter uns sind die Typen, ne? Sind die irgendwo noch, äh, Rucksäcke? In dem Haus in der Mitte war noch einer, ja. Hier ist noch eins, komm mal zu mir. Dort am Eingang. Ah, nice. Ich guck mal Richtung Südwesten, ob die schon rübergelaufen kommen. Ja. Könnten theoretisch auf die warten, ne? Nö, ne. Aber wo würden wir denn hinfahren wollen? Zum Strand. Wieder am Strand entlang war ne gute Idee, ja. Wir müssen jetzt irgendwie eh... Wie wär's hiermit? Oder hier? Ist doch offensichtlich, aber was soll's. Timo entscheidet. Der Fahr... Ist doch nur für zwei Leute. Sind sie runtergekommen? Oh, nee, doch. Doch, komm, komm, komm. Okay, wir sind einfach gleich, glaub ich, einfach tot. Aber wir können einfach... Das wird aber auch schwer. Mein Gott. Alter, Alter. Ja, fahren wir jetzt so blau, oder wo fahren wir hin? Ja. Okay, mach ich mal kurz weg. Ach, das ist doch angenehm. Angeschlossen. Gebt Gas. Au. Digga. Alter, Alter. Überall sitzen sie. Fahr, 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 fahr. Sie sind überall. Ich kann... Hier ist so ein... Ach, das ist gefährlich. Drive by. Oh, dude, Mann. Du hast mich angeschossen, oder? Ja, du... Tut mir leid. Du bist so ein Idiot, ey. Du bist so ein Idiot. So ein Idiot. Heil dich halt hoch. Mann. Ey, wir brauchen einen anderen Punkt. Heil dich halt hoch. Womit, Bitch? Wir brauchen einen anderen Punkt. Hier, blau. Okay. Ah, diese gefährlichen Bums hier. Am liebsten wär's mir, du würdest jetzt schon mal irgendwo anhalten, damit ich mich hochreihen kann. Da vorne. Wie wär's mit dem Häuschen? Roten Dach. Hier? Kurz? Ach, shit. Das tut mir leid, wir... Ich hab nichts zum Heilen, ey, Bitch. Ich wollte... Ich kann Verbände droppen. Der ist der Buggy. Hast du einen Verband? Ich hab nichts. Dann komm her. Dann lass doch nicht zu viel Zeit. Haut rein. Komm zu mir. Ich dachte, du legst ein Ei. Nein, ich hab einen Verband fallen lassen. Scheiße, ey. Der pallert einfach auf mich. Ja, es war mehr so ein Streifschuss. Ein Streifschuss. Gehen wir immer noch zu blau oder gehen wir erstmal in die Häuser hier? Ich hätte auch Bock, so komplett woanders hinzufahren. So in... Fahren wir mit dem Buggy, ist vielleicht besser. Grün. Da können nur zwei rein. Ah, stimmt. Hey, es kann auch jemand Buggy, dann sind wir nicht so ein... Okay, dann trennen wir uns hier. Okay, Timo. Wohin denn? Wohin denn? Grün? Ja, wär ich schon. Also mal ein bisschen... Ne? Komm mir grad vor wie ein Mad Max oder so, wenn wir hier rumdüsen. Die Türen sind hier alle offen. Ah ja, gut. Scheiße. Wow, 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 wow. Motorrad. Kann ich ja nicht mehr. Hier wäre noch ein Motorrad gewesen. Hm. Was ist los? Die Türen sind auch offen. Auch alles offen. Dieser Sound von diesem Auto macht mich wahnsinnig. Hier ist bestimmt... Die Türen sind... Offen. Offen. Ach, toll. Scheiße, ey. Scheiße, Mann. Dann cruisen wir einfach die ganze Zeit. Wir müssen einfach dort im Boden... Das Flugzeug ist ja von Nordwest. Ich weiß nicht, ob wir hier hin, oder? Hast du einen Marker gesetzt? Yellow. Natürlich bin ich gelb. Yellow. We all live in a yellow submarine. Ist auch alles auf. Kann nicht sein, dass die schon alles gelootet haben hier. Das Flugzeug ist nicht mehr dran vorbeigeflogen. Wie kann die halt hier? Ist das immer offen? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich geh mal kurz rein. Nicht abspringen! Das tut es Wahnsinns. Los, spawnen. Okay, hier ist Moon. Kurz tanken. Kampfhose ist... E10, oder? Scrap. Alles Scrap. Alles Scrap! Alles Scrap! 7-Metimeter-Munition. Nix! Oh, man. We're fucked. Ich wollte es jetzt nicht so drastisch sagen, aber ich glaube... Das ist eine Schrottflinte. Warte, ich nehme mal die Schrottflinte mit. Unsere Chancen sind auf jeden Fall eher gering gerade. Was ist denn hier? Oh, ich habe mich hinten draufgesetzt. Ey, brauchst du einen Wangenpolster? Wo? Ja. Hier, hier, warte. Gib ich hier. Damit deine Wangen nach dem Schuss immer schön warten. Ich bräuchte mal ein geiles Objekt. Objekt, ja. Wie wärs mal hierhin? Was? Genau. Ey, da ist das Flugzeug nicht vorbeigeflogen. Fucking Rock'n'Roll. Okay. Oder? YOLO oder was? Naja, was? Hier sind auch schon die Türen auf. Die sind doch bestimmt da auch reingelaufen. Ja, okay. Dann woanders hin? Schlag doch was vor. Hier, wer ist damit? Was, was, was? Hey, 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 passt auf. Wo hier? Ist nur ein Vorschlag. Ja, mein Benzin ist nicht gleich leer. Ich mache lieber Vorschläge, anstatt jetzt hier meine Solo-Runden zu machen. Oh, hier wäre noch ein Auto für uns alle, wenn wir das wollen würden. Aber eigentlich ist aufgeteilt eigentlich auch ganz nice, oder? Na egal. Wollen wir alle hier mit dem UAZ fahren? Der hat auch ein Dach, das ist ein Geschützter. Ne. Warte, warte. Ich wollte umsch... Außerdem ist er, er ist auch nicht voll. Da steht ein Boat. Sollen wir ein Boat fahren? Aber ist ja eigentlich noch schlimmer. Lass doch mal hier in diesem Dorf jetzt mal ein bisschen looten. Das sind irgendwelche Leute, die kamen mit dem Boot wahrscheinlich. Das ist kein normaler Spawnpunkt, glaube ich. Hier ist aber die Tür zu. Ja, von diesem... Ne, ist er nicht. Ne, da ist die Tür noch auf. Ne, da ist die Tür noch auf. Fahren sie weiter. Ja, das ist... Kann es sein, dass sie überall schon waren. Blau, oder was? Warum ist der Wagen so langsam? Blau. Ah, Schüsse. Blau ist gut. Ja, aber nicht auf uns. Aus Westen. Falls ihr irgendwo geschlossene Türen seht, dann schreit. Es leben halt immer noch mega viele Leute. Wer ist mit hier? Hier sind die Türen zu. Ich brauche Verbandszeug, ey. Ja. In erster Linie brauchen wir, glaube ich, gerade Sachen zum Heilen. Na, Munition wäre auch nicht schlecht. Ja, weil mich irgendjemand angeschossen hat. Ey, du warst vorher schon halb tot. Ja, ja, ja. Alter. Also, er ist nur Friendly Fire. Painkillers. Mann, ey, immer nur so Schrotdinger. Timo, hier ist aber noch sieben Millimeter Munition für dich. Und hier ist ein Vierfachsucher für dich. Oh, nee. Alles um mich. Lass mal hoch. Nee. Hier ist kein Vierfachsucher. Ich habe einen. Eine gepolsterte Jacke. Ach, du hast den. Wo bist du? Du bist gerade mir vorbeigelaufen. Ach, hä? Du warst doch da auch oben drin. Hier lag auch noch sieben Komma fünff. Irgendwas Munition hier. Sieben Komma sechs zwei ist auch für die AK. Ach, dazwischen. Ja, dann hier den Sucher. Du hast doch noch ein Ding. Oh, nee. Ich habe ihn, glaube ich, ge... Warte. Du kannst mal ein Holo-Ding haben, wenn du einen brauchst. Ja, gib. Gib, gib, gib. Gib, gib. Gedrobt. Gib. Aber zum Heilen ist ja trotzdem nichts. Nee, wirklich. Guck mal in die Garage hier rein. Das war es, ne? Nee, das Haus war da noch nicht gut. Ah, das, ja. Oh, was haben wir hier liegen? Hier ist ein Rotpunkt. Ja. Also hier ist gar nichts. Hier ist eine Gasmaske. Brauche ich. Und Schrotflintenmunition. Wie? Geil ist auch, dass ich keinen Helm habe. Ja, ich habe auch keinen Helm. Wir haben alle keinen Helm. Keiner von uns hat einen Helm. Nee. Wir werden dir einfach direkt sterben, wenn wir beschossen wären. Ja. Lass mal zu Blau fahren, schnell. Ja. Hallo. Timo. Wir fahren. Mein Gott. Der Glückszug fährt jetzt ab. Tschüss. Hallo. Wenn ich hupen könnte, würde ich hupen. Das wäre geil, ne? Miep, miep. Schießt noch mal in die Luft. Oh, ich habe in 14 Minuten ein Meeting. Schaffen wir das noch? Schaffen wir noch, oder? Zu sterben? Definitiv. So, ich habe in 1 bis 3. So, ich habe in 1 über 3. So, ich habe in 4. tournaments. Dann haben wir automatisch in 3. Höre in 3. Und 3. Und 3. Und 3. Wenn 5 Minuten ein paar antechayı. Dann sind 4. Untertitelaufen. Und 4. Geil in 5 Minuten. 1 bis 4. Ich finde das alles gerade sehr trügerisch, muss ich sagen. Joa, das sieht doch nett aus. Hier möchte ich bleiben. Ich hatte noch nicht mal eine Weste an, merke ich gerade. Doch, hatte ich schon. Ich bin einfach nur dumm. Noch mehr Verbandszeug. Yeah. Kein Helm. Ich glaube, wir müssen Timos Helm abwechselnd tragen, wenn wir beschossen werden. Hier ist noch eine M16. Das ist Benzin. Braucht jemand eine M16-Munition? Ich bräuchte M16-Munition. Hier ist in dem Haus, wo ich drin war. M16-Moon. Oh, man. Ich nehme Benzin mit. Oh, fingerlose Handschuhe. Nice. Das ist mein Haus. Nein, geh weg. Hoffentlich sind wir jetzt gerade nicht alle im Reichenhaus. Ich brauche mal einen Helm. Schon wieder nichts, ne? Wir könnten in die Lagerhalle noch fahren, bevor der Kreis uns erwischt hat. Sollen wir das machen? Alles nur Crap, alles nur Crap. Wir sind einfach die leichteste Beute der Welt, wenn wir jetzt auf Leute stoßen. Die leichteste Beute der Welt. Heute auf RTL. Moderiert von Sonja Ziedlow. Die gibt's noch? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Stop. In the name. Hier liegt das schon auf, Love. Ne, eine Schrotflinte. Ach, Mann, ey. Helm, Helm, Helm. Hier ist ein Helm. Meiner, 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 meiner. Meins, 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 meins. Uh, was sind hier? AK und Moni, Koffer, Medi, Medi-Kid. Äh, warte, ich hab den Rucksack angesagt. Habt ihr alle eine Weste? Ihr nehmt das mal hier. Ich brauch Medi, Medi, Medi. Och, danke, Mann. Polizei Weste 2 ist hier oben auch. Hat jemand schon zwei? Ja, gar keiner. Ich bräuchte noch. Na gut, dann wenn doch. Wenn ihr schon alle habt. Ich weiß, Timo sie nicht aufge... Ich hab schon alle. Okay. Hier brauchen wir Streitstoff, Benzino. Hab ich auch mal mit eingesteckt. Okay. Benzino-Dreibstoff. Okay, wir sollten uns... Ach, Timo macht er ansagen. Entschuldigung. So, Knappel 1. Nix, nix. Sollen wir hier so uns in den Wald reinschlagen? Hier wäre, glaube ich, ganz geil. Aber es ist so nah an der... Hier wäre, glaube ich, besser, weil da sind so viele Häuser. Haben wir Booster und so? Du bist blau, ne? Ja. Ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Oh. Ist das hier noch? Ach, ha. Oh, yeah. Ich lass die Kupplung kommen. Soll ich mal tanken? Kinders? Hm? Ja. Das dürfte noch reichen, ne? One-Way schaffen wir noch. Oder? Warum leben denn noch so viele? Das macht mich wahnsinnig. Ey, Custom Games nehmen verdammt viele Leute, aber wenn wir so ein Public machen, dann stellen die irgendwie... Weil die alle am Anfang irgendwie Schule oder Military gehen und sich alle wegballern schon. Hui. 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 Community möchte vorsichtig spielen. Oh, da hinten ist ein Drop. Da hinten ist ein Drop. Oh. Auf NW. Aber scheiß drauf. 285. Fahr einfach. Bleib nicht stehen. Aber da wollen wir ungefähr... Oh, das ist ja... Oh, 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 von links. Von links. Egal. Fickt euch doch. Fahr, fahr, fahr. Fahr da, fahr da... Ja, genau. Fahr Richtung NW. Da müsste auch irgendwo... Niemand kann uns etwas antun. Sollen wir hier auf die Bergkuppe? Ja, das find ich ganz gut. Mhm. Mit No Scope. Aber hier ist doch irgendwo der Dropper auch, oder nicht? Das sind die Häuser da vorne. Ja, komm. Bleib stehen. Ja. Letztes Mal wurde ich genau in so einem Haus nirgendwo umgeknallt, weil genau einer in der Ecke saß. Ich hab da ein Gift gesehen. Das war so ärgerlich. Das war das Allerschlimmste. Fuck my life. Oh, hier ist noch eine Stufe. Ist das Stufe 2? Nee, ist nicht Stufe 2. Ist denn ein Drop runtergekommen? Müssen wir dich jetzt aufpassen, dass aus Osten nicht diese Dödel kommen, ne? Äh. Stufe 1. Crap. Seid ihr drin? Crap, Crap, Crap. Lass mal hier oben hoch und in alle Himmelsrichtungen absichern, oder? Wir können nur in drei Himmelsrichtungen absichern. In alle drei Himmelsrichtungen absichern. Es gibt nur drei. Ein vierter Mann. Ich wünschte Flo wäre hier. Schüsse aus Südosten. Mhm. Weiß einer noch, wo unser Fahrzeug ist? Brauchen wir doch jetzt nicht mehr. Jetzt wird es zu gefährlich, mit dem Auto rumzufahren. Ja. Ich gucke Richtung Osten. Ich Richtung Süden, Westen. Norden für mich. Ja, eine müssen wir wohl offen lassen. Oh, das ist doch gar nicht lächerlich. It's gonna be legends. Vorsicht, Gamer. It's gonna be legendary. So wie Shittyflut. Und geclaimed. Ich bin schlimmer als die Panflöte. Oh, Schüsse aus Südwesten. Wahrscheinlich bei den Häusern, oder? Ja, weiter westlich. Okay. Ja, toll, dass ich hier hocke. Hm. Ah, gut, dass man diesen Kopfhörern so gut hören kann. Krass, ne? Ja. Ja. Ja, Mr. Me-Mei. 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 Nice. Me-Mei. Okay, und Schüsse aus Nordosten. Alter, die kommen von überall. Ja, aber wir sind gut positioniert. Wollen wir nicht einfach in das Haus? Nein, nein, nein. Uh, wir können einfach... Lass erst mal hier warten. Aus Nordosten müssen noch welche kommen. Ja. Nachzügler, ne? Lassen wir uns ein bisschen in Nordosten positionieren. Und wenn die den Berg hochlaufen, abknallen versuchen wir irgendwie. Dann komm ich ja mal zu euch, weil... Von hier wird keiner mehr aus der Zone rausgehen. Geh zu Olli, ich geh zu Olli. Olli, gib mir Schutz. Oh, Schüsse aus Nordosten. Nordosten. Ich such mir einen Busch raus. Ja. Schüsse aus 75 ungefähr. Ja, immer noch. Cause we gonna be legends. Auch aus Südwesten. Das ist ja auch ein Ohrwurm, Mann. Cause we gonna be legends. Legends. Das ist, was so nicht dein Automaton mitgenommen wird. Oh, mein Automaton. Oder mein Kazoo. Oh, ich seh ihn. Wo? Norden. Norden. Ja, läuft da im Haus entlang. Wo? Nordosten, da ist doch so das gelbe Haus mit einem rumpen Dach. Ich schau einfach auf deinen Bildschirm. Da ist er vorbeigelaufen. Ah, okay. Ach, da hinten. Ja. Ja, lass erst move'n, wenn der Kreis kommt. Gab's da nicht ein Will Smith-Lied dazu? Lass erst move'n, wenn der Kreis kommt von Will Smith. Er kennt ihn nicht. I say move, you move. Move like Jagger. I like to move it, move it. Move like Jagger. Ooh, 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 move like Jagger. Oh, shit. Wo, wo? Das ist mir erschrocken, Alter. Bitch, ich weiß nicht von wo. Bei 60, bei 60 hinter dem Baum. Könnt ihr mich hochdödeln? Bei 60 hinter dem Baum? Wie geil, ich auch einfach Bullshit gemacht habe und genau in dem Moment den Kopfschuss kassiere. Ich seh ihn da hinten. Ich hab 24 Schuss, ich hab nicht genug Mun für die Knarre. Geil. Hat jemand eine Kiste für mich? Jetzt guckt er mehr raus. Ich hab ein Verbandszeug an mir nicht. Die können natürlich flankieren. Shit, da kommt von der Seite. Ach, mich hat's erwischt. Von, 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 von. Ja, von Nordwest. Die flankieren uns gerade. Ja. Alter. Da kommt jetzt noch ein Fahrzeug. Oh, guck mal, da fährt's. Das Ding fährt sogar vorbei. Nooo. Ja, wir gucken mal. Team dicht im Stream. Ja, genau. Oh man, wie scheiße. Wie sterben doch jetzt alle? Timo, lebst du noch? Ganz im Ernst? Haben wir im Custom Game überhaupt schon mal so unter die Top 30 geschafft? Nein, ne? Das sind die Ersten. Würde ich mal sagen. Wir waren jetzt schon ziemlich gut. Ich könnte natürlich jetzt Timo verraten, wo die Leute sind. Machen wir aber natürlich nicht. Also ziemlich gut. Wenn ich überhaupt schaffe. Timo. You can do it. Timo, ich kann dir verraten, dass vor dir ungefähr 20 Leute sind. Ich schaff's auch nicht mehr. Nooo. Ach, schade. Wie ärgerlich das war. Jetzt sind wir 14. Aber eben haben wir noch 20. Aber wie dumm auch. Ich steh auf diesem scheiß Stein drauf und mach einen auf. Und dann zack in den Kopf. Oh Mann. Aber dann gucken wir einfach mal zu, was hier noch so abgeht. Ich hab ja noch 3 Minuten. Wer hat uns eigentlich umgelegt? Ist mir doch egal. Ich hab kein Scheiß drauf. Ach Mann ey. fucking schlecht. Guck mal, die sind alle auf den Berg gelaufen, wo wir waren. Also, ach komm, Leute. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Sind sie? Ja. Guckt doch mal auf den Bildschirm. Einfach alle da hochgelaufen. Oh Gott. Hier unten in, was ist das für ein Dorf? Puschinski? Das sind auch nochmal zwei Squads. Der Berg ist ja auch in der Zone, ne? Nein, die sind da hochgelaufen, weil wir da waren. Punkt. Ist so. Aber die waren auch gut ausgerüstet. Die hatten ein SKS und so. Die müssten natürlich jetzt hier auf Ethan Hawke, glaube ich, nicht treffen. Die haben sich hier in diesem Brunnen verschanzen. Oben drüber ist natürlich hier Bortsmann mit Kingpin und Roluff. Guck mal, die sind hier natürlich geschickt. Haben sich hier reingedödelt. Haben aber irgendwie nur Kack-Equipment am Starten. Ne Mini-Uzi und ne M16. Hier ist natürlich XQ, der mit meiner Car rumballert. Hoffentlich stirbst du. Tim Herb würde vielleicht noch nachher. Ja, ich bin jetzt nach der Runde eh weg. Ich muss jetzt am Termin. Timo, wie sieht's bei dir aus? Timo hat nichts vor. Ich hab eigentlich Zeit. Ja, that's the spirit. Marco müsste jetzt eigentlich auch da sein und so. Clemens hat auch Zeit. Oh! XQ ist natürlich hier mit Schulis am Start. Marco könnte ja hochkommen. Oh, wird natürlich von linken Seite auch noch von Platty aus genockt. Natürlich dote, ne? Schön dote. Ethan Hawke ist immer noch hier unten drin in diesem Häuschen. Wahrscheinlich haben Bortsmann und Kingpin mittlerweile auch mitbekommen, dass sie da unten drin sitzen. Aber Schulis und Platty kommen jetzt auch noch von hinten angelaufen. Uiuiuiuiui. Ob Schulis das wohl merken wird, dass hier in diesem Häuschen zwei Leute drin sitzen? Oh, 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 oh. Ethan Hawke geht direkt down. Schulis, der alte Stream-Sniper. Oh, und er läuft weiter. Er läuft weiter. Er hat nicht mitbekommen, dass die Jagdkirchen da drin sitzt. Aber Platty kommt auch noch. Äh, du... Oh, ich bin unter der Erde. Warum ist meine Kamera schief? Wir gehen mal bei Platty rein. Weiß er, dass Jakisch da ist? Jakisch kann natürlich Ethan Hawke immer noch, äh, immer noch wieder hochnehmen. Aber jetzt kommt natürlich auch schon die Zone, ne? Oh, Schulis. Ja, er hat's mitbekommen. Screen-Snipe, ne? Er ist mir jetzt zurückgegangen. Super Screen-Sniper. Er ist wieder zurückgegangen. Ja, ja, ja. Schulis, Platty. Wir wissen, wie ihr spielt. Aber dafür kommt natürlich Kingpin von oben. Ohne Erde. Ihr kämpft ohne Erde. Kingpin und Schulis, der Shootout. So ein bisschen wie bei Germany's Next Topmodel. Na, Kingpin, traust du dich? Oh, dafür geht's jetzt hier in der Stadt auch richtig ab. Was geht ab? Nameless Shame. Ist down. Und sein Kollege kriegt auch ordentlich ab. Und das enorme Lineal hat keine Munition mehr. Wechselt jetzt auf die M16. Das enorme Lineal. Ballert noch. Oh, hat den anderen auch noch erwischt und holt seinen Kollegen wieder hoch. Das enorme Lineal hat Potenzial, würde ich mal sagen. Das hat auf jeden Fall Potenzial. Ist noch relativ alleine hier in diesem Häuschen. Oh, das Dreier-Squad um Xeods Genom und Mr. Ich kann deinen Namen nicht lesen. Creepen sich jetzt hier allmählich den Berg hoch. Und da oben warten immer noch Schulis und Platty. Die alten Stream-Sniper. Die wissen natürlich jetzt, dass die anderen von unten kommen, weil die natürlich den Stream schauen. Kekstose of Doom sitzt ja auch noch mit der K. Vor den anderen. Ist alleine unterwegs. Hat keinen Squad mehr. Es kommt von der linken Seite Genom und Xeods. Sehen Kekstose of Doom aber nicht. Der läuft ja einfach den Berg hoch. Lululul, ich lauf hier hoch. Hauli müsste ihn jetzt aber eigentlich sehen. Hauli sieht Kekstose. Und Kekstose ist down. Ripped Kekstose. Das enorme Lineal ist immer noch in dem Häuschen. Und Genom und Hauli und Xeods. Wo ist denn Xeods? Der kommt da hinten angedödelt. Holen sich jetzt Schulis und Platty. Die sind natürlich oben in einer viel besseren Position. Die sind im Kreis, auf dem Berg. Müssen nur den Berg runterschießen. Haben sich hier komplett eingenebelt. Natürlich alle anderen im Zugzwang. Hauli kommt jetzt von der Seite an. Versucht hier noch was zu reißen. Oh, 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 oh. Oh, schlecht. Noch schlechter als wir, muss ich dazu sagen. Genom versucht seinen Kollegen zu rechnen. Kommt jetzt hier hoch ran. Kriegt auch direkt auf die Fresse. Eieiei, Schulis ist jetzt auch noch am Start. Schulis gegen Gejords. Gejords mit der K. Der Einzige, der noch lebt. Drei Schuss noch. Oh, da. Wir gehen mal auf Xeods. Mit dem Silencer auf der Ump. Schulis haut ab. Hat Platty wieder hochgeholt. Und die hauen natürlich jetzt ab, weil sie natürlich in den Kreis wollen. Und Xeods da ganz alleine unten am Berg. Wird zurückgelassen. Er hat keine Freunde mehr. Das enorme Linear ist mittlerweile aus dem Haus auch raus. Man sieht hier so richtig schön, auch ohne die Map zu sehen, dass hier einfach der letzte Kreis ist und alle so drumherum einfach nur warten. Das ist einfach ein offenes Feld, ne? Es sind noch zwei Zweiersquats und zwei Einzelpersonen. Und in 30 Sekunden geht's los. Oh, nameless shame. Oh. Wird von JP and X ausgenockt. Das enorme Linear. Komm. Enormes Linear. Da piekt er um die Ecke. Au, au, au. In den Kopf. Au. Ja. Die sind down. JP and X ist ja irgendwie gut dabei. Das enorme Linear. Nein, name is shame is down. Das enorme Linear ist auch tot. Verdammt. Da geht er hin, mein Favorit. Ja. JP and X hat eines der letzten Zweiersquats komplett selber ausgenockt. Respekt. Jetzt leben nur noch Einzelpersonen. Xeods kommt jetzt von der Seite und holt sich jetzt JP and X. Hat sich komplett ausgezogen vor Freude. Er ist nackt. Eins mit der Natur. Mach den Money Shot. Kommt er da hochgekrochen? Holt sich erst Platty oder JP and X von der Seite? Man weiß es nicht. Oh. Er sieht JP and X nicht. Sie sind gerade beide auf Platty fokussiert. Schul ist ballern auf Platty. Oh, Platty holt sich. Oh, das ging schnell. Platty hat gewonnen. Respekt. Neun Kills. Platty und Schulis in einem Squad. Und drolliges Teen ist anscheinend sofort gestorben. Null Kills. Ja, Platty, nicht schlecht. Wo war denn Xanathos? Xanathos. Also, wenn er neun Kills macht, der hat es auch verdient zu gewinnen. Mister, ich will richtig krass sein, Xanathos. Wo sehen wir ihn denn hier? Bin ich schon drüber gescrollt? Xanathos, Xanathos, Xanathos. Eben Nummer zwei. Und jetzt nicht auffindbar. Wo ist er denn? Xanathos. Da sind wir auf Platz 14. Mit null Kills jeweils. Durchaus in, äh, kann man durchaus mal. Kann man machen unter Top 20. Ich seh ihn gar nicht. Ist er irgendwie rausgeflogen oder so? Oder bin ich immer nur mega blind und dumm? Xanathos. Naja, schade. Gratulation an Platty, Schulis und Rolliges Team. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt nochmal kurz Werbung. Und dann wechseln wir nochmal durch. Dann sammeln wir mal, ja. Ich muss jetzt weg. Okay, wir suchen weitere Leute. Wir jetzt und Timo haben noch Zeit. Vielleicht, alle die uns hören, komment hoch in die Gaming Area und spielen Pupkes. Ihr habt doch eh nichts zu tun. Wir kommen dieses Pupcorn. Pupcorn. Puphorn. Puphorn. Einfach mal reinpusten und dann hol bitte in der nächsten Runde deinen Automaton. Zu Hause. Oh Mann. Dann fahr doch mal mit. Dann, äh, bis gleich. Tschüss. Und, äh, dein nächstes Server schon mal offen. Timo, kannst du mal bitte reinkommen? Ja, Sekunde. Ich muss doch eben was hier regeln. Ja, nicht eine sehr glorreiche Runde, aber wir waren unter den Top 20, soweit ich gehört, gesehen habe. Und, ähm, ich hoffe, jetzt kommen noch einige aus unserer Firma mal hoch zum Mitzocken. Ansonsten weiß ich halt, dass Tim Herb bei uns wieder dabei sein wird. Inweit Timo, bin's Timo on. Na, tipp mal jetzt. So, wie er da... Thomas hat hier geschrieben, er meinte hier gerade... Ja, die zocken alle von zu Hause, ne? Die zocken von zu Hause aus. Ja. Haben wir TS oder so? Können wir die irgendwie mit dem kommunizieren? Wie hatten wir es beim letzten Mal gemacht, hier mit, äh, Bonja, bei dem Zombie-Mode? Also, ich glaube, wir können ja theoretisch auch alle den TS und dann dieses Mike benutzen, von dem Ding. Okay. Wo machen wir es doch noch? Dann ist das, glaube ich, alles doppelt gemoppelt und dreifach. Da bin ich mir gerade nicht so sicher, leider. Okay. Ja. Join nochmal. Timo. Tim macht jetzt gerade noch einen Neustart und dann kommt er auch noch dazu. Tim Herb. Also nicht hier... Der Tim Heike. Ich habe jetzt erstmal... Ich warte erstmal. Wir warten erstmal, was jetzt gemacht wird. Passwort kommt gleich. Okay. Wollen wir es ändern? Wollen wir einen Zombie-Mode machen? oder First-Person-Wetter? Sunny, clear. Rainy. Machen wir es wie ein Hamburg-Rad. Rainy. Rainy? Rainy. Jesus. Rainy wird gut. Oder? Das ist geil nochmal. Jetzt muss man nochmal das Passwort geben. Tippst du mal kurz ein. Ja, leider gibt es hier keinen mehr, der am Start ist. Ja, ich habe auch schon geschrieben. Marco ist leider in einem Meeting. Und der Bonn-Ross-Service. Wo ist Rocket Beans? Wie ist das genannt? Rocket Beans TV. Müsste auch hier sein. Freshman. Ja, da, da, da. Ah, okay. Da ist er, ja. Ja, ansonsten spielen wir halt mit Thomas und Tim aus dem, ähm, aus dem TS. Die In-Games kommen immer noch nicht richtig an bei uns. Die In-Games? Nee, du sprichst in Vollrunden, nach der letzten Runde. Ich bin zu faul. So, ich hoffe, ihr seht die Server. Den einen Server. Die Server, die Server. Technik, die begeistert. Refresh, refresh. Seht ihr den Server eigentlich? Ich guck mal kurz in den Chat rein. Hast du den noch gestartet? Ich hab den eigentlich gestartet. Hin und her, hin und her. Confirm. Und dann müsste... EU, ne? So find ich den nicht. Mach's denn da. Findest du den? Also den einzigen In-Games, den wir gerade sauber haben, ist von Olli. Oh Gott. Ich glaube, ich bin auch... Warte mal. Warte, warte. Ich hab den noch... Ich hab den jetzt... Ja, alles gut. Warte mal. Benannt. Ja, ich find den. Hast den? Ja. Okay. Okay. Unsere Kollegen müssten jetzt auch nochmal reinkommen. Du bist bei Olli, ne? Ja, ich sitz bei Olli, genau. Hey Jörg, meinst du Ton oder Bild? Nur Ton. Dann sag das bitte doch auch. Okay, ähm, wo TS wollen wir rein? Rocketspeak, machst du das? Höre ich die dann auch? Das hab ich noch nicht gemacht hier, leider. Ich hab's auch noch nie gemacht. Aber wir können's ja einfach ausprobieren. Mach mal einfach. Also du musst ja natürlich auch da rein, ne? Ja. Oh, falsches Headset. Oh, Rocketspeak muss ich jetzt mal rausnehmen. Jetzt hört man das natürlich hier so alles. Hallo, hallo? Also ich hör dich. Oh Gott, wo in Rocketspeak gehen wir denn hin? Habt ihr das Passwort, ihr beiden? Ich hab's. Ich hab denen das geschrieben. Ich kann's gerade nicht offen sagen. Ich schreib's mal kurz nochmal hier in Slack rein. Ja, mein Ton kann man anscheinend sowieso nicht abgreifen, richtig. Von daher. Okay, ich bin... Ich bin im Beansbüro. Team Limit. Oh, Team Limited. Oh, warte, hier. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Nein, 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 die hören mich nicht. Äh, okay. Nee, das ist, äh, Wirt, der versucht zu joinen. Also ich, also ich hab, ich kann euch hören, aber ich kann nicht mit euch sprechen. Hast du das hier runtergeklappt? Ja? Du musst das hier unterklappen. Ach so, ich dachte, das wäre so ein internes. Ne, ne, ne. Am linken, der ist ein bisschen versteckt, vorne, vorne raus. Hier, guck. Da, ich seh's. Ja. Oh. Technik, die begeistert. Geil. Hört zwar doppelt gemoppelt, aber ist geil. Ja, ich höre ich jetzt auch alle fünfmal. Yay. Okay, es sind fünf Leute. Ich hoffe, es ist auf dem Stream nicht irgendwie komplett. Machen wir doch einen Fünfer-Squad, oder? Fünfer-Bohnen-Squad. Oh, Jesus Christ. Wer ist denn das hier alles? Wer ist hier Captain Cons, Wake Up und Luftpumpe? Luftpumpe war Steffen, ne? Okay. Und Thomas ist Captain Cons. Geil. Alles klar. Ähm. Jetzt kann ich das Passwort raushauen. Es ist reinpusten. Alles klein geschrieben. Reinpupen. Reinpusten, nicht reinpupsen. Ich schreibe es dir auch nochmal hier in den Chat. Reinpusten. Jetzt reinpusten. Oh, okay. Das ging ja richtig fix. Alter. Wie schnell die Leute dazukommen. Warum ist Steffen nicht im TS? Was soll das? Hm. Ja, reinlunsen würde ich vielleicht als nächstes nehmen. Doch, der hat Rechte. Der hat Rechte. Ja. Geil, geil, geil. Es füllt sich. Organisieren sich alle von selbst. Fünfer-Squads. Das ist gleich. Ungewöhnlich. Eigentlich für die meisten. Aber es wird für uns auch, glaube ich, nicht einfach. Nicht genug Loot für alle. Du kämpfst mit Twizern. Das wollen wir mal sehen. Jetzt schon. Achso, Steffen hat kein Headset. Treppt ja gerade. Ja gut, dann muss Steffen durch Pings folgen. Bin auf der Arbeit. Ja, dann komm doch her, du Hans. Jetzt auf der Arbeit. Ganz im Ernst. Komm doch nach oben hier zu uns. Okay. Sind wir jetzt mittlerweile runter? Wenn du jetzt wieder ins Ingame gehst. Ja. Wenn der Sound offen geht. Hört man dich nicht im Doppel 3 einfach? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Wir machen es einfach. Der Chat wird schon schreien. Der Chat wird schreien. Ich werde sie nicht hören. Scheiße, sie schreien schon. Echo. Hm, was machen wir jetzt? Okay, Max Zählers muss anders heißen. Ich weiß nicht, dass es nichts Gutes ist. Max macht gerade. Okay. Warte mal, ich muss das mal hier kurz. Ja, machen wir. Genau, das hatte ich auch. Das hatte ich auch. Ja, wir müssen uns gegenseitig muten. Okay. Weißt du, wie das geht? Ja, ne? Im TS, oder? Ja. Okay. Rechtsklick drauf. Warte, warte. Das ist Gaming A, ne? Ja. Okay. Ja, das ist live. Easy. Das ging ja. Ja, so einfach, ne? Geil. Okay, seid ihr alle bereit? Wir sind voll. Wir sind auch voll. Thomas macht sich jetzt voll. Und go. Und, ne, warte, einmal klickenreich, ne? Ja, Max hat einfach Plan. Was wären wir nur ohne Max? Wieso? Der gesamte Laden wäre nichts ohne Max. Ich hab schon ein bisschen Angst gekriegt, weil er gestern über irgendwelche Startups geredet hat bei WMR. Dass er zu einem anderen Startup geht oder dass er sein eigenes Gründet? Ja, so ungefähr. Okay. Ich hab gestartet. Ich muss abwarten. Ich muss abwarten. Abwarten. Das dauert immer ein bisschen. Das dauert immer ein bisschen, ne? Diese Custom-Dinger. Kennt man ja. Ah, seht ihr. Okay, liebe Regie, wenn wir gleich im Flugzeug sind, bitte geht in die Totale oder geht auf die GoPros, aber bitte nicht ins In-Game. That's right. Haben wir keinen Delay, oder was? Nee, können wir nicht machen. Oh. Hätten auch gerne einen Delay von fünf Minuten. Wir sind ja auch noch auf anderen Plattformen, deswegen ist das sehr schwierig. Ah, ja, ja. You know? Auf Waifu noch, ne? Du bist auch so ein Waifu. Guck mal, Hamburger Wetter, ist das nicht schön? Das ist richtig scheiße, wie er hat. Können wir vom Blitz getroffen werden, wenn wir eine Pfanne haben oder so? Na ja, die haben, glaube ich, eher ihre eigenen Fehler wieder ausgemäht. Oh, guck mal, die machen ja wieder die Schlange. Ich mach mit. Oh, Mann, ey. Ich muss mal die Einstellung wieder ändern. Schlange. Prone ist G. Tim dreht durch. Oh, ich hab dir in den Kopf geschossen, es tut mir leid. Kindergarten. Nice. Sind die beiden noch da? Ja. Okay, ich dachte, ihr habt irgendwie das... Ich muss ja nebenbei noch arbeiten. Ich muss ja nebenbei noch arbeiten. Luftpumpe. Ich muss Steuerung hier noch ändern. Jetzt nicht jedes Mal ist die Steuerung anders. Jeder macht eine andere Steuerung. Das ist... Springen, gehen... So. So, jetzt Regie, einmal raus. Okay. Nice. Regie ist raus. Okay, wer möchte anführen? Mach, Tim, Tim, du bist Anführer. Ja, doch, mach schon. Ja, mach, du. Tim ist so... Ey, ich würde sagen, einfach... Okay, blau, ne? Ich würde einfach sagen, wir springen nach Gefühl. Wir sagen nicht, wann. Sonst wissen die es alle. Jupp. Vielleicht sind wir auch schon längst gesprungen. Ja. Fünf Leute, ey. Junge, Junge, Junge. Ja. Mit Regen ist es schon wieder was ganz anderes, finde ich. Wir hören dich. Doch, dich hört man. Dich hört man, Thomas. Also, man hört ja wie jetzt PC-Sound zwischendurch. Okay. Ja, ist ein bisschen tricky mit TS, aber... Ein paar neue Graffitis hier, oder? Geil, Level-3-Rucksack. Nächstes Mal sollten wir nicht direkt bei der Schule landen. Ja, Idiot, ey. Level-3-Rucksack. Den habe ich auch schon gleich gefunden. Oli meinte, der Level-3-Rucksack ist nicht gut, weil wenn du in die Hocke... Oder wenn du dich hinlegst, dass man den immer noch sehen kann. Heule auf dem Rücken. Aber trotzdem, habt den lieber erst mal. Der hat's ne Uzi. Ach, Uzi. Uzi. Wir machen erst mal die... ...schule hier clear. Okay. K98, die nehm ich mal mit. Das ist ne schöne Schrotlinte, die nehm ich auch mit. Und dann haben wir's auch gar nicht so weit. Hey, ich hab noch gar nix, und der hat schon ne K. Was geht ab? Ja, hier, bei mir hat's voll viel. Ja, bei Tim ist gut Loot. Aber ja, ist gut. Ich hab schon mal ein neues Ziel gemacht. Da gehen wir so, was weiß ich, in zwei, drei Minuten los. Ey, Timo will's ne Uzi haben. Hier in der Hütte ist noch eine. Ja, ne Uzi haben wir jetzt auch gefunden. Efri wäre wohl. Wo ist denn Tim? 7,6, 2. Alter. Hm, ja, ich geh rein. Er hört uns nicht. Doch, er hört uns bestimmt, aber wir hören ihn nicht. Ach, der hat's bestimmt vercheckt, den Absprung zu Time. Nein, nicht wirklich, oder? Ja, nicht ganz. Okay. Herr Tim, was war denn in dem Haus hier? Äh, ne Uzi. Achso, unten und oben. Achso, ja, gut. Und hier hat's noch ein Rucksack Level 2. Okay, wenn ein Rucksack noch übrig ist. Also ja, wo ich gerade stehe. Scheiße, ich brauch auch noch einen. Brauch auch noch einen. Achso, okay. Jeder braucht einen. Scheiße, ey. Das ist schon wieder echt nicht gut. Der erste Kitz fallen. Schön. Du bist immer den überhaupt so ein bisschen außerhalb. Ja, eigentlich sind wir ganz gut. Eigentlich ganz gut. Hier bei der Schule. Ich hoffe, das immer zu sagen. Okay, wir sollten weiter, oder? Jo. Oh, da ist Monsieur Luv Pompé. Ja, das ist im Osten. Okay, next call. Jojo, ich hab's gemarkt. Wow, das ist ein ganz schön weiter Weg. Gott, ja, nur mit einer Uzi. Es geht. Ja, was soll ich sagen. Ich hab keine Weste, keinen Helm, keinen Rucksack, nur Waffen. Na ja, wenn man auch zu fünft in so'n, in die Schule geht, dann findet man halt nichts. Military Base nehmen sollen, ne? Dann geht's halt nur Pausenbrot. Ja. Nichts mehr, die anderen auch das Problem. Aber schön einen Bogen um die, um Hamburg City da machen. Hm. Ah. Okay. Ihr seht doch da auch links, ja, warte mal, ich mag mal neu, da können wir eigentlich zuerst hin, dann ist der Weg nicht so weit. Ich hab neu gemarkt. Alles klar. So verstanden. Warte mal, nicht so blind, irgendwie. Ich check mal rechts ab. Türen. Da ist ja schon irgendwie, äh, vierfach oder sowas, und kann man in die Kirche reinlunsen? Nee, gar nichts. Lass mich verarschen, Alter. Wir haben überhaupt nichts. Ich hab ne K98, aber nix drauf. Ja, es ist aber auch nicht so krass, ne? Ich kann auch nix mehr aufnehmen, ey. Ey, Rucksack. Eyo, Level 2. Ah, gut. Toll, toll, super toll. Oh, noch ne Uzi. Ne Revolver. Ich will kein Revolver. Noch n Rucksack, wer braucht n Rucksack. Hier bei mir ist noch n Level 1 Rucksack. Ne, Level 2 brauch ich. Hey. Kann ich nicht beendet das auch mal mit. Okay, jetzt noch n Schrot. Ja, hier oben liegt ne M16, wenn jemand will, bei mir, oben. Jetzt zweimal Schrot in der Lagerhalle. Äh, Weste liegt hier auch. Oh, ich hab hier auch ne Weste. Energy Drink. Wie sieht's mit, äh, Aufsetzen aus? Hat hier jemand was? Äh, ne, noch nicht. Also ich kann n Rotpunktvisier abgeben, wenn jemand uns braucht. Rotpunktvisier wäre nicht schlecht. Ich klicke's hier hin. Wo bist du? Äh, da, ich seh dich. Alles klar. Und Dankeschön. Besser als gar nichts. Erstmal n Rotpunktvisier auf die K. In der Halle ist nichts? Ist das schon abgecheckt, Tim? Ja, zwei Schroten. Zwei Schroten, na, brauche ich nicht. Brauchen wir alle. Die sind ziemlich effektiv, die Dinger auf. Aus dem Kampf. Ja, aber wenn du schon was hast. Der Wechselmagazin. Okay, lass mal zu zweit, äh. Oh, n Helm. Rucksack, was hier oben noch? Braucht noch jemand einen? Nee. Geh mal in die Halle. Äh, Tim war ja schon in der Halle, da war ja nichts. Achso, okay. Da waren zwei Schrotflinten, falls du noch eine brauchst. Ja, ja, nee, genau, deswegen. Ich hab bis jetzt nur Papierknödel für den Nahkampf. Papierknödel? Oh, das geht ja nicht drüber spannen. Sehr schön. So, lass mal upchecken. Ich würde tatsächlich, ey, die City irgendwie so ein bisschen außen vor lassen. Vielleicht hat man neu gemarkt. Wenn ihr ready seid, sagt mal Bescheid, dann ziehen wir weiter. Ich bin gleich bei euch und dann können wir weiter. Gott, ich bin halt überhaupt nicht gut equippt. Ja, wir brauchen irgendwie Verbandszeug und so. Booster. Wow, wow. Beschuss, beschuss. Alle, alle, die, alle, die, alle. Oh, so ein Schuss. Okay, okay. Ich hab ein Verbandszeug, hab ich. Ja, keiner, wurde getroffen, wurde jemand getroffen? Ja, ich. Oh, shit. Denk mal die Türen komplett ab. Also so, dass Linz mal hier rechts ist. Ey, da wird doch bestimmt keiner kommen. Wir sind fünf Leute in der Halle. Muss ja lebensmüde sein. Wie oft willst du eigentlich noch Halle sagen? Wir sind in der Schule, du Idiot. In der Turnhalle. Okay, Schüsse, sie sehen mich auch. Die sind da drüben, äh, die sind im Osten, in den Häusern. Warum ist hier nichts abgedeckt? Wer schießt da? Ich, ich schieß, ich schieß. Okay, die sind komplett in den Häusern im Osten. Osten. Okay, die kommen nicht hierher? Auf 105 circa. Nein, ich sollte mich echt wegrennen, aber... Ja, aber wenn wir jetzt raus werden, sind wir halt vor da. Vielleicht... Oh, scheiße, wir sind auch so mega schlecht equipped. Wir bratzen hier einfach, wenn die hier reinkommen in die Schule. Meinst du, die kommen? Weiß nicht. Auto. Okay, von wo? Ich hörst nicht. Ich glaub, von Nordwest. Ja, richtig. Okay, dann müssen wir erstmal die Halle hier für uns behalten. Äh, die Schule hier für uns behalten. Ja, die Turnhalle. Die Aula. Die Aula. Du bist unser Klassensprecher, ne? Du sagst, wo wir hin müssen. Hey Tim, guckst du eigentlich hinten raus? Ja. Okay. Vielleicht mach mal mit. Okay, ich hab mal was Neues gemacht. Lass uns doch mal ruhig jetzt hin stratzen. Weil hier sind wir echt so auf dem Präsentierteller ohne Loot. Warte, ich muss mal kurz gucken. Willst du da rüber? Ja, mach. Komm. Rechts den ganzen Scheiß auslassen. Hier brauch ich schmerzen. Sieh mal Daufschmerzen? Ja. Ist das Auto fahrtüchtig? Nee. Ist kaputt. Schiert. Kaputski. Schiert. Oh Gott. Okay, weiter. Nochmal kurz Lage checken. So mal an den Bäumen verteilen. I take Boosh. Okay, da sind Türen auf. Ja, ne. Zoom haben wir immer noch nicht, ne? Ich hab einen Rotpunkt. Ja gut, das macht leider. Mini Zoom. Ja, hin da, komm. Ja, okay. Bring doch nix. Oh, die Türen sind aber, glaub ich, offen. Ja, die sind alle offen. Ja, müssen wir killen. Da steht auch ne Karre. Schüsse. Schüsse? Da steht echt ne Karre. Nee. Aber wir können nicht in die Karre rein, ne? Das ist ein Fünf-Sitzer. Aber passen da fünf rein. Geil. Er geht aufs Dach. Ich geh rechts rein. Ich geh immer zu zweit. Geh links. Achtung. Geh immer zu zweit und du gehst allein in den Haus rein. Hier ist Kier. Ja, ich wollte ja, dass mir einer hinterherläuft. Kier ist mit M16. What? Rucksäcke sind hier. Alter, ja, bei M16. Warte, Fahrzeug, Fahrzeug kommt. Fahrzeug kommt. Okay, okay, okay. Fahrzeug von Süd. Richtung. Hält die an. Hält die an. Hält weiter. Oh Gott, ey. Jesus, Mann. Alter. Das war ich. Ja, Mann. Hab ich auch gemerkt. Du siehst das doch. Achtung, hier. Komm zurück. Wo? Shit. Ach, da. Alter. Oh, was für ein Scheiß Aiming. Scheiße. Oh, die Stream snipen doch. Erzähl mir doch nichts, ey. Aber 100 Pro am Stream. Ich hab nur einen erwischt. Oh, shit, Mann. Oh, shit, ey. Wo ist der vierte? Wo ist der vierte? Komm. Der fährt mit dem Motorrad rundherum. Das ist wie bei Mad Max, ey. Oh, nein. Shit, ey. Jetzt hab ich mich aufs Killen. Ja, ich hab zwei gedowned, aber... Ich weiß es nicht, Mann. Was chillst du eigentlich drinnen rum? Ja! Hilfe. Timo, hinter dir ist auch noch einer. Draußen, hinter dir. Jetzt. Hm. Was soll's? Ich sterb sowieso. Dann will ich noch einen mitnehmen. Einen hab ich schon. Ja, nehmen wir auch mit. Kannst du mich wieder... Nee, geht nicht mehr. Nee. Nee. Moment, Timo ist doch schon tot. Hä? Ich bin tot. Ach so, die sind noch ausgeblutet. Ach, das ist weird. Okay, alles klar. Ja, ich hab zwei Kills geholt. Ich hätte mich auf den dritten konzentrieren sollen. Ja, nein. Ich guck zum Tür raus. Es sind da fünf Freude stehen da rum. Sei kurz ruhig, sei kurz ruhig. Weird ist noch am... Ist das weird? Ja, das bin ich. Ach, komm, scheiß drauf. Nee, nee. Alles gut. Hier links. Hast du unseren Lieblings-Asiaten in Ruhe? Weitgemäß. Ich glaub, Tim hat er sonst Verbände bei sich, wenn du ihn... Jaaa... Hilft nichts, wenn hier noch welche Leute sind. Da ist er! Nein, du hast keine Mühe gelegt. Ach, schade. Schade. Nein, Gott. Jetzt kommen andere noch. Ey, aber das Spectator lag so ein bisschen. Kann das sein? Ja, okay. So. Jetzt muss ich Spectator... Ach, ich... Weißt du. Ich löste den Server einfach auf. Da gucken wir doch mal. Alter, sind noch verdammt viele Teams am Leben, ne? So, was haben wir da? Gehen wir mal hier hin. Guck mal, die machen... Die haben sich aufgeteilt. Ein Jeep, ein Buggy. Das war die Lust. Raus aus der Zone. Gehen wir mal hier rüber. Gucken wir doch mal, wo es interessant ist. Wo würde er gleich geballert sein? Hier sind wir gestorben. Ah, shit. Da wollten wir hingehen. Und da looten die jetzt schön. Haben schön einen 16 und so. Hier wird geballert. Ich kann nicht hier rauszoomen. Okay. So, er wartet jetzt nicht die größte Caster-Action von mir. Ach, der Steffen. Oh, Steffen ist da. Geil. Demens meinte eben auch, dass er sonst kommt. Dann seid ihr wieder vier vor Ort. Geil. Sehr, sehr geil. So, Love Stick. Baby, Love Stick. Versucht gerade. Quaves. Rap nun klar. Ich bin mal kurz unten, okay? Alles klar. Ich bin wieder. Jo. Wird wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern. Okay. Wie viel leben noch? Oh, 66. Und guck mal, wie sie verschanzen hier mit ihren ganz geilen Waffen. Mann, 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 Mann. Ja, so als Observer sieht das voll aus wie so ein RTS irgendwie. Ja, stimmt. Das sieht echt wie ein RTS aus. Nur man kann nichts machen. Das ist eigentlich nur am Zuschauen. Oh, oh. Okay, das eine Team versucht jetzt hier Love Stick und ein Dick's. Und hat sie überrannt. Überzahl, Bitch. Überzahl. Gucken wir mal, was wir hier machen. Neuansi. Schaut gerade zu. Passiert nichts. Der wird angeschossen. Der ist gerade im Wasser. Schaut sich gerade die Truppe. Ah, Leertasse war es. Genau. Leertasse. Tut sich nichts. Tut sich nichts. Fünf Leute. Wie groß ist der Bereich? Gucken wir mal. Ja, eigentlich müssten die sich mal langsam alle in Richtung des meisten Kreises bewegen. Aber hier ist gerade ein Kle... Wow. Okay, wird langsam kleiner. Ja, es wird langsam kleiner. Es wird alles kritischer. Lord Laserhawk läuft. Also, sie sind alle unten, unterhalb, außerhalb verteilt. Ja. Also, wir müssen alle gleich gut stratzen. Der Erste, der da sein wird, wird sich wahrscheinlich verschanzen und alle, die hinterher kommen, irgendwie wegmachen. Also, ich glaube, hier von Mythen-Metz ist jetzt als erstes im Kreis und wird sich da jetzt verbarrikadieren. Er ist aber alleine. Wie die Lemminge. Schauen. Unglücklich, aber es sind so einige mit Fahrzeugen unterwegs. Da kommen schon die Nächsten. Der Stelle, Ming-Shin-Sin-Fu. Alles klar. Aber anstatt sich irgendwie zu verbarrikadieren und warten, bis die Nächsten kommen, fährt er weiter in die Mitte, hier, von dem Netz. Gucken wir mal. Aber die sind alle noch ein bisschen träge unterwegs. Also, warte. Ah, hier wird... Hier wird geballert, oder? Irgendwo ein Flugzeug gerade mitgekommen. Vielleicht auch. Gucken wir doch mal. Ah, da ist der Flieger. Gehen wir doch mal gleich zur Dropzone. Mein Gott. Ah, Gott, oh Gott. Sorry, Leute. Ich bin mit dieser Einstellung noch nicht so vertraut. Alles cool. Okay. Ah, irgendwo muss hier jetzt doch jetzt die Lootbox sein. Eine Kiste voll Müll. Das sind ja nicht die ersten echten Lootboxen. Ah, okay. Das Team fährt da hin. Bin ich gespannt, was ich da alles bekomme. Und da kommt das Ding langsam runter. Spannend. Schneller. Cool. Ich kann auch in einer Kameraperspektive sprinten. Und das Ding landet... Sind die jetzt alle im... Ne, die sind nicht im gleichen Team. Äh, die umkämpfen das Ding jetzt. Ist noch ein Dach. Okay. Doch looten wird es tatsächlich keiner. Also Hawks und Bierwumpe... Wumpe... Die warten hier oben, bis die Ersten kommen. Um die Kiste zu looten. Kuiarvanis und Co. Die laufen am Strand entlang. Wie die Kickers damals. Yay. Hä, wie die Kickers? Schnelle ich nicht. Mann, hast du Kickers nicht geguckt? Die laufen auch am Strand entlang, um zu trainieren. Ja gut, bei Planet der Affen laufen sie auch am Strand entlang. Ja, aber bei Soldat James Ryan laufen die auch am Strand entlang. Laufen. Laufen. Die wollen die Kiste, glaube ich, nicht. Nein, die wollen... Die wollen das Boot. Derbe, ungewohnt, so Fünfer-Squats zu sehen. Ich denke, da wird immer einer davon, der gehört nicht zum Team im Böhm. Aber... Das Spiel ist auch gar nicht darauf ausgelegt, dass Fünfer-Squats herumlaufen, weil... Da passen ja keine fünf Leute auf das Boot. Einer muss schwimmen. Einer muss schwimmen. Die Kiste scheint sehr... uninteressant zu sein für die meisten Leute. Gucken wir doch mal wieder auf die Mini-Map. Und... Die Zone verkleinert sich. Einige Leute haben es hier nicht geschafft. No need to shout, wird gleich sterben. Skuma. Ach ja. Die werden es alle nicht schaffen. Ja, die Kiste ist anscheinend echt uninteressant für die meisten, weshalb die jetzt eigentlich schon in die nächste Zone laufen. Oh, ich höre Schüsse. Ich höre Schüsse. Bitte. Rolli-Mann ist angeschossen. Oh, Doom-Design ist auch dabei. Nice. Rolli-Mann und Doom-Design. Die kennt man doch aus der Community. Ja, sicher, sicher. Ey, Rolli-Mann, nachladen, Junge. Du hast null Moon. Nichts im Magazin. Oh nein, Doom-Design ist angeschossen. Er krabbelt zu seinen Teamkameraden. Und da kommt er. Oh mein Gott, das ist dramatisch. Oh, der läuft einfach vorbei. Scheiß drauf. Ja, er lässt Doom-Design einfach sterben. Ja, Rolli-Mann. Ey, du hast keine Munition und du läufst ja jetzt einfach... Er holt sich ein Fahrzeug. Er holt sich ein Fahrzeug. Oh, ich glaube, Max hat im TS Boxenhandel. Ich kann mich da irgendwie... Oh, wait, kann das sein? Ist Max drin? Ja, ich höre es auch. Ich höre mich auch doppelt. Doppelt. Oh. Na? Schlenko unterbe... Wenn uns das unterraten wäre, würde der Doom-Design wenigstens noch looten. Ja. Okay. Und? Schlenko? Schlenko? Schlenko, tu was! Oh nee, die sind abgelenkt. Von einem anderen Team. Gucken wir mal hier. Der Beulenknecht wird angeschossen. Oh, der liegt am Boden. Ich beobachte gerade in Kugelblitze. Und er halt... Wird gerade geheilt. Angeschossen von... Oh, Sanatos ist auch wieder dabei. Und... Quä... 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 Quavis. Kugelblitzer steht wieder. Und... Und... Auf wen schießen die? Die schießen auf... Alec Bear. Immer noch ein ganzes Squad. Ah, die sind immer noch zu fünf. Und jetzt kommt die Zone. Und der Kugelblitzer, der macht das nicht. Der Kugel... Schaut euch das an. Schaut euch das an. Wie im Bilderbuch. Oh man, er hat gesehen, wie die Leute panisch in die nächste Zone rennen. Und schnappt sich einen nach dem anderen. Aber hat Sanatos nicht auf der Rechnung gehabt. Wurde jetzt auch erwischt. Sanatos könnte jetzt seinen Kameraden noch heilen und in die nächste Zone gelangen. Nein, macht er nicht. Ciao, Bitch. Alter. Und er rennt, er rennt. Oh, hier oben geht's ab. Hier geht's ab. Da werden Cocktails geworfen. Oh. G.A. Heilt sich, läuft weiter. Weiß aber, dass er ein halbes Team im Rücken hat. Oh, oh, oh. Ah, keine Chance. Zwei gegen eins. Sanatos ist auch down. Alec Biel tanzt an der Zone entlang. Zonenrand entlang. Und wir gehen mal hier rüber. Ja, schön. Und was sehen wir hier? Flugzeug, er ist so laut. Oh man ey, dann werfen wir hier nochmal Loot ab. Okay. Stehen alle vor der weißen Zone. Beobachten. Und hinter denen sind noch welche. Das wissen die ja nicht. Klapp, Spaten und Co. Achtung, Achtung. Da sind noch Moore und Dillus. Gucken wir mal weiter hier auf die andere Seite. Bei Crawley, Crawley. Ja, Crawley, der crawlt, ne? Wurde angeschossen. Und kriegt gleich den Gnadenschuss. Und er ist down. Alec B hat den erwischt. Schauen wir mal weiter. Und da landet die Kiste. Jetzt bin ich sehr gespannt, wer da alles hinrennen wird. Das ist doch schon. Das ist ein Squad. Ein Squad ist an der Kiste. Aber die wissen halt nicht, dass sie theoretisch da hinrollen können. Die werfen Smokes, um alles abzudecken. Joa. Gehen wir mal weiter. Da wird geschossen. Da gehen wir auch direkt hin. Und wir beobachten gerade Kamarin. Derbort. Der hat gerade das andere Team mit... Oh Gott. Roluf, Dark Auto B und LT Smash. Ah, LT Smash. Lieutenant Smash. Im Visier. Er läuft, er läuft, er läuft, er läuft, er läuft. Die Zone bewegt sich. Die müssen alle hinterher. Das ist jetzt eine ganz gefährliche Zone. Das ist jetzt... Jetzt verlieren sie richtig viel Energie. Wenn sie es nicht schaffen... Und dann gehen die down. Okay. Und es sind noch 16 am Leben. Lieutenant Smash lebt auch noch, Dietlars. Und er crawlt und crawlt und krabbelt und krabbelt und krabbelt um sein Leben. Oh, da drüben wird hart geschossen. Scharf geschossen. Gehen wir mal rüber. Okay, Dietlars ist da... Ey. Dietlars ist down. Von Miefen-Netz. Ja, würde es gleich auch nicht lang machen. Und es ist down. Schlenke... Oh je je. Gucken wir mal auf die Karte. Ah. Okay. Im Moment sind es nur, sagen wir mal, zwei Teams in der Zone. Aber die bekriegen sich auch. Schlenke wartet und beobachtet. Bierwampe steht außerhalb der weißen Zone und beobachtet auch. Ich glaube, er weiß, dass da vorne ein Bierknecht ist. Ich glaube, er weiß, dass da jemand ist. Und er schaut hin. Eins, zwei, drei, vier. Und... Dreimal getroffen. Ist sich nicht sicher, ob hinter ihm jemand noch ist. Oh, oh. Er wird auch beschossen. Die wollen die Kiste. Er will die Kiste. Er will den Loot. Er will... Ich bin mir nicht sicher. Schaut er sich alles an. Gleich werden wir bis... Oh, was hat er da? Eine Schrotflinte hat er da einen gesackt. Oh, das ist doch... Oh, das ist doch das fette MG. Okay. Amgo 249. Will er nicht haben, ne? Ist das ein Scharf? Okay, er läuft mit der UMP wieder weg. Er sieht die. Und down. Weg ist er. Geht er down. Und es sind noch acht am Leben. Acht am Leben. Gehen wir mal... Gucken wir, ob Luten Smashes schafft. Okay, jetzt noch gerade in die Zone geschafft. Nächster Punkt wird angezeigt. Bollenknecht am Boden. Sein Kamerad ist aber zur Stelle. Gucken wir mal weiter. Kleines Hütchen. Und wenn wir es uns jetzt mal genauer anschauen, werden wir sehen... Alter. Offenes Feld. Offenes Feld. Die haben einen kleinen Vorteil, weil die jetzt hier die kleine Hütte gefunden haben. Luten Smash und Bierwampe sind leicht im Nachdenk. Wobei ich behaupten würde, Bierwampe ist ein Vorteil, weil er besseren Waffen hat. Und den Höhenvorteil. Er kann von der Position aus die beiden Teams besser beobachten. Laserhawk und Neonk sind das einzige Team, das noch aus zwei Leuten besteht. Ich weiß gar nicht, ob die Luten Smashed sehen. Bierwampe nutzt den Vorteil und beobachtet jetzt. Klickt mal mal zu oben rüber, ob der die sieht. Ja, er nimmt erstmal einen Energydrink. Boostet sich erstmal ein bisschen auf. Wartet ab. Läuft wieder weiter. Oh, Luten Smash könnte es tatsächlich machen. Ne, noch so viel Energie. Neon Sea ist down. Könnte noch wie weit werden. Bierwampe? Ich sag, Luten Smash macht es. Okay, Fünfer. Fünfer? Was denn? So viel verdiene ich nicht. So viel verdienst du nicht? Da sagen wir ein Euro. Ein Euro. Ich gebe dir ein Duplo. Okay, ein Duplo. Ein Duplo, gut. Komm, Bierwampe. Luten Smash, komm. Luten Smash, Luten Smash macht er. Er hat ja seinen ersten Kill jetzt gemacht. Aber Bierwampe hat das bessere Equipment. Ich kann mir aber vorstellen, Lord Laserhawk macht das, weil wir jetzt auf die anderen wetten. Oh, Mann. Kamer, oder? Oh, nein, nein, nein. Okay, der ist down. Oh, jetzt kommt es zum Showdown. One on One, Luten Smash gegen Bierwampe. Luten Smash. Luten Smash, du es. Okay, Bierwampe wirft einen Cocktail. Noch einen Cocktail. Oh, der kam aber gar nicht so schlecht. Bierwampe krabbelt weiter voran. Luten Smash krabbelt und weiter. Bierwampe macht sein Tänzchen. Komm, Baby, bring doch mein Duplo. Oh, beide legen sich hin. Beide haben sich hingelegt. Beide haben sich hingelegt. Alter, Luten Smash, hat er überhaupt irgendwas dabei? Equipment-technisch? Weiß nicht, spektate ihn noch mal ein bisschen länger. Das ist viel zu spannend. Wenn ich jetzt auf ihn raufgehe, wir müssen auch in dieser Position bleiben. Es ist ein One on One. Es ist sehr spannend. Die Zone schließt sich gleich wieder. Oh, oh. Luten Smash. L.T. Smash. MVP, Mann. Drei Kills. Du, Blo, Du, Blo, Du, Blo. Ja, geil, Mann. Sehr, sehr geil. Das war eine sehr, sehr schöne Runde. Und wir gehen jetzt erst mal kurz in die Werbung und holen uns wieder neue Leute dazu. Steffen ist jetzt auch am Start. Timo ist jetzt wieder ready. Ich muss gleich noch arbeiten. Du musst noch arbeiten, okay. Alles klar. Alles klar, ist gleich Thomas. Also denn, wir sehen uns gleich. Und wir werden gleich wieder ein ganzes Team sein. Und zwar nicht zu viert, sondern zu fünft. Herr Olli setzt sich hier gleich wieder an den Custom-Server und wird es dann auch wieder hervorragend kasten. Wir warten jetzt auf ihn. Jetzt ist Clemens noch dazugekommen. Hallo. Also, ihr werdet uns gleich alle sehen. Und da ist er doch schon. Aus seiner Mittagspause. Beeil dich, Junge. Komm. Komm, komm. Die Leute wollen hier joinen. Ihr habt mitbekommen, was das Passwort ist? Ja. Ich brauche noch kurz. Ich muss mich hier noch anmelden. Ich schreibe es noch kurz in Slack rein. Ja, in drin. Ja, da wägt ihr jetzt mal nach oben. Ist nicht so gut, ne? Habt ihr ihn gewonnen? Natürlich nicht. Ich ticken den alle. Was für einen Platz habt ihr denn gemacht? Oh, weiß ich gerade nicht. Hab ich wieder vergessen. Ist mir zu peinlich. Verdrängend. Unangenehm. Ist unangenehm. Unangenehm. Äh. Was habt ihr Einser? Mach mal. Nee, ich hab's gerade einfach nur gestartet. Du kannst sie jetzt noch einstellen. Ah, okay. Ich hab das Passwort schon hier in Slack geschrieben. Kann man das noch ändern jetzt? Unsere Boys wissen Bescheid. Wir machen Fünfer-Squats jetzt, was? Fünfer-Squats. Ja. Soll ich noch irgendwelche Parameter umändern? Nee. Soll ich es irgendwie lustig machen? Was wir machen können, ist halt vielleicht eine Zombie-Runde. Wer ist mit nur Sniper-Rifles? Nur Granaten. Habt ihr den Server schon gefunden? Nee, ich refreshe nochmal kurz. Was sagt denn der Chat? Vielleicht will der Chat irgendwas Lustiges haben. Nur Schrot finden, nur Crossbows. Ich weiß auch nicht. Ich kann es gerade auch nicht. Ich kann die Kostüm-Anzahl auf dreifach stellen. Dann gibt es nur Kostüme. Nur Kostüme. Keine Sniper, sagt der Chat. Only Granaten. Keine Sniper. Only Granaten wäre sehr lustig. Nur Boxen und Granaten schmeißen die ganze Zeit. Nur Autos. Nur Pfannen und Autos. Das wäre lustig. Schnellere Zonen. Nur Pistolen. Max soll mitspielen. Ja, Max. Hat Max eben geschrieben, dass er mitspielen soll? Nee, der Chat schreibt es eben, dass sie Max wollen. Wir wollen Max. Hat Max schon mal gespielt? Oder wollen sie Max... 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 Power. Max Snipers. Warte, ich bin gleich drin. First Person schreiben viele, ne? Echt? Das habe ich noch kein einziges Mal gelesen. Ja? Wirklich? Ah, nee. Geht. Du spielst immer First Person? Echt? Ach, komm, wir machen Stani mit Fünfer-Squads. Sollen wir denn das Passwort raushauen, oder was? Nee, das Passwort sollten wir noch nicht raushauen, weil Clemens noch nicht drin ist. Aber wir sind doch schon zu... Warum sind wir dann schon zu fünft? Warum brauchst du denn das Passwort 7? Warum sind wir dann schon zu fünft? Machst du auch so was per E-Mail? Wer ist denn die fünfte Person? Ähm, weiß ich gerade gar nicht. Achso, das ist... Das ist Tim. Ja, dann muss ich Sechser-Squads machen. Dann kannst du Sechser-Squads machen, aber... Dann müssen wir alle ins TS... Wer hat noch kein Mikrofon? Wir haben auch, glaube ich, keins. Also der Chat sagt, First Person ist für gute Spiele. Also nicht für uns. Ja. Nee. Also... Ja, mach immer. Okay. Na gut, dann mach ich wieder fünf. Die Fünfer sind ja alle jetzt abgebaut worden, oder? Leider. Das ist, äh... Er hat Tattoo-L und sowas. Timo ist auch raus. Er ist raus? Du bist auch raus. Ich bin nicht raus. Achso. Weil du so aufstehst und so tust. Ich guck nur, ob hier noch irgendwas rumfliegt. Was suchst du denn? Funke. Für? Clemens. Clemens? Okay. Tja. Sollen wir jetzt trotzdem schon mal das Passwort raushauen? Ja, mach mal. Zock mal. Was ist denn das Passwort? Das Passwort ist kleingeschrieben. Bohnenpaste. Bohnenpaste. Essen? Essen. Das haben wir jetzt gemacht. Steffen gemütet. Diesmal gibt es wirklich einen Steffen. Nicht nur so einen Alibi-Steffen wie mich. Nee. Oh, warum bist du mir gemütet ist Teil? Paste. War gemütet. Ja, und? Da kommen schon die Leute. Check das doch. Vielleicht ist Xamathos wieder. Das ist mein Job, das zu checken. Ja. Xamathos. Jeder ist für seine eigene Funke verantwortlich. Der Bollenknecht ist wieder dabei. Entschuldigung. Wer ist denn noch alles dabei? Es ist wieder Rollimann dabei, der dann hier Doomdesign in den Sticht lässt. War das eben so, ja? Ja, das war wirklich so. Das war witzig. Ja, das ist der Doomdesign. Doomdesign ist wieder drin. Mr. Maymay. Ist auch wieder dabei. Xamathos ist auch dabei. Gruppe 18. Xamathos. Gruppe 18. Also wir machen das gleich so. Einer von uns markiert. Das enorme Lineal ist am Start. Wir springen einfach nach Gefühl. Wir sagen nicht an, wann wir abspringen. Das ist ja die Biggest geworden, ne? Ja. Das ist einfach der beste Nick. Hey, Lieutenant Smash. Nein, das enorme Lineal ist mit Doomdesign in einem Squad. Was machen wir jetzt? Eine normale Runde, oder wie? Bitte? Machen wir jetzt eine normale Runde, oder was machen wir? Also wenn wir es schon nicht normal schaffen zu gewinnen, dann macht es keinen Sinn, die Regeln zu verändern. Wollt ihr noch hier ein TS rein? Wir haben hier noch Tim im TS. Tim ist ja auch bei uns im Team. In welches TS denn? Rocketspeak? Du bist bei uns im... Nein, Tim, du bist bei uns. Da reinkommst du eh nicht mehr, ne? Oder in hier, oder was? Ja, genau. Musst du uns... Du musst mich muten, ich muss dich muten, damit wir hier kein Echo bekommen. Ich kann den kompletten Team-Speak-Sound muten. Ah ne, dann hört er mich nicht. Das ist natürlich Quatsch. Äh... Ich... Muten... Also wie geht das jetzt? Muss ich jetzt Team-Speak-Sound... Aber Tim lass ich an. Tim musst du anlassen, ja, damit hier auch Zuschauer Tim hören kann. So muss ich in den TS rein. Was muss ich machen? Du musst... Muten, oder? Du musst Oli muten und mich muten. Weiß gar nicht, welchen Account ich soll denn? Wir sind doch schon voll. Soll ich den Server starten? Mal jetzt, ne? Mich musst du auch gleich muten. Der hält mich grad so doof. Gaming A... Warum ist denn Max Damage drin? Weiß nicht, warum der da rumhängt. Ey, wie heißt ihr denn alle? Ich bin LOL Flo. Ah, okay. LOL Flo. Gaming A und dat Oli musst du muten. Nicht Max Damage? Ne, Max ist einfach so dabei. Ich hab auch keine Ahnung. Wer bin ich denn hier? Du? Ich bin ja noch gar nicht drin. Du bist Gaming A. Spiel geht los. Ich bin Gaming A. Du bist Gaming A. Wo bin ich überhaupt? Geh mal raus. Ich bin Max Damage. Ach, du bist Max Damage. Du bist Max Damage. Das ist ja klar. Hast du gerade gerade wie immer muted? Hast du schon gestartet? Oli? Ja, hab ich. Oli wer? Ich klicke aber nochmal drauf. Xavier. Alright. Ich klicke aber nochmal drauf. Jetzt geht's. Soll man nicht machen eigentlich, ne? Aber wenn's funktioniert... Ich hab fünfmal drauf gelungen, beim fünften Mal ging's. Wenn das der Marco hört. Marco. Podo. Hallo Tim. Guten Tag. Hallo. Hallo. Okay. Wollen wir dich um einen Centipede? Da ist er, da ist er. Wer boxt sich da? Wieso verstellt's eigentlich immer meine Steuerung? Ja, ich muss die umstellen, weil jemand meine Steuerung immer umstellt. Logisch, ne? Aua, ich werd in den Hintern geschossen. Au, au, au. Dein Booty. Booty, 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 Booty. Shake your booty. Shake your booty. Wie ist eigentlich mein, ähm... Dein Arsch? Der Form. Mhm. Oh Gott, da brennt alles, da brennt alles. Wie flüssig das Spiel laufen kann. Tee ist in-game. Hallo, 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 hallo. Ton. Hörst du die alle? Drücken, um zu sprechen. Sprachkanal. Alle. Oh Gott. Oh Gott, um zu sprechen. Hallo, hallo, hallo. Jetzt können mich alle hören. Oh nein. I'm a snake. Follow me. Ich springe ihn zu mir auf. Tschüss. Das ist die schlechteste Schlange, die ich jemals gesehen habe. Welche Schlange? Oh! Okay, wer ist uns Käpt'n? Wie, der Fernseher bei uns gerade aus? Okay, du bist Käpt'n. Scheiße. Steffen ist Käpt'n. Du magst und wir springen nach Gefühl. Ach, Herrgott. Okay, long drop. Schon was markiert? Ich bin grün. Ach, ich hab's nicht gesehen. Und wie kommen wir da hin? Ich hab gesagt, dass wir nicht raus... Willenskraft. Willenskraft. F drücken. Jetzt? Jetzt? Sofort schon F und... Wirklich? Ja, das ist ein long drop. Wie... Noch nie gemacht. Und jetzt immer zwischen 30 und 40 kmh sein. Weil die immer so ein bisschen rumwackeln. Steffen hat's echt drauf, ne? Steffen... Steffen knows best. Wieso krieg ich eigentlich immer das Licht in die Fresse und alle anderen nicht? Ich krieg auch gerade Licht in die Fresse, Mann. Ich krieg überhaupt nichts in die Fresse. Ich geb dir... La 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 la. What? Unser Forscher-Monitor ist übrigens ausgegangen. Ja, ich mach ihn gleich wieder an, wenn wir Zeit haben. Zeit haben. Wenn wir diese long drops, ne? Ey, bis wir unten sind, hat uns der Kreis getötet. Ja. Das ist doch viel zu weit weg. Nein. Ja, Steffen knows best. Mal gucken, ob hier noch ein Auto ist. Ja, ist einer so... Fünf-Sitzer vielleicht. Habt ihr mal geguckt, ob hier in der Nähe jemand runter ist? Ja, links von uns da... Links unten ist... Ich glaub, die sind recht uninteressant. Links unten ist einer. Links von uns. Oh mein Gott. Seht ihr den? Ja, das... Schau mal, da wird schon einer vom Fahrzeug überfahren. Makaber RBTV. Ich dachte, das wäre Streiter von uns, ey. Nee. Gotta believe. Gotta believe. I believe in love. Ich komm da hier nicht hin. Ich bin scheiße geflogen. Ich land jetzt hier unten. Ich mach jetzt... Die Liebe zwischen Mann und Frau oder die Liebe zu einer kubanischen Zigarre? Ich mach jetzt den Ede. Oh nein, hör auf, ey. Ich bringe euch Liebe. Da läuft schon einer. Okay, fuck my life. Wirklich? Ja, bei mir, wo ich runterkomme. Der ist aber alleine. Kurses Licht aus. Nice. Ich renne jetzt zu euch. Okay, ich hab's nicht ganz geschafft. Aber es war nicht schlecht. Ist das ein Auto? Oh nein, der überfährt mich. Oh shit, Olli. Nee, er fährt weg. Er hat mich nicht gesehen. Aber wenn du stirbst, ist gar nicht so schlecht. Er hat mich nicht gesehen, hat mich nicht gesehen. Er kann das backdick. Dann können wir Scream schnaipen. Ich kann jetzt hier alles lupen, weil er nicht weggefahren ist, ey. So ein Trottel. So ein Trottelkopf. Pistolero. Oh no. Oh, die Zone ist... Mmm, Zucker. Oh, hier ist noch eine Polizeiweste bei mir. Ich hab eine Polizeiweste 2 eingesackt. Yeah. Oh, jetzt ist es so gut. Oh, hier fährt wieder einer. Oh, hier kommt ein ganzes Auto angefahren in eure Richtung. Voll gepackt? Ja, voll gepacktes Auto kommt jetzt auf euch zugefahren. Sehr gut. Das ist super. Schlechtes Time. Oh Gott, ich hör's. Ich hör's. Ich hör die Bitches. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Es kommt wieder zurückgefahren. Jetzt. Oh Gott, das hält genau vor mir an. Sie sind alle ausgestiegen. Oh, ich bin tot. Ich hau ab. Oh shit. Ich kann dir irgendwie nicht glauben gerade, Olli. Nein, Mann, die sind hier. Ich hab das Fahrzeug gehört. Die fahren weiter. Die fahren weiter. Jetzt ist absolut nichts zum Lupen. Was machen die da? Ah, jetzt haben sie mich. Die wissen, dass du da bist. Es ist nur einer in seinem scheiß Auto und der fährt hier rum wie so ein Affe, ey. Komm noch, ich hab ne Pistole. Komm noch her. Pistole. Komm noch her. Shit. He wants your D. He wants my P. Oh, Moment. Sie macht die Sache nicht besser. Oh, Lieutenant X. Bratwarn hab ich auch. Soll er mal kommen. So ein Besiegler. Ich bräuchte mal ne EMG oder so ne Scheiße. Echtes Gewehr, Mann. Oh. Eine Gebete wurde erhört. Der guckt doch zu, ey. Der fährt hier im Kreis um mich rum. Wie so ein Bekloppter. Aber es ist mir ganz recht, solange er nur hier rumfährt und sonst nichts macht. Aber hier ist auch nichts. Habt ihr schon irgendwas? Ich versuche jetzt gleich zu euch zu kommen. Arschloch könnte 740. Jetzt nichts mehr. Also auf der Kirche ist noch ne M16. Ich hab mal ne Schrotflinte wenigstens. Ja, O&P. Wenn der ausgestiegen ist, versuche ich sein Auto zu klauen. Aber er ist, glaube ich, weggefahren. Wählt doch einfach Freunde. Ja. Ich hab jetzt neue Freunde. Was rauscht hier so krass. Ja, es regnet scheiß Wetter. Ich komme zu euch. Ich bringe euch Liebe. Ich bringe euch Liebe. So, wie sieht die Zone aus? Perfekt? Hm? Ist ja geil. Ja, die Zone ist perfekt. Alter, Achtfachsucher. Ohlen der neue Trump, sagt der Chat. Ohlen der neue Trump? Warum der neue Trump? Gefällt mir. Ich brauch doch keine Mauer. Du hast Liebe und Frieden mit dem Feind. Oh, wir sind ja wirklich richtig geil. Vom Kreis her. Glück? Fragezeichen? Na, ich würd mal sagen. Schicksal. Ich darf nicht wusste es. Hacker Man. Ach komm. Der geht euch jetzt alle mit seinem Auto, sagt der Chat. Ja. Chat nicht hilfreich. Chat ist immer hilfreich. Nein. Chat ärgert mich. Oh, mimimi. Ich bin wirkt. Der Chat ärgert mich. Ja, da steht noch ein... Wahrscheinlich, weil du der Chat bist. Ja. Hier steht noch ein Auto, falls wir eins brauchen. Ich hab geschossen. Tschüss. War nur ein Steffen. Habt ihr schon alles weggelootet, oder kann man hier noch was Sinnvolles bekommen? Weil ich hab prinzipiell... Kriegst du Reste knarren? Ja, die reichen mir vollkommen aus. Ich hab eine Pistole und eine Schrotflinte. Ja, das sind Reste knarren. Ich hab, äh... Hier ist aber noch ein Haus. AKM, wenn du Bock hast. Ich hab Bock. Aber ich geh noch hier in das blaue Haus rein und guck mal, ob hier irgendwas abgeht. Ah nee, ist auch schon gelootet. Schweine. Bist du überhaupt? Äh, bist du überhaupt? Hier war schon jemand. Rocket Beans TV bist du. Ich bin... Ja, das ist Rocket Beans TV. Gott sei Dank bin ich nicht Rocket Beans TV. Der Laden schon längst. Also Rocket Beans TV. Rocket... Rocket Beans. Oh. Na. Wer hier überhaupt jemand ne Armst? Wo sind die AK? Drops? Oh geil, hier ist noch Polizeiweiße Level 2, wenn jemand braucht. Das war Munition. Ah, danke. Hier liegt ne UMP. Ich markier die mal, wo die ist. So, ganz nah ran zoomen. Und genau da, ich bin da. Ich bin roter Punkt. Der rote Punkt. Die rote Gefahr. In der ersten Etage. Oh, ein Helm. Crowbar. Oh, ne UC wieder. Oh. Oh. Was sehen wir in den verzückten Augen da? Ne M16. Oh. Ali, willst du auch ne M16 haben? Du kannst es haben. Ne, ich hab ne AKM. Ich hab ne AKM. Ich brauch den M16 nicht. Mimimi. Ich bin euer. Ey, was soll denn jetzt dieser... Das ist aber Dämonie. Hate. Das ist kein Hate. Das ist ein Hommage. Hommage höchstens. Hommage, ja. Hommage. Das wissen halt alle mittlerweile, wo wir sind wahrscheinlich wieder, ne? Ja, weiß jeder. Hier, äh, Tim. Das ist ja geil. Wir verschwachsen für uns. Hast du die... Ja, was hab ich bekommen. Hast du die besser angesagt? Gesagt. Sagt. Sagt. So. Tim singt. Mach, dass er aufhört. Okay, ähm. Lass ihn singen. Let him sing. Ich hab Zweifachsuche. Punkt Visier. Let him sing. Ich fang nicht an mit der Eiskönige. Für die AKM bräuchte ich einen Aufsatz. Oh, noch einen Zweifachsuche. Will jemand haben? Ich bräuchte irgendeinen Aufsatz. Ja, komm her. Ihr kriegt einen Zweifachsuche von mir. Warte mal, ich mach noch die Kugelschlaufe an meine Schrotmitte, was nicht geht. Hat irgendwer schon einen Sniper? Nope. Nicht wirklich. Wo bist du denn? Warte, ich markier mich mal. Ich seh dich schon. Gazinga. Gazinga? Oh, hier ist noch eine M16, nehme ich die M16. Dass die, die da liegen gelassen hast. Ne, ne, ich hab eine M16 nicht genommen. Ich hab die Schrotmitte für liegen gelassen. Ah, hier ist auch keine Munition dafür. Also drauf geschissen. Hat jemand 7mm Munition? Ähm, liegt hier in dem Haus, wo ich bin. Röckebeens, da bist du ja. Röckebeens? Röckebeens. Ich komm wieder rüber. Willst du Suche haben? Du musst dich selbst aufhäblich. Und sieben und sieben Millimetern Munition. Hier, hier gedroppt. Grazie. Äh, drob likes hot. Haben wir schon da gesagt. Ja, ja. Hier ist noch ein zweier Helm. Leider. Hier ist noch eine M16. What? Ne, ich hab was. M16 für alle. Energy Drinks hab ich. Ah, es läuft. Rucksäcke sind hier noch welche. Level 3 Rucksack. Wer jemand? Jo, wo, 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 weißt du wo? Ich mag hier mal. Wo, 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 wo. Oder bist du richtig, Timo? Hier drin? Ja. Einen Tisch. Ne, 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 ne. Auf den Tisch. Unter dem Tisch. Hammer. Nice, ne? Eigentlich könnte der Endkreis gleich hier. Oh, oh. Ich hab einen Vierfachsucher gefunden. Ne. Willst du, ich kann dir noch einen Zweifachsucher geben, wenn du möchtest. Doof. Ne. Willst kein Trostpreis? Gar nix. Wieso, ihr habt doch noch eine. Also, wer ein echtes Snipergewehr hat, den geb ich gerne mein Visier ab. Ich hab einen Achter. Was ist ein Achter? Hast du der Großvisier, oder was? Ich bin der Großvisier. Töte mich. Nenn mich. Wie hieß der nochmal? Okay, wir sind schon in der Endzone, ne? Jafar. Ist euch klar. Alkazone, wollte ich sagen. Nein, Jafar. Ey, hier wollte ich reinsteffen. Okay, Boys. Hast du vielleicht in Sanitätskasten übrig? Ich hab noch in Sanitätskasten. Oh, ich hab gar nichts zum Heilen. Ich hab sehr viel zum Heilen. Ich hab drei Erste-Hilfe-Koffer, Verbände. Warte, warte. Oh, kannst du mir einen Koffer geben? Das wär nice. Ja, klar. Ich will einen Koffer haben. Nein, ich hab dir erst gefragt. Jetzt frage ich mal. Kannst du Schmerzmittel einmal von mir haben? Das hab ich bisher noch nicht klären können. Wie teile ich das denn eigentlich auf? Mit Steuerung gedrückt halten und dann rausziehen. Ich bin hinter dir. Cool. Was ist hinter mir? Abbruch. Alles klar. Steuerung. Gut. Und dann eins eingeben und fallen lassen. Da ist es. Sinks. Hä? Wart ihr schon in der Kirche? Nein, hier ist keine Kirche. Doch. Es gibt mehrere Kirchen auf dieser Karte. Der Drop kommt für uns. Kommt er? Oh, oh. Ludi, Ludi, Ludi. Jetzt. Komm, 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 komm. Wie die Geier werden wir uns draufstürzen, wenn er kommt. Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich weiß nichts. Nee, da ist nichts. Hat der gar nichts fallen lassen oder irgendwo weiter vorne? Mega lame. Gar nichts fallen lassen, irgendwie gefühlt. Okay. Die liegen immer noch sehr gut, ne? Ja, das ist halt. Bleiben wir halt so. Predicted. Ich glaube, es kommt was. Oder? Äh, Hallus. Wer hat Hallus? Der Chat sagt, man weiß eh, wo wir sind. Man sagt, man den Stadtnamen her voll sieht. Oh, pfu. Hey, warum sieht man den? Kann nicht sein. Ich weiß nicht, du wolltest dir den Vorschau-Montjoe anmachen. Hast du das bisher nicht gemacht. Ich kann nicht. Ach, Clemens ist doch da. Nein. Okay, ich habe hier noch zwei M16s. Ja, ich komme zu dir. Okay. Hier ist eine. Und hier nebenan ist auch eine. Ich brauche immer noch 7mm Munition. Brauchst du Moon dazu? Ich gebe dir ein bisschen Moon. Gar keinen. Guck mal. Das ist ja cool. Hat er irgendwie Aufsätze für eine M16 oder so? Vorne, wenn es geht? Also kann niemand 7mm Munition troppen? Ich habe keine. Ich habe 7,6 vor, weil ich die Luft insgesamt habe. Wo? Auto? Ja, wo? Wo denn? Nordwest, Nordwest. Feuer! Dreh, dreh, dreh. Nordwest, Nordwest, Nordwest. Wollen wir raufballern? Nee, warte doch erst mal. Nee, nee, nee. Oh, ey. Ich bin Trigger-happy, Mann. Trigger-happy, Trigger-happy-Digi. Wer kennt das denn noch? Am besten über den Voice-Chat. Ich sehe ihn immer noch sehr gut. Da kommt ein Drop. Da kommt ein Drop. Wie bei 21 Jump Street, ey. Ich werde mir den Scheiß-Drop so holen. Wo ist der Drop? Alter, das ist aber extrem weit weg. Ich werde mir die... Der ist doch wirklich im Wasser. Oder ist auf dieser fucking Insel da. Ist es auf dieser Insel? Aus dem Weg, ich hole den Loot. Michael Oliver Phelps. Wenn es eine Sache gibt, die es gut kann, ist es schwimmen. Ich glaube, ich bin der schlechteste Schwimmer auf der Welt. Es ist mitten im Wasser. Ich gebe dir die Decke. Kann man eigentlich unendlich schwimmen? Du juckst auch unter den Fingern, Timo. Ja, mir juckt es auch. Du kennst mich. Ich bin vor dir im Wasser. Aber Olli hat schon gecallt. Ich werde wahrscheinlich einfach verrecken bei diesem Drop. Okay, wir müssen mal gucken, wie die Zone sich bewegt. Ja, Zone braucht noch ein bisschen. Fahrzeug, Fahrzeug. Go, Olli. Von wo? Ich höre was. Das ist so weit weg, forget it. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist wirklich sehr weit weg. Das kommt mir aber erst jetzt in den Sinn, wo ich einfach schon am Wasser bin. So, mh, das ist aber weit weg. Hier ist aber auch kein doofes Boot. Nee, ne? Oh, ein Boot wäre eine gute Idee, das stimmt. Hier ist aber echt nichts. Ist Richtung Westen ein Boot? Oh Mann, der ist aber echt gar nicht so weit weg. Ich glaube, ich versuch's doch. Ich versuch's doch. Anstatt hier die ganze Zeit rumzudüddeln. Ich bin so ein greedy Arsch. Den seh ich noch nicht mal hier. Was habe ich eigentlich für eine Distanz eingestellt? Echtweite hoch. Schwemmi, schwemmi. Schwemmi, schwemmi. 200, 500 Meter kann ich damit einstellen. Okay. Oh, hier kommt was. Da kommt was. Achtung, Auto. Soll ich zurückkommen? Auf der Straße auch wieder wie vorhin. Ich komm zurück. So, ist das der Gleiche? Das ist immer noch der Typ, der braucht das, glaube ich. Oh, da kommt wieder direkt über uns. Vielleicht haben wir jetzt mehr Glück. Zu zweit unterwegs. Komm mal, hier aufs Dach bitte. Komm, direkt vor mich. Du einmal hier aufs Dach. Ich bin direkt unter dem Flugzeug. Bitte mal einmal hier aufs Dach. Danke. Ich hab den Visier. Guck, 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 guck. Jetzt. Nee, nee, die fahren immer noch. Nee, die haben angehalten. Nein, die fahren immer noch. Guckst du, woher? Oh, ich komm direkt hier. Der Job kommt direkt. Oh, ich bin der Erste. Shotgun, Shotgun. Miep, miep. Nicht, wenn ich zuerst bin. Die wegemissen uns auch ein bisschen hier. Umgucken. Wo ist er? Er landet direkt auf meinem Kopf. Hau ab, Wirt. Ich schieß dir ins Gesicht. Ich schieß dir in den Hotschatten. Geil. Haut alle ab. Da kann doch sowieso nur einer ran. Was macht ihr denn? Das würde ich sein. Alter, ich töte dich. Tim. Ich bring euch was mit. Ich bring euch was mit. Trag mal vier Gewehre. Da ist eh immer noch ein Gewehr. Guck mal, ich bin doch direkt da. Entschuldigung, das ist super greedy von mir. Es tut mir leid. Du kommst in die Hölle. Ja, ich weiß. Oh, man. Geil, ey. Gute Lieferung. So hin jetzt da. Ich bin schon da. Und gleich machst du bäng. Ja, so wie vorhin. Ein Olli weniger. Oh, M249. Nimm die mit, man. Weg mit der Schrotze. Von der Lila Jacke. YOLO. Lila Jacke? Alter. Ich sag das doch. Ah, Toter. Oh nein. Lauf. Von wo? Ja, gib Feuer. Ey, die scheiß Pfanne hat mein scheiß Leben gerettet. Bei West. Aus Westen. Tötet sie. Achtung, von hinten auch. Von hinten? Das weiß ich gar nichts mehr. 105 oder so. Was heißt, beim West, beim Haus oder was? Warum seh ich die nicht? Ich seh die auch nicht. Ich seh sie auch nicht. Hat jemand eine Rauchgranate oder so? Gibt's doch nicht. Ich muss die doch sehen. Ich hab einen Monatof. Ich muss mich kurz verarsten hier. Wen hat's alles erwischt? Wen hat's alles erwischt? Niemand. Ey, die Pfanne hat ungefähr drei Schüsse abgewehrt oder so. Oh, habt ihr die Rauchgranate gebraucht? Ja, ich hab die. Okay, wir sind außerhalb der Zone. Ja, wir müssen in die Richtung, von der ich beschossen wurde. Ja. Ey, Tim, wo waren die? An dem Haus? Es ist ein Fehler gewesen, da hinzurennen. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Fehler war. Nein, es war alles gut. Ich bin verwirrt. Ich komm mal zu euch. War nicht mal eine AWM drin. Es ist alles zu heiß hier. So geht das nicht. So, sammeln. Ich hab hier noch einen Rotpunkt. Wo sammeln wir uns jetzt? Komm noch mal rein. Wenn ich hinter dem Baum herkomme, bin ich tot. Ach, Quatsch. Ich hab Schmerzmittel für dich. Komm her. Hey, auf. Wie? Hört ihr es auch? Steffen am. Flugzeug? Huh, ich hab's geschafft. Hm. Okay. Da müssen wir hin, ne? Ist die da? Wir haben Zeit, Boyle. Ich glaub, ich hab ein Fahrzeug. Hört ihr es auch? Ey, Olin, komm mal hoch hier. Da kannst du schön snipen mit deinem Ding. Mit meiner M249? Ach so, ist das ein... Das ist die fette MG. Was ist die MG? Ach, ich hab... Das hat verstanden. Ich snipe kurz. Oli. Was? Wo? Schmerzmittel. Hier. Thanks, Bro. Das sind bestimmt die Typen gewesen, die zweimal an uns vorbeigefahren sind. Oh, da fährt ein Auto 210, fährt den Berg runter. Alles klar, Feuer. Nee, fährt Richtung... Das ist ewig weg. Fährt auf die rechte Seite irgendwo. Ja, wann müssen wir vorrücken, ne? Noch nicht, oder? Haben noch Zeit? So. Alle leben da noch viele. Ja, es leben mal wieder mega viel, Leute. Ja, bringt ja nix, ne? Was chillt hier? Das ist ja krass. Alle auf einem Batzen, ja. Ja, wir sind ein Haufen Glücks. Wir sind am Batzen. Komm, ich lock die Schüsse auf mich. Vier Männer ist ein Squad, fünf Männer ist ein Batzen. Okay, Stefan und ich sind die Vorhut. Okay, ich snipe denen alles weg. Ich kann mich nicht hinlegen. Funnel for the wind. Wie sind die Einstellungen hier am DMPT? Das konnte ich vorhin auch nicht, weil es auf Z ist. Und Z macht er nicht. Wahrscheinlich, versuch mal Y. Wenn das dann auch nicht macht, dann musst du es auf eine andere Taste legen. Okay, ich komme zur Luftpumpe. J, C, G, 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 G. Geh einfach STRG und tu es mal auf G oder so. Ich habe es auch auf G, das funktioniert. X, STRG, ALT. Vielleicht stellst du es mal einfach ein? Nee, lass lieber alle Tasten auf der Tastatur einmal drücken. Gucken, ob es funktioniert. Das geht nicht. Mach es auf G, das funktioniert bei mir auch. Ja, das geht. Das ist alles super. Echt? Okay. Ach, okay. Fress mir, stell die Kacke hier ein. Wo sind denn die alle? Keine Ahnung. Jemand Bock auf einen Corny Erdbeer? Ooooooooh. What up? Kriegsverpflegung. Wir sind das schlechteste, das allerschlechteste Squad der Welt. Ey, danke mal. Okay, lasst aufteilen, lasst aufteilen. Ey, will jemand einen Corny Erdbeer? Ja, ich. Ey, Clemens, MVP. Wollen wir alle da? Halt auf mich. Halt auf mich. Es gibt Leute, die sich um ihr Squad kümmern. Und es gibt Leute, die sich um ihr Squad kümmern. Ich kümmere mich um meinen Squad. Okay, und die Schüsse, die auf Olli gerade gingen, reden wir jetzt einfach? Ich weiß nicht, wo die sind. Die waren hier vorne, aber da ist keiner mehr. Das ist eine schöne Stadt da. Vielleicht sind die auch weit. Guck mal, hier haben wir doch einfach die Premiumposition, oder? Schon ganz geil, ja. Ja, dann bleiben wir hier. Wo denn, Tim? Wir brauchen so eine Zahl, Digga. Wo ist er denn? Wo denn? Wo ist eine Zahl? Sag doch was. Na da, wo er hinguckt. Wo er hinguckt, ey. Ist er tot? Ah ja, nice. Aber er hat halt vier Mates. Alter, was macht er? Tim, du musst eine Zahl sagen, wenn du das sagst. Das Geist ist hier. Nicht hier und nicht. Hier, da, wo ich hinschaue. Kontakt, Kontakt. AFK, glaube ich. Okay. Oder hat fünf Leute gesehen, dass das so. Du musst aufpassen, dass bei dem Haus hier vorn ist, weil, was das, Nordwesten, wo keiner drin ist, ne? Sollen wir jetzt zum Haus gehen? Oh, drop. Au, der kommt aber wieder gut. Lass die Leute töten, die den holen. Danke, Clemens. Also, wir erst mal das Haus checken. Ja, lass mal das Haus checken. Was ist denn mit dem Boy hier? Ich loote den erst mal. Ach so, ja. So, mach von, mach von, mach von. Der hat doch bestimmt nichts gehabt, oder? Alter, der hat alles. Echt? Oh, shit. What? 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 What up? Alter. Der ist eingeschlafen. Level 3-Helm. Alter, der ist, ich glaube, während er uns beobachtet, eingeschlafen. Hat da jemand Mollo geworfen von uns? Ja. Alter. Ich stehe ja vor dem Scheißhaus und kriege so einen Molli ins Gesicht. Meinst du, da ist einer drin? Alter, der hat ja alles für die M4. Das ist ja mega gut. Ja. Take it. Love it. Also, hier ist es. Hat er so einige Visiere? Das sind Rotpunkte. Ja, Rotpunkte. Oh, ne Erste Hilfe koste. Gott sei Dank. Okay, fully modded. Was macht denn ihr da eigentlich? Guck mal, da ist der Loot, das ist direkt vor uns. Sollen wir die Leute abknallen, die da hinlaufen? Ja, ja, müssen wir. Wo ist Achter? Der ist bei Westen direkt. Aber es läuft noch keiner hin. Wirt hat gesagt, er will sich den Loot holen. Was? Nee, macht sich keinen Loot. Steve. Ja, bitte. Steve. Ja, bitte? Hol den Loot. Nee. Ja, wir müssen eigentlich auch move'n, ne? Ja. Moving, moving. Ich wette mit dir, die stehen alle um diese Kiste rum und wollen dieses Ding raus looten. Bei 255 ist noch ein Haus. Wahrscheinlich hängen da auch Leute drin. Sind da eine Kiste? Sind da welche? Oh ja. Sind da eine Kiste dran, ja. Echt? Ja. So. Ja. Wo denn? Der läuft abweg. Knockdown. Er liegt. Ach da. Knallt ihn ab. Tot. Tötet. Luftpumpe. Kreis kommt. Jetzt schießen sie zurück. Ich weiß. Dafür hat sich's gelohnt. Kreis kommt. Weg, weg, weg. Wir müssen ein bisschen rein. Wir müssen ein bisschen rein. Ah, fuck. Nein, kann ich nicht mehr. Ja, hier ist noch ein Baum. Ab in den Busch. Das hab ich noch grad drin. Oh, da kommt ein Jeep. Wo? Von rechts. Was ist rechts? Ja. Rechts ist klar. Na ja, wir gucken alle. Feuer. Wo? Nein, 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 nein. Das ist doch nicht rechts. Südwest. Südwest. Ich habe, hat immer noch keiner 7mm Munition? Ähm. Und wer looted jetzt den Typ, den wir grad getötet haben? Den lassen wir da liegen. Niemand? Sicher? Wo denn? Ja, ja. Na gut. Auf jeden Fall müssen seine anderen Kollegen in der Stadt sein. Oder im Haus. Shit. Wo genau? Bei Westen, müssten die anderen Leute sein. Hinter mir und Timo. Achso. Sind die am Haus dahin? Süden. Schüsse Süden. Ja, kann sein, dass wir Haus sind. Die haben die Türen verschlossen, aber oben die Tür haben sie offen gelassen. Die schießen jetzt sogar raus gerade. Ja. Im Süden sind Schüsse auch, ne? Ich muss mir einen dickeren Baum suchen. Ich sitze im Scheißstrauch. Ich meine, ich bin hinter dem Stein. Ich habe auch nur noch 30 Schuss, hat wirklich keiner mehr 7 Millimetern. Ah, ey. 7,6. Ja, die meine ich, ja. Achso. 7,6,2. Ja, ich gebe das hier jetzt. So, jetzt. Ich komme. Sorry, sorry, sorry. Schon gedroppt? Ja, da, leg die. Ja. Da hinten auf NW laufen welche. Ich gehe wieder in meinen Busch. NW, 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 NW. NW, 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 NW. Schießen wir gerade? Ja, NW. Feuer. Hinter dem Baum jetzt und der andere rennt. Ich habe keine Sicht auf die, keine Ahnung, ich sehe nichts. Tito, ich sehe da niemanden. Oh, da steht er noch. Ähm, 300. 300. Hinter dem Baum. Ah, shit. Ah, irgendwo, keine Ahnung, wo. Shit. Oh, man. Ach, da rin sind, Digga. Uiuiui, das ist ja weit weg. Kommt doch lieber den Berg hoch, oder? Oh, das sind noch... Okay, jetzt werden wir von allen Seiten überballert. Einen habe ich ausgenommen. Dann müssen wir hier abbauen, ein bisschen zurückgehen. Uh, 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 uh. Jo, ausgenockt. Taktischer Rückzug. Heilung. Wir müssen eh gleich wieder vor, weil der scheiß Kreis kommt. Oh, oh, ich werde beschossen. Kommt wo? Kommt die hoch. Ja, warte. Kommt zu dir. Ich muss mich heilen. Ach, shit. Kreis kommt. Ich werde beschossen. Go, 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 go. Ja, shit. Aller runter. Verlass, äh, zu gelb gehen, wenn's geht. Kann ich kurz heilen? Der kämpft für sich halt, Aldo. Was, Steffen? Let escalate it quickly. Das ist schon so weit. Aua, shit. Ist noch nicht mal einer gestorben. Aber das ist immer noch jemand, immer noch jemand Nordwesten, ne? Lasst versuchen, Jan. Oh, ein Auto kommt nach vorne. Oh, da sind mega viele Leute. Bei 195 Grad. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hinter uns, hinter uns. Hinter uns, hinter uns. Alter, was geht hier ab? Alter, was ist das für ein Kreis? Oh, Gott. Ich hoffe, bin ich denn? Ich setze ihn auch da. Ich muss mich wieder heilen, Mann. Bei 165 waren einige Leute an dem Berghang. 165? Ja, im Rücken von uns auch. Ja, da ist gerade ein Fahrzeug. Oh, Auto kommt. Beballt das Auto. Beballt das Auto. Alter, ist rausgefallen. Ich hab ihn rausgeschossen. Er liegt da irgendwo. Wer ist hier an meinem... Ey, wie, du bist an meinem Baum. Du blockst mich. Du bist an meinem Baum. Ah, shit, down. Was? Oh, ja. Oh, ich sehe ihn. Shit. Tot. Hast du ihn erwischt? Ja. Okay. Ich komme zu euch. Ich kriege zu euch. Ich gehe zu Steffen. Tschüss. Ich glaube, hinter uns ist relativ safe. Schüsse aus Nordwesten. Ich warte auf Tim. Nordwesten? Jupp. Ist immer noch Richtung dieses Hauses. Wer ist denn da noch, Alter? Steffen und ich. Du brauchst mich 10 Sekunden zum wiederbeleben. Dann am besten hier jetzt. Sonst kannst du mich auch sterben lassen. Alles gut. Nein, nicht dich. Oh, vor uns direkt, Steffen. Mann. Genau. Feuer. Oh, ja. Alter, ihr seid ja ganz voll anders. Ja, wir kreisen die ein. Wir kreisen die ein. Oh, mein Gott. Nice. Okay, ich muss mich gleich looven. Okay, wir müssen uns bewegen, Oli. Kein Looten mehr. Rein. Ich muss direkt rein, sonst darf ich es nicht. Ich glaube auch gerade. Links von uns, links von uns, Steffen. 285. 285, jawohl. Hinter den Baum. Ja. Oh, shit, die Wall kommt. Können wir zum Häuschen gehen? Zum Häuschen? Mhm. Scheiße, das Häuschen ist nicht drin. Ah. Er guckt, er guckt, er schießt, er schießt, okay. Ohne Tanne. Ah, das Wall. Das müssen wir. So, wo sind sie? Einer ist immer noch bei 285. 285, 300, so. Ich heil dich kurz. Shit. Boah, sie haben einen Baum am Westen. Am Baum am Westen. Mich hat es auch erwischt, Mann. Nee, ihr müsst auch schießen, nicht auf mich heilen. Ich dachte, ihr hattet ihn schon, deswegen. Nein, nein, nein. Der ist hinter dem Baum immer noch. Er lädt gerade nach, er schaut. Er ist tot. Okay, noch eine Minute. Habt ihr alle da noch hin? Ja, wir liegen hier alle. Wenn ihr es zu mir schafft, dann kann ich euch wiederbeleben. Aber das war es dann auch schon. Wurdet ihr von dem Baumtypen getötet? Hier, ach so, Timo, ich bin unter dir. Leute, kommt mal hier. Oh, shit. Nicht offen hier, Hansis. Nimm mich, nimm mich. Scheiße. Timo, heil mich, Mann. Oh, es ist zu offen. Ja, ich bin gestorben. Alter, ich hab glaube ich gleich einen Herzinfarkt, Alter. Weg hier, weg hier. Oh, 30 Grad oder so. Notosten, Schüsse. Oh, shit, ey. Von wo, von wo, 30? Von wo, wo, wo? Ich hab keine Ahnung. Aus dem Haus raus oder so. Von der Seite, der Osten, glaube ich. Kannst mich heilen? Digga, ich kann gerade, wenn ich dich heile, dann killt er mich. Dann nimm mal einen Energy Drink. Das sind noch vier Mark. Du musst laufen, weg dich. Ja, ich weiß, ich muss wirklich. Versuch zu meinem Stein zu kommen. Nein, nein. Oh, ich war so gut. Oh, du bist auch down. Ich hab den Kreis nicht gesehen. Oh, Mann, ich komm aus meiner Ecke nicht raus, Alter. Okay, okay, okay. Schaffst das. Pst, schnotte jetzt. Fuck, ey. Ich hab den fuck Kreis nicht gesehen, ey. Noch drei im Leben. Oh, direkt vor mir ist einer. Warum schreit denn keiner Kreis, ey? Oh, Gott. Der ist, der ist er, der ist er, der ist er. Ei, 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 ei. Oh, Gott. Die sind beide ganz nah dran. Lass die beiden sich bekämpfen. Das sind die Letzten. Ah! Nein! Ey, zweiter Platz. Das war das letzte Squad. Ich glaub, das war die beste Runde, die wir je gemacht haben, oder? Scheiße. Die beste Bodenrunde aller Zeiten im Moment. Oh Mann, warum hat der eine K gehabt, Alter? Also unglücklich. Okay, darf ich mitspielen? Ja. Okay. Damn. Fuck. Aber gut. Das war sehr schön. Ja. Ich war sehr thrilled. Ah, schade, schade, schade. Das erste Match, was so weit gegangen ist, dass wir nicht kommentieren mussten, was die Community macht, sondern wir tatsächlich die letzte Saison waren, die noch am Leben waren. Genau. Das war auch noch ein Corny-Oli. Ah! Uah! Damn! Ja, dann gleich nochmal einen neuen Server aufmachen und nochmal von vorne die Schose, Wißt du was? Ich glaub, ich komm gleich nochmal wieder. Ich geh nochmal kurz was futtern. Wie, was futtern? Ja, mach dir erstmal einen Vierer-Squad weiter. Oh, na gut. Ich komm gleich zum Team. Ist Tim mit noch raus, oder was? Ja, Tim ist raus. Achso, du musst jetzt arbeiten kommen, ne? Ja. Dann machen wir nochmal kurz Werbung und dann machen wir nochmal einen neuen Server auf. Ja. Bis gleich. Das ist super, super Squat. Ich bin jetzt am Start, sogar mit Ton, vermutlich. Schaffen wir jetzt den ersten Platz, oder werden wir wieder am zweiten Platz? Das war schon eine saugute Runde, aber ich bin einfach zu dumm und hab die Tone nicht beachtet. Du meinst wohl, Wirt war zu dumm, wolltest du sagen, weil er dir die falsche Himmelsrichtung gesagt hat. Ja, das auch. Eigentlich ist Wirt schuld. Aber ich hätt's auch selber sehen müssen. Jetzt zieht er über ihn her, wenn er weg ist. Nein, aber irgendwann muss man die Wahrheit sagen. Wer ist Omega-Psycho? Das ist ein Kollege von mir. Achso, Tim hast du schon das Passwort gesagt, oder? Was ist denn das hier für ein Rumgemauschel? Also, ich werde jetzt das Passwort in den Chat schreiben und dann gleichzeitig können wir es ja auch on air sagen. Moment. So. Das Passwort ist leckerhuhn. Zusammengeschrieben alles. Huhn wie Hühnchen, lecker, huhn. Und da kommen sie auch schon. Zehn Sekunden, oder was? Fünf Sekunden. Haben wir überhaupt Delay? Ne, ne? Wir sind wahrscheinlich sogar noch in der Zukunft. Der Beulenknecht ist am Start. Hoffentlich ist das Lineal wieder da. Genau, das muss wahrscheinlich noch bei dir eingeschrieben werden. El Promilo. TS. Sherlock. Genau. Und du musst die anderen Dudes... Ten Smash ist auch wieder dabei und Doom Design ist auch dabei. Ten Smash. Äh, die anderen. Ich glaube, Doom Design hat dich gerade gekillt, oder? Kann das sein? Weiß ich nicht. Hat er das? Kann er mir auf Twitter schreiben, dann kriegt er von mir einen Daumen hoch. Kein Herzchen? Ne. Ein Retweet vielleicht. Weet, weet. 95 Leute sind wir schon. Jetzt geht es aber ordentlich schnell zur Sache. 99. Leute lieben dieses Spiel. Einer noch rein. Wir machen jetzt auch wieder vierer Squats. Eben hatten wir fünfer Squats. Jetzt sind wir wieder zu viert. 99. Ich starte jetzt. Beim fünften Mal klicken geht der Server dann noch kaputt. Was ist los? Geht irgendwas nicht? Warte doch einfach. Nee, ich versuche nur dieses... Fünf Mal klicken. Komm, verstehe. Starting Game, jetzt geht's. Verstehe. Oder auch nicht. Nein, du musst einmal klicken. Dann braucht er ein bisschen... Nee, fünf Mal klicken ist Glückszahl. Drittes Mal geklickt. Ich glaube, deine Bucke ist geblühtet. Toll. Ja. Viertes Mal geklickt. Das weiß ich diesmal nicht. Jetzt ist sie nicht nerviert. Jetzt hört man mich auch. Fünf Mal geklickt. Ja, muss... Und das geht. Ich sag jetzt durch. Bis ich das jetzt gefunden habe, ich sag einfach nix. Okay, Clemens ist einfach ruhig. Mach's alles kaputt. Nee, doch, erklär mir das mal. Warte ich jetzt doppelt zurück. Ja, bevor ich mich jetzt... Du hörst dich selber einfach nur und hörst dich hier nochmal selbst. Ja, das ist ja fürchterlich. Aber da kannst du ruhig ausmachen, aber das ist schiebegal. Ja, es wird. Oh Mann. So, Timo, hier, das... Ja, geht doch noch nicht los. Das stört mich. Entschuldigung. Was ist unsere Taktik jetzt? Immer truff. Immer truff. Military Base. Sollen wir eigentlich jemanden bestimmen, der so ein bisschen auf die Zone immer so ein bisschen achtet? Aber machen wir einfach alle. Einfach alle, ne? Ja, alle. Okay, man, beim letzten Game, man, wie wird das einen das machen? So, wie gesagt, nein, alle sollen auch achten. Ja, das wäre eigentlich zu gut. Ich mach's einfach. Okay, das fähre ich. Oh, scheinst du? Oh Mann, 50. 50 Sekunden, auch so viel Geduld hab ich nicht. Jo, und wer ist der Führer? Timo. Wer war denn gerade eigentlich Führer? Ich? Niemand. So ein bisschen. Also ich hab nur den Absprung gesagt. Stimmt, aber danach war jeder für sich, laut Steffen. Alle für sich! Sobald so der erste Schuss gefallen ist, okay, jeder für sich alleine. Oder erstmal zu den Loot-Crates hin. Ja gut, das musste natürlich sein. Hat uns aber auch nichts gebracht. So, Oli sagt an. Ich? Na gut. Ja, wir können das ja so ein bisschen... Diese Tommygun hab ich noch nie im Spiel gesehen. Findet man die irgendwo? Ja, ja. Auch in Crates. Echt? Okay, das heißt, wieder nicht Ingame zeigen. Am besten, bis wir am Boden sind, wär ganz geil. Also den ganzen Fallschirmsprung am besten nicht zeigen. Immer nur Clemens zeigen. Immer nur Clemens zeigen, wenn's geht. Na gut. Hallo. Aber dann dürfen wir jetzt auch nicht sagen, wo wir rausspringen. Wieso? Ich sag euch ja, wann wir rausgehen, oder? Wieso? Ach, markieren kannst du schon. Ja. Das wär nett. Say what? Schaffen wir doch, oder? Normal. Okay, go. Aber Steffen ist der Master auf Fallschirmspringen. Das heißt, der muss sagen, wie wir da am besten hinkommen. Da kommst du relativ locker hin, glaub ich. Okay. Das heißt, noch nicht ziehen? Oder vielleicht auch nicht so locker. Man weiß es halt nicht. Ich mein, wir. Ja, jetzt, wa? Okay. Na, fliegt aber auch einer durch. Ah, da ist schon unten einer. Ja, da war das Tor für vorne. Ich hatte schon wieder hinten. Dann sollst du doch weitergehen. Also unter uns sind zwei, drei, sich. Ja, dann sollst du weiter. Okay. Bis wohin? Ja, weiter ist gut. Weiter komm ich jetzt nicht. Ich hab's zu längst gezogen. Ich hab auch zu hierhin. Oder bist du getimt? Hier in grün? Zu grün? Oh Gott. Clemens, wir scheißen hier. Ja, so weit komm ich niemals. Also hier unten bei den blauen Häusern sind welche, ne? Ja. Aber nicht bei diesen Zweien hier. Wir können auch... Dann müssen wir jetzt hier schauen, was passiert. Das ist vorbei. So, grün. Bornheimer. Und hier, oder was? Ja, ich muss jetzt hier runter. Ich bin natürlich... Scheißen Dreck. Oliver wieder, weiß ich nicht, wo steckt. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich dachte mir nur, eine Waffe mitnehmen unterwegs ist besser als keine Waffe mitnehmen für unterwegs, oder? Super smart. Oh, ich glaube nicht in die falsche Richtung. Komm her. Oh, der Kreis ist ja auch der Todeskreis. Also für alle anderen. Weil ich glaube, die meisten sind relativ spät abgesprungen. Ich glaube, die meisten werden jetzt Richtung Süden und Südosten kommen, oder? Sollen wir hier hingehen direkt? Gelb. Kein Plan, aber diese Area hier fuckt mich richtig ab. Dann lass zu Gelb gehen. Ja, das ist scheiße allgemein. Ich hasse das. Bei Gelb treffen. Ich habe so ein Gefühl, dass das eine sehr kurze Runde wird für uns. Aber auch sehr geil. Nein, nein. Map gesehen, jetzt wird gejagt, sagt der Chat. Ich glaube, man muss nicht mal auf die scheiß Map gucken, um zu sehen, wo wir gerade sind. Das ist einfach so obvious. Aber ich bin bewaffnet mit einer Machete und einer Schrotflinte. Zu Grün fahren und bei Gelb treffen. Das ist auch eine gute Taktik. Oh, Entschuldigung. Hast du mir eine Waffe über? Nee. Ich habe eine Waffe. Du bist gut. Ja, hallo? Hier ist noch eine Weste. Eine Weste wo? What? Okay, hier liegt eine Uzi bei mir. Oh ja. Uzi. Und eine Pump. Oh ja. Wenn ihr einen Rucksack seht. Hier ist noch was für die Uzi zum Randpacken. Schein. Ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Ich nehme alles mit. Und das ist noch eine Munition von der See liegen. Wo? Ich reih mal den Ohlen hinterher. Ohlen muss ich es holen. Schnitt, tot. Ja. Drop. Let's get it. Oh, ich sehe ihn. Ich sehe ihn sogar auf 15. 15? Ist der schon runter? Oder es fliegt der noch? Er fliegt noch. Aber relativ weit weg. Oh nee. Forget it. Da war ein Auto auf der Bücke? Ja, das war auf der Straße vor euch. Was? Da ist zu den Häusern gefahren worden. Oh nein. Oh nein. Oh. Ich punkt die weg. Nein, nein, nein. Nicht Abruf. Berichte mal. Autos, Autos Richtung Nordwesten weitergefahren. Wenn es das ist, was Clemens gesehen hat. Okay. War ein Jeep. War nicht. Ja, war ein Jeep. Thomas ist da. Hey, Thomas. Was ist los? Steffen macht wieder alles kaputt. So kennen wir ihn. Ich habe dasselbe Phänomen wie bei Daisy damals, dass man ab und zu so Grasbüschel einfach für entfernte Feinde hält. Dabei ist es einfach nur ein ganz nahe Gras. Du meinst Paranoia. Vor allen Dingen, wenn da so ein Grasbüschel oben auf einer Bergkuppe steht. Verdammter Grasbüschel. Headyard. Sag mal, ich finde hier nur Mods, aber keine Waffen. Ja. Was ist denn da schon drüben? Was ist denn da passiert? Hier ist noch eine Weste. Oh, die nehme ich. Oh, hier ist eine SKS. Sweet, sweet, dude. Ich habe einen Vierversucher. Sweet. Ich kann es haben. Echt? Ja. Okay, ähm. Sweeter. Alles ist jetzt, hängt jetzt an Timo, ne? Das ist schon, ist klar. Alle folgen Timo. Lass mal das nächste Ziel ersparen. Wo war die Weste? Hier drin, oder was? In dem Haus, wo du reinläufst, erster Stock oder sowas. Oh, Schüsse. Von? Keine Ahnung. Südwesten ist. Sollen wir Gabe in Angriff nehmen wieder? Timo. Schreit die auch alle, wenn ihr... Hey, gute Idee. Okay. Schreit die auch alle, wenn ihr einen Rucksack seht. Nee, ne? Du hast denn immer noch keinen, oder was? Nein, fast nicht umsonst. Blut. Hey. Hier. Hier. Vierer. Achso. Wo? Hast du noch Muni? Hier habe ich auch noch. Immer, ne? Ja. Lass mal schnell zu Gelb gehen und dann können wir nämlich noch ein bisschen weiter nach Norden gehen. Weil je länger wir brauchen, desto... Also wir müssen jetzt irgendwie mal ein paar geile Sachen finden, ne? Boah, der ist schon da oben. Immer alleine. Der wird nicht so langsam sein. Aber kein Teamplayer. Das wird mir immer vorgehalten, das stimmt. Immerhin haben wir Pfannen. Stimmt. Die hat mir letztes Mal das scheiß Leben gerettet. Pfannen, Pfannen, Pfannen. Habt ihr alle ne Pfanne? Ich hab eine. Ja. Gott, die haben echt alle ne Pfanne. Ja, Timo. Haben einen an der Pfanne. Wir haben zwar alle keine Helm hier wie du, aber wir haben Pfannen. Könntest du die scheiß Pfanne auf den Kopf nehmen? Oh, hier ist ein Auto. Wollen wir uns das Auto nehmen? Oder ne? Ja, zonenmäßig ist das ja auch. Bahn? Ne. Wollt ihr fahren? Das war nicht gut für die Umwelt. Wir sind doch gut in der Zone. Dann können wir aber noch irgendwo looten. Vielleicht. Das steht auch. It's a trap. Clemens sieht ein Badass aus mit seiner Polizeiweste. Mit seinem grünen Shirt. Sieht aus wie so ein Undercover-DEA-Agent. Bis auf die Brille. Die fällt ein bisschen raus. Oh, die ist schon ziemlich cool. Ich hab halt nur ne Pistole und ne Sprünflinte. Also, bitte erschießt uns nicht. Wir sind nicht in Gatka. Nicht den Web aufmachen! Timo. Ah, ich war drauf. Ja. Fuck. Dann sag sowas nicht. Zu spät, zu spät. Zu spät, zu spät. Planänderung? Rip. Nein, ist nicht schon da. Hier sind auch noch die Türen zu. First come, first serve. Alter, was hast du gesagt? Wie gesagt, Rucksack. Ja. Was hast du gesagt? Du hast ja gar nicht mal so schlecht hier. Ich dachte, das andere wäre ne K gewesen. Ja, genau. Der S-K ist ja ne K. Hier ist ein Rucksack. Erster Stock. Wuhu! Timo, gleich ist Regie-Meeting auch runter. Oh, ja, stimmt. Geht nicht. Geht gerade nicht. Regie-Meeting ist in der Gaming-Area. Paul, Paul muss das führen. Oh, hier oben liegen drei Rucksäcke rum. Wollen wir jetzt mal ein Ligerchen machen. Ist okay? Jo. Gute Nacht, Paul. Auto? Ne, doch nicht. Das Flugzeug. Auto, Flugzeug. Hier ist ein Level-2-Helm hier oben. Hallo, hey, nimm das. Wer ist das? Olli, Olli, was? Helm, 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 Helm. Oh, der sieht man nicht. Ey. Weh. Weh. Ja, ne? Sind immer noch nicht so geil, irgendwie. Ne. Vor allem wissen jetzt alle, wo er hier ist. Wenn ihr meinen Rucksack findet, In dem Haus waren drei Rucksäcke. Ah. Den mit dem roten, äh, Ding, mit dem ersten Stolzband. Ach, hier oben wollt ihr auch schon. Will jemand noch eine Pfanne haben? Ich will eine Pfanne haben. Ja, bei mir ist eine. Nice. Hat hier mal einen Rotpunkt für Sie? Oh, ich, ja. Übrig? Achso. Ich dachte, du hast eins. Sollen wir hier hingehen? Ich meine, da gibt es meistens nur Crap, aber wir können ja mal schauen. Wir müssen, glaube ich, schon schnell, äh, abhauen. Ja. Weil. Dann lass nicht, lass einfach weitergehen. Da gibt es eh nur noch Scheiße hier. Clemens will einfach mal stehen. Ich muss auch mal ein bisschen, ähm, meine Waffen upgraden. Oh, Clemens. Habe ich keine Hose an? Ich muss ja meine Pfanne da gelassen. Oh, nee. Ist das die Pfanne? Oh, Scheiße. Jetzt hat er die Pfanne nicht mehr. Oh, das ist, das wird, äh, das wird den Unterschied machen am Ende auf jeden Fall. Crapie. Ah, herrlich. Ob ich mit einer Hand meine Flasche öffnen kann? Du kannst viele Dinge mit einer Hand machen. Stimmt. Besser nicht. Besser nicht, glaube ich. Bitte, hier ist alles voll. Ja. Also, dann gehen wir rein, ne? Ich geh vor. Mit Leuten oder? Das sieht schon richtig nach Tod aus. Ja, ein Todes-Zoner hier. Was ist das da? Also, das Haus da hinten ist noch zu, ne? Ich gucke übrigens immer auf die Map dauernd. Ja, bei der Shooting Range müsst ihr ein bisschen gucken. Hier sind die Waffen immer irgendwo mega komisch. Oliver. Hallo, die Leute sehen einfach super, wo wir sind. Also, wenn die dann nicht wissen, dass es die scheiß Shooting Range ist. Das ist die Shooting Range. Wir sind nicht an der Shooting Range. Wir laufen dann vorbei. Ist auch pissegal. Ja, wenn ihr eh alle weggeballert. Also, wir wahrscheinlich. Wir können so tun, als wären wir so schiefbüden Figuren. Ja, wir bleiben einfach stehen, überwegen uns nicht mehr. Und machen einen Klonk, wenn wir getroffen werden. Was machen wir? Klonk. Klonk. Nicht Gronk, sondern Klonk. Was ist das für eine Scheiße hier? Eine Granate. Du musst auf diesen Fässern gucken. Ah, da. Oh, da. Oh, da. Eine M16, ne? War es eine M16? Achso. Nehme ich sofort. Oh, sie. Also, wenn jemand eine Vector haben will, die voll aufgewürztete Stiftmunition. Stufe 2 Helm. Die habe ich nämlich gerade für die M16 getauscht. Oh ja, gib es mir. Stufe 2 Helm. 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 Warte, warte, warte. Will wohl keiner, Oliver. Das ist meine. Die ist komplett abgegradet. Bin noch jemand in der Pfanne? Ich brauche eine neue. Ich brauche so ein bisschen Sniper-Zusatz. Hier ist einfach überhaupt nichts Sinnvolles mehr. Nein, ne? Einen Helm könnte ich auch noch brauchen. Ich glaube, wir müssen auch schon wieder moven. Guck nochmal links und rechts und dann lass gleich mal wieder zu. Sollen wir über Norden? Du meinst hier so? Ja. Genau in der Sekunde war ich natürlich auch drauf. Okay, wir wechseln den Plan. Okay, okay. Wir gehen natürlich hierhin jetzt. Das kann jetzt keiner nachgucken, was wir jetzt machen. Sind wir immer noch so under-equipped eigentlich? Ich brauche richtig viel Munition. Okay, dann müssten wir eigentlich noch versuchen, eher hierhin jetzt zu gehen, oder? Jetzt müssen wir Kills machen. Ja, wir können auch. Ja, können wir auch. Also, aber da ist ja eigentlich auch selten was. Ja, aber hier ist sonst nichts mehr. Sonst laufen wir direkt in die großen Ecken rein, wo auf jeden Fall Leute sind, oder? Das ist, glaube ich, die letzte Chance vor der Autobahn. Naja, aber dann würde ich... Wie ist hier nochmal das Flugzeug geflogen? Ich weiß es nicht mehr. Wir könnten auch hier noch hingehen. Wir müssen es noch schaffen. Aber der Kreis kommt in der Minute. Was ist denn da? Da? Aber da können wir gleich erstmal hier hingehen und dann da hingehen. Leute, ich bin mir völlig verwirrt so langsam. Ja, aber gelb, da ist nie was. Ja, aber dann ist da eine K und dann sage ich, haha. Okay, letztes Mal war eine K auf diesem Scheißhaus. Das muss ich dir lassen, aber... Ansonsten... Du wirst schon sehen, was du davon hast. Von deiner negativen Art und Weise. Nee, nee. Ja, du hast schon recht. Normalerweise ist bei dem Flugzeug nie irgendwas. Aber jetzt ist alles anders. Wir sind nicht beim Flugzeug. Natürlich nicht. Da gibt es doch nie was. Never say never. Guck mal dieses Scheißhaus da hinten. Ach, tut er nicht. Er tut es nicht. Doch, er tut es. Nee, doch nicht. Könnt ja schon mal Richtung Blau weiterlaufen. Darf ich auf die Pfanne schießen? Na, was? Nee, ist nur in der Polizei. Immer hin. Das ist ja Stufe 1. Ich habe aber schon Stufe 2. Ach, Scheiß. Oh, da gehen wir erst hier hin. Ist ja auf dem Weg. Gehen wir noch ein Visier über? Nope. Das ist relativ wenig Action bis jetzt gewesen, ne? Naja, aber es sind schon noch 58 am Leben. Also es sind schon einige gestorben. Das finde ich noch super viel. Echt? Ja, guck mal, wie inzwischen schon die Zone ist. Ja, aber hat sich herausgestellt, dass die Leute super Dev spielen, wenn man irgendwie so Custom-Games macht. Ja. Granade. Hui. Sag mal. Geschmissen oder gefunden? Gefangen. Geschmissen. Okay, der erste geht zum Riot. Aber jeder weiß erst recht, wo wir sind. Aber schön ist es. Schön ist es, ne? Schöner Dampf. So ein bisschen wie, irgendwie. Jetzt bin ich gespannt. Splatoon oder so. Da, 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 da. Er läuft dramatisch durch den Rauch. Ja, komm, nimm alle Booster, Timo. Willst du was? Ja. Ja. Ich hab auch noch ein Schwester. Ja, okay, dann behalt. Ich hab auch Energy Drink. Haben wir noch Peps? Hier ist eine M4 unten und keiner nimmt sie. What? It's mine now. It's mine. It's guy love. It's guy love. Okay, das ist richtig scheiße hier. Das ist auch ein Stall. Das hast du erwartet. Hat jemand 5mm Munition, die er nicht braucht? Ja. Ja, okay. Wo hab ich echt, ja. Wo hab ich echt. Nein, okay. Willst du den haben? Ja. Gehen wir weiter? Kann ich dafür hier in den Kopf schießen? Nein. Und ich hab's mir anders überlegt. Ja, du darfst mir in den Kopf schießen. Aua. Ich hab so ne geile Skinny Jeans an jetzt. Hello. Du Hip-Team. So, husch husch. Oh, das ist aber viel. Danke. So, und jetzt? Blau? Ja, oder? Wobei... Der Kreis ist nicht so geil. Die Runde davor ging aus, dass wir zweiter Platz wurden. Vengi Vengeance. Zweiter Platz. Das schaffen wir diesmal nicht. Was schaffen wir nicht? Zweiter Platz. Oh, ne. Sei mal nicht so pessimistisch. Wir haben Timo, den mutigen Führer. Jawohl. Jawohl. Herr Oberstleutnant. Weiß nicht, ob das so schlau ist, jetzt nochmal da hinzurennen und dann wieder zurück. Wir brauchen Energy-Bring. Wir brauchen allgemein Sachen zu heilen. Ich hab weder ne Verbandskiste noch sonst irgendwas. Ich kann dir ne Verbandskiste geben. Willst du aber ganz schnell hier, ne, Freunde? Ja. Liegt auf dem Boden. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ah da. Geil. Bist du gut zu mir, Steffen. Und ich bin immer so schlecht zu dir. Ich weiß. Ein Wangenpolster. Das ist irgendwie schlimm, als wenn wir noch aufstehen. Hat sich gelohnt. So. Wie so ne kleine Dummina. Ja. Wow, das ist das beste Haus der Welt. Hier ist noch ein Stufe 2 Helm. Hat aber auch schon jeder einen, wa? Mhm. Oh, Entschuldigung. Ich guck mal hier draußen. Schmerzenmittel. Erweiter das Magazin. Bitte. Geh doch. Geil. Ja, weiterlaufen, oder was? Toll, Team. Hat sich ja richtig gelohnt. Ich hab nen Wangenpolster. Wangenpolster. Jetzt müssen wir aber in Georgopol rein, ne? Jupp. Gehen wir hier lang? Ja, müssen wir. Also so hier lang? Hm. Hey, Wyatt. Wyatt Earp. Mit seinem Fruit Salad. So, ich stehe hier auf dem Berg. Sehr schön. Check mal die Lage. Hm. Das heißt was? Frei. Safe. Ja. Linke Flanke. Linke Flanke. Oh, der Kreis kommt schon. Jups. Dass wir hier so rumpimmeln die ganze Zeit. Aber wollen wir da hin? Wir haben leider keine Fünfte. Ich hab die jetzt. Du hast die jetzt genommen. Ja. Das ist, glaube ich, der schlimmste Platz, wo wir sein können. 15 könntest du mal gucken. Der ist super geil. Oder? Ja. Sollen wir hier außen am Kreis entlang gehen und dann wieder Richtung Osten? Sobald wir drinnen sind. Weil irgendwie durch Georgopol laufen ist, glaube ich, das totale Suizidkommando. Aber da rechnet keiner mit. Alle rechnen da mit. Dass wir straight durchlaufen? Ja. Die Leute erwarten Dummes von uns. Ich meine, in der ersten Runde sind wir auch hier in Georgopol gestorben, weil ich was Dummes gemacht habe. Aber wo rennt es denn jetzt hin? Ich wollte in den Kreis. Oh, geil. Hier kann man auch richtig schön looten. Wollen wir das noch? Hier am Rand die Häuser vielleicht? Okay, Steffen. Ja, wir müssen... Steffen ist schon längst dabei. Steffen hat schon längst alles genootet. Wir könnten... Oh, ich hab schon alles. Alles leer. Hey, was geht ab? Ach so, okay. Ja, wir können ja mal gucken, wie es sich jetzt entwickelt. Oh, Schüssel. Und zwar... Jetzt. Uh, auf dem Berg. Ei, ei, ei. Wo? Alter, ich werd getroffen. Shit. Du wirst getroffen? Ja. Clemens. Ich weiß nicht, von wo. Ist doch klar, dass wir sonst schießen. Ich versteck mich jetzt. Okay, wir müssen leider komplett auf die andere Seite, ne? So. Hast du jemanden gekillt? Nee. Nee, ich werd gerade gekillt. Und Autos kommen. Oh man, es ist schon wieder richtig dumm. Feuer! It's on! Es kommen aus der Stadt. Gehält, genau. Bei uns gehalten. Jupp. Ja. Fuck. Wo seid ihr? Ey, wir müssen eigentlich rennen jetzt, ne? Wir haben nur noch eine Minute Zeit und das Ding ist mega weit weg. Ja, wir brauchen das Auto von denen. Ich kann das hier gerade nicht orten, was das für Geräusche alles sind. Ich hab mir schon angeschaut, die jetzt hier vor der Haustür stehen. Irgendjemand rennt hier zumindest. Ja, ich bin hinter dir. Okay. Ey, wir müssen jetzt gasen, ne? Ja, ich renne jetzt auch von mir aus. Wo ist das scheiß Auto? Ja, keine Ahnung. Aber wenn wir jetzt nicht rennen, sterben wir wieder im scheiß Kreis. Nur noch 40 Sekunden. Das wird eh schon wieder super knapp. Ja, das ist relativ kaputt. Quämmt schon. Schüsse aus. Scheiße. Westen. Okay, wir sind da im Arsch. We can do it if we really want. Wir sterben gleich im scheiß Kreis. Schon wieder. So wie in der ersten Runde genau am gleichen Platz. Yeah. Oh nein, hier kommt man auch nicht auf die andere Seite. Fuck. Schild, da kommt man gar nicht richtig aus dem Wasser. Ja, das Problem ist mir gerade auch irgendwie. Doch, es geht. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Wo? Wo, 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 wo? Go, 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 go. Alter, ein Lader. Go, 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 go. Und sofort losgasen. Wo fahrt ihr lang? Über die Brücke. Timo, fährst du ja. Ja, okay. Luftpumpen, Mensch, wo bist du? Komm, go, 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 go. Vollgas. Wir brauchen Luftpumpen, Mensch. Wo ist Luftpumpen, Mensch? Dahinten. Alter, das ist so knapp. Komm. Steig ein. Oh Gott. Drinnen. Vollgas. Ah. Will ich mich noch schnell ab? Es ist langsam, dieses Auto. Ja, leider. Ihr könnt, könnt ihr an, nee. Wir fahrt durch wahrscheinlich, ne? Kommt drauf an, wo du bist. Ja, direkt nehmen wir uns. Ich bin direkt links neben euch. Hol ihn, hol ihn, hol ihn. Rechts neben euch. Oh, das ist, okay. Hop in, man. Wind, roh. Wind, roh. Wind, roh. Klimitz. Rein, raus, rein, raus. Das kleine Spielchen. So, alles gut, Leute. Fahren wir oder was machen wir? Markiert ruhig irgendwas. Super. Kleiner Kreistreis. Komm, lass laufen, lass laufen. Meinen wir nicht vorhin hier schon? Lass an die Seite vom Berg fahren und laufen. Fahr gleich durch, fahr gleich durch. Der Kreis ist schon wieder kleiner geworden. Fahr gleich weiter. Scheiß drauf. Ey, wir werden einfach abgeknallt in dem Auto. Fahr, 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 fahr hier hin. Fahr, fahr, fahr. Zu gelb. Dann aussteigen und laufen. Fahr, fahr, fahr. Okay. Fahr ganz nach oben. Nee, hier in die Kuhle. Fahr ganz nach oben. Ja, die Kuhle ist besser. Okay. Okay, boys. Drop. Let's do it. Drop für uns, oder was? Das ist erstmal hier irgendwo. Oh, der Drop ist genau über uns. Was? Ja. Wo, 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 wo? Auf Süd. 195. Aber, ja, der ist genau über uns. Siehst du ihn? Nee. Ach, da ist er. Oh, da ist er. Der ist er. Einer holt die Reste sicher ab. Ja. Oh Gott. Na ja, ich hab schon der SKS ganz gut gemoddet, also. Okay. Gib mir Rückenlecker. Problem ist jetzt, dass wir ein bisschen offen hier sind, ey. Alter, Alter. Die holen sich alle den Drop. Au, au. Bist du beschossen? Die sind auf dem Berg, auf dem Berg, auf dem Berg. Ganz oben auf dem Berg. Wer ist hier? Wer ist hier jetzt nicht? Sorry, ich bin das. Oh, die haben mich hier. Scheiße, die wissen, dass ich hier bin. Oh, wow, wow. Von hinten auch. Ah. Die sind tot. Wo, wo, wo? Genau auf. 2, 4. Scheiße. Ich kann wirklich nichts machen. Ich bin halt so gut wie tot. Ich hab gar nichts mehr. Ah. Ja, gut, genau. Einer vor, einer. Ich kusche die Knotten hoch. Fuck, auf, Alter. Kommen die hoch? Bastarde. Kommen, oder? Alter, ich bin auch ausgenockt. Die waren zu mittig wieder. Die waren wieder zu mittig. Ja, zu gierig. Die kamen halt von allen Seiten. Oben auf dem Berg sind welche, hinter uns sind welche, überall sind welche. Wer lebt noch alles? Clemens und Steffen? Den kriegst du alle. Oh, der Kreis kommt. Ja. Na gut. Aber der schiebt jetzt auch durch den Kreis. Hey, Marco. Hey, Marco. Na, was, 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 was? Von wo, Alter? Von überall, von überall. Hinter dir ist einer. Guck mal, die sind alle auf dem Berg oben drauf. So, willst du zocken? Ja. Geil. Hast du eine jetzt? Ich hab jetzt eine geholt. Bist du verbunden mit dem Ding? Tim sorgt grad dafür. Okay. Ich muss jetzt weiter machen. Guck mal hier das Quad um, oh die gehen jetzt aber ganz schön auf den Sack. Weil nämlich der German Peach Man wahrscheinlich mit seiner K ordentlich abgeht die ganze Zeit. Gib dir mal wie krass er seine K gemoddert hat. Einfach mit nem Schalldämpfer, mit nem Achtfachsucher. Level 3 Helm, Level 3 Rucksack. Ne Pfanne hat er auch noch. Die M4 ist genauso gemoddet wie die K. Alter. Was geht mit ihm ab? War aber ne gute Runde. Ja. War unzufrieden. War eigentlich wieder zu mittig, zu zentral fand ich. Guck mal Peach Man versucht hier die Leute von der Seite zu holen. Er ist aber noch im Kreis drin. Ja. Ist das hier eigentlich ein Squad um? Ja. Ein 4er Squad. Lord. Chief. Ich glaub deine Vogel ist ein bisschen muted. Wieso heißt das denn? Es rauscht aber. Irgendwas rauscht hier. Voll Pulle. Hm. Oh. Wo ist denn die jetzt? Da geht Abby B down. Hauli versucht nun den Berg hoch zu laufen. Versucht sich hier den Lord von der Seite zu holen. Hat den Schief gekillt von der Seite. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt ist grün. Ja. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich muss den Bornhammer wieder fixen. Sieh ihn aber nicht. Er sieht ihn einfach nicht da unten. So. Du siehst. Elor geht dabei down. Und Hauli versucht immer noch, gleich von der Seite nicht ran zu sneaken. Ah, ah, ah. Holt ihn noch, ist jetzt aber nicht mehr in der Zone und stirbt von der Zone. Unglaublich. Sechs Leute noch am Leben? Hier, Freshman, Mister. Ich hab einfach richtig krasses Loot. Gucken wir doch mal, was bei ihm so abgeht und seinem Kollegen E-Law. Haut er seinem Kollegen jetzt auf die Fresse mit der Pfanne an? Das hätte ich jetzt eigentlich erwartet, das wäre sehr lustig gewesen. Das wäre witzig. Drei gegen zwei. Peachman und Law gegen Pion, Lord, irgendwas. Das hätt ich jetzt knapp für die beiden. Ist Peachman der mit den krassen Waffen? Ja, ne? Äh, ja. German Peachman. Ist der mit der K, mit der M4. Und ohne Schuhe. Scheinbar scheint der Pro-Tipp zu sein. Stehen sich hier gegenüber. Er ist am Ende versucht, die Granate zu werfen. Und die landet genau auf Peachman. Ah! E-Law geht dauernd von der Granate. Guter Wurf, guter Wurf. Ja, Granaten treffen sehr selten. Aber Peachman natürlich mit der K, mit dem Achtfachsucher, ist natürlich immens im Vorteil gegenüber allen. Alter, der Zoom. Uh, was geht ab? Schön reingebuckt. Versucht immer noch E-Law hier zu sichern. Der kommt hier angekrabbelt. Schießt mit der schallgedämpften K auf SMN. Der sich hier verdrückt hat. Der hat immer an der SKS. Und nicht mehr 60 Leute. Oh, das ist gar Erdbeer. SMN wirft noch eine Granate. Die landet. Ah, schlechter. Oh, da kommt auch von der Seite Glord. Der gute SW4-Glord. Holt sich jetzt wahrscheinlich auch noch den Peachman. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass Peachman jetzt hier noch was reißen kann. Hat keine Mission mehr. Holt die K raus. Trifft Theon auch noch. Von hinten kommt da jetzt aber der Zvgl-Glord mit der Uzi. Oh, 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 oh. Alter, den holt er auch noch. Es ist noch Theon gegen Peachman. Ja, das war's. Not gegen Elend. Von links. Und jetzt in den Rücken. Alter, und dann holt die noch Peachman mit zwölf Kills. What the fuck. Was geht mit ihm ab? Guck mal, wir sind jetzt auf Platz 5. Auf Platz 5 sei der. Na ja. Eben Platz 2 geholt, jetzt sind wir Platz 5. Sozusagen der vorletzte Überlebende. Dann sind wir jetzt aber letzter. Ja. Ja, schöne Runde nochmal. Schöne Runde. Das heißt, wir machen jetzt nochmal eine kurze Werbung und dann machen wir einen neuen Server auf. Diesmal mit Marco, dem Mastermind. Ja komm, wir sind nicht vier Edis hier. Nicht vier Edis. Alter, was? Das wird schon funktionieren, meine ich. Achso. Ja, okay. Dann Werbung. Dann bis gleich. Hallo. Hallo. Spontane Runden gehen weiter. Und es haben schon ein paar das Passwort raus. Ja, ich hab zwei Leute wieder. Clemens haut das Passwort immer an seine Kumpels raus. Er gibt da seinen Kumpels einen Vorteil. Ne, die kicken wir jetzt. Omega Psycho. So. Passwort ist, was war's? Timo ist hot. Ja. Timo ist hot. Und macht Caps Lock raus, Freunde. Ja, Caps Lock raus. Sonst geht das nicht. Und dann gucken wir mal, was das hier wird. Kann ich der Crate aufmachen eigentlich? Nee. Kann ich vielleicht auch. 4200. Wann wird das eigentlich resettet, diese Crate kosten? Ja, das frag ich mich auch immer. Oh, Doom Design wieder dabei. Matze. Ethan Hawkman, der ist auch stark. Redlock. Die lungern auch echt wie die Schakale, ey. Also ein paar kennt man. Ein paar kennt man wirklich. Das ist halt Klappsparten, ne? Ja, dann geht gleich mal hier. Ich hab auch schon beim letzten Mal dabei. Alles signed. Ja, ich bin jetzt wirklich gespannt. Muss mir auch erst mal einspielen. Ihr seid ja, glaub ich, jetzt komplett drin schon. Ist lineal wieder dabei. Und, ja, Tom DiLoco. Bad Bones. Na, schauen wir mal. Doom Design schon auf Team 20. Will sich mit seinem Team organisieren. Matze, guck mal, unser CMO ist auch dabei. Matze hier. Zack. Thundercraft. Echt, das ist er? Das ist er? Das ist er echt? Leute. Leute. Ich weiß nicht, wenn jetzt hier ein Timo noch drin stehen würde. Ist das Timos Bruder? Wir wissen das nicht. Ja, der würde ja Bimo heißen. Ja, stimmt. Bimo. Timo und Bimo. Oder Omit. Ja. Also Kart 0,1 Trepp Sonntag. Oh, Luten Smash ist wieder dabei. Ach, Sonntag? Ah, okay. Okay. Ja, wie... Ah, ich siehste, es ist ja auch schon wieder Freitag, ne? Muss ich auch zuhause wieder FIFA Foot Challenges gucken. Beziehungsweise machen. So, es ist jetzt gleich voll, 94. Wir können dann auch gleich schon loslegen. Nicht schlecht. Hätte jetzt nicht gedacht, dass es doch so schnell geht wieder. König, du kannst Zeit so fixen. Ich seh schon, du hast uns nicht zugeguckt, Tim. Ja, Entschuldigung. Es gibt Leute, die arbeiten müssen. Oh, jetzt schreibt mir Steffen nochmal. Oh, Steffen. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. So nicht. So nicht. Ne, ne. Wer macht jetzt die YouTube Uploads? Äh, ach so. Ne, 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 ne. Mach das Uploads nicht. Das ganze... Das wär auch geil. Du machst auch Regie von hier. Ja, sicher. Also habt ihr die Regie-Meeting? Mach das von hier. Das ist geil hier. Okay, jetzt Paul. Slack. Slack. Wer ist eigentlich Paul? Starting Game. Ah, wer ist Paul? Die Werbung kenn ich auch. 98, wir können eigentlich schon auf Start drücken. Der letzte kann da noch rein. Hab ich schon. Hab ich schon. Ich weiß ja nicht, vielleicht wisst ihr das besser, wie das mit den Unassigned-Leuten ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob die automatisch zugewiesen werden oder ob die dann wirklich rausgeschmissen werden. Echt? Ja, das ist halt nämlich die Frage. Nämlich, wir hatten auch schon ganz oft dann, als wir Vierer-Teams machen wollten, dann Dreier-Teams dabei und da weiß ich nicht, ob die Unassigned-Leute dann noch drin waren. Egal, schauen wir uns das Ganze mal an. Oh, ich muss mir ja auch dran denken, dass hier eine Kamera ist. Liegen meine Haare? Nee. Nee, schade. Soll ich auf deine freche Zunge achten. Auf meine freche Zunge. Auf die Couch-Giesel-Zunge. Ja, genau. Hab ich schon hier kein FIFA. Das ist ja der Vorteil. Ja. So, nebenbei isst wir, das ist ja auch ganz beliebt hier im Streaming zu essen. Das ist auch frell spontane Sache, Mann. Das ist spontan auch Essen. Weißt du, kannst du auch irgendwie in der Pause dann mal essen. Aber nee, muss ja jetzt sein. Ein Stück Ananas? Nee, danke. Zuhause wollte ich Kapsalat machen. So, wen haben wir denn hier alles? Ja, du siehst niemanden außer uns. Nö, ich guck halt nur an, welche schönen Gesichter das hier sind. Und wer mich hier boxt, hier boxt mich Menschen. Das gibt's doch nicht mehr. Ich hab ein Pfeil im Kopf. Ja, natürlich hast du ein Pfeil im Kopf. Warte mal. Das macht Marco immer. Ich mach das gar nicht immer, ich schieß nie in den Kopf. Lieblingsbeschäftigung. Stimmt, das ist echt Marco. Spacko. Alle auf Marco, alle auf Marco. Ja, hallo, jetzt beruhig dich mal. Marco ist der mit der Armbrust. Auf Marco. Ja, ja, ja. Rudel, rudel. Rudel Bildung. Ja, ja. Hallo. Haufen. Schreien. Ja, schreien ist auch immer ganz berühmt. Schreien und Essen. Schreien und Essen. Irgendwas ist dann, warte mal, was war da nochmal? Es fehlt noch eine Tätigkeit. Vorherige Waffe. Null, 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 null. Ah, mit offener Mikro auf Toilette gehen. Dabei essen. Marco, 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 Marco. Warum, warum kann ich, ey, das ist ja sowas von mies. Wieso kann ich denn nicht nächste Waffe auf dem Wheel abmachen? Null, null, null. Ja, das geht bestimmt. Ist halt schon vergeben. Ja, ich versuch's ja gerade. Angeklickt. Jetzt kommt der hoch. Ich komm hier nicht mehr weg. Ich mach jetzt einfach Maus. Ich komm nicht mehr weg. Mittelmaus. Kranker Scheiß hier. Entwaffnen. X. Gott, das ist ja richtig viel verstellt. So, wer macht Ansagen, wo wir droppen? Okay. Marco. Marco, wir machen's so, dass wir mal anklicken, wo wir's droppen, und dann springen wir automatisch. Wir sagen nicht an, wann wir springen. Äh. That is correct. You are correct. Marco ist im Menü. Oh! Der Budikopf. Mild Racism. Ey, wann kommt eigentlich der Edelkopf? Wann, wann wären wir... Weiß ich nicht. Wollt ihr den Budikopf gemacht? Die Person müsste mal einen Edelkopf basteln. Wir haben noch einen Edelkopf. Der ist auch da. Ach stimmt. Der sieht so richtig gut aus. Ich mach jetzt mal Standardsteuerung. Äh, wo wollen wir denn hin? Haben wir jetzt eigentlich mal hier eine Markierung? Haben wir nicht. Äh. Fliegen wir durch. Ach komm, machen wir Krankenhaus. Äh. Ja, ach. Marco, so funktioniert das nicht. Marco, so funktioniert das nicht, Dude. Hm? Du kannst doch nicht sagen, wo wir springen. Es sind dann noch alle im Flugzeug drin. Dann machen wir nicht Krankenhaus. Dann machen wir was ganz anderes. Guck mal, ihr wisst doch gar nicht, wo wir sind. Lass doch hier hin, oder? Was denn jetzt? Was machst du? Ja, wir gehen jetzt hier hin. Komm jetzt. Raus hier. Oh, Otto, ey. Ja, meine Fresse. Die sind jetzt. Die springen halt alle ab, Marco. Ja, snipe doch keiner. Alter. Die sind alle fair. Warte mal, ich spring da raus. Da lang, da lang. Ihr wisst doch, wo lang. Hab's euch doch markiert. Ja. Da ist auch kaum jemand. Oh, warte mal, wir machen mal. Da. So. Echt jetzt? Ja. Ich hab's erst relativ spät gecheckt, wo du jetzt hin wolltest. Egal. Da sind doch schon ein ganzer Squad. Zwei. Ja, das sind halt überall Squads. Okay, wir sind einfach super verteilt. Das ist doch super. Haben wir kleinere Teams. Party, party. Es ist einfach ... Ich hol mir ein Auto und fahr zu euch. Es ist die reinste Hölle, wo ich hier grad lande. Ja, ich lande auch einfach in 100 Leuten. Was ist denn jetzt hier los? Du drehst jetzt wieder ab, oder ey? Are you kidding me? Marco, was machst du? Ich gucke halt, wo wir sind. Oli liegt gerade. Marco raus. Das ist echt der schlimmste Absprung der Zeit. Das war's, was ich je erlebt habe. Nein, nein. Der geht doch noch. Nee. So was von aufgeteilt. Das schlimmste Chaos der Welt. Jetzt alles gut. Wir töten jetzt ein paar Leute. Gieselbäume rein und sowas. Hier wird schon richtig abgeballert. Du wirst schon abgeballert? Nee, andere Leute werden jetzt nicht. Achso. Zieh mir erst mal ein geiles rotes Shirt an. Damit man dich besser sehen kann. Ja, man. Hier ist eine Helmstufe drei. Ich hab auch schon einen. Hier liegt noch einer. Was? Soll ich markieren? Ja, mach mal. Uh, vierfach. Du bist blau, ne? Waffen finde ich keine. Ich versuche mich in eure Richtung durchzukämpfen. Tito. Sehr schrecklich. Ja, schlimmste Runde ever. Alles noch super. Da erklärt man ihm, wie man das hier macht mit dem Absprung? Vier von sechs sind doch da. Vier von sechs sind doch da. Äh, fünf. Vier von fünf sind da. Sind ja nur fünf. Uiuiui. Geil. Ja, nur ich bin abgeschlagen. Schon wieder. Olli ist ein Feind. Okay, geil. Direkt vorher gesprungen. Na toll, Clemens ist tot. Shit, der ist bei mir. Ja, der ist direkt ein Haus neben dir. Wow, das ging schnell. Rettet mich. Ja, hast du ne Waffe? Ich hab nur nen scheiß Revolver. Oh. Uh. Doch nicht, vielleicht. Ah, Leute, Leute. Wo genau war er, Clemens? Das mittlere Haus von diesen dreien da. Genau, bei dem roten meine ich. Hinter dem roten auf der Rückseite. Okay. Och, Mensch, wie ärgerlich. Scheiße. Passiert. Passiert. Passiert, passiert. Passiert, passiert. Ich komm zu euch. Ich bin gleich da. Seid ihr am Start hier? Ich bin bei Marco. Marco, ich komm zu dir. Äh, ne, ich würd jetzt eher Timo retten. Also wo Timo ... Hau mich mal ab hier. Olli ist ... Moment. Olli ist da. Ich lauf immer noch zu euch, aber ich weiß nicht ... Ja, Bornheim ist der Nächste, der bei, ähm, Clemens ist. Guck mal, ob ich den von oben irgendwie kriege. Ich brauch unbedingt noch ne Weste. Marco, ich bin bei dir. Ist einer im Haus? Ich bin bei dir. Okay. Also kommt ihr jetzt nicht und ich muss mich ... Warte, 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 ich komm für ein Dach. Brauch erst mal ... Ich kann auch sozusagen hier rausspringen. Ja, aber das ... Willst du euch kommen? Genau das hab ich ja auch gemacht. Woll grad sagen, das ist ... Ja, aber du bist ja ... Du warst ja hinten. Ich bin hinten raus, ja, aber ... Hier ist auch keiner. Okay. Sonst wär ich jetzt schon tot. Olli, komm's raus. Okay, ich komm mal. Woooow. Try it. Also ich war auch noch im Haus weiter. If he's survived. Bornheim mal da rüber und ... Wer das Ziel erreicht. Scheiße, geh dich zu. So. So, Freunde, gibt's hier noch was Geiles? Ich kann dir sonst noch ne M416 abgeben. Ich hab was? M4? M4 oder M16 A4? M416. Ich hab beides. Du meinst ne M16 A4? Nein, ich hab beide. M16 A4 und M416. Ach so, ah. Aber brauch ich im Prinzip nicht. Ich hab ne AK. Ach so. Obwohl's mich sehr reizt. Da schreit er sofort. Er hebt die Stimme. Er hebt die Stimme. Ja. Das gibt's ja nicht. Welche ist besser? Ist die M416 besser oder die M16? Die M4. Ah, auf mich wird geschossen. M4 auf close. Deine M16 kannst du halt sehr gut auf Distanz nehmen. Ähm. Auf wem wird geschossen und von wo? Der ist direkt unter euch irgendwo, glaub ich. Der läuft irgendwo da unten um euer Haus rum. Um unser Haus rum? Ja. Das ist wahrscheinlich der Clemens-Killer. Ja, wahrscheinlich. Der Clemens-Killer. Oh, ich seh ihn. Wo? Wo? Osten. Osten. Die sind alle unter euch. Hinter Eingang, oder was? Naja, Richtung Süden unter euch. Der kann auch reinkommen ins Haus, ne? Richtung Süden unter uns? Alter! Von wo? Ich weiß es doch auch nicht, Mann. Wo, was ist hier los? Ah, fuck. Unten ist er drin. Er ist drin. War genau auf der anderen Seite. Hat auch noch ein Zufeuer an. Ich depp. Fuck, ich hab einen Vierversuch drin. Ja, passiert. Aha. Er ist genau unten drin auf der rechten Seite, wenn du reinkommst. Ich komm. Nimm die Schrot. Was? Nimm die Schrot. Ja, hab ich auch überlegt. Aber ich pratz lieber drauf. Ja, Schrot ist halt jetzt auf die Distanz eigentlich geiler, ne? Boah, ich dachte... Ja! Ganz ruhig. Lol, ey. Ich hab einen Vierversuch weggeschmissen. Okay, wir bratzen jetzt weg, Wierd. Alles klar? Warte, warte, warte. Ich komm auch. Boah, hier ist da schon einer! Naja. Okay, ich hab ihn da gedaunt. Alter Schwede, noch da. Ist da noch einer? Ich weiß es nicht. Ich komm von unten rein. Stirb du. Sehr gut. Gut. Ich bin unten. Da ist noch einer. Achtung! Geh vor. Pushy. Jawoll! Ah! Ich dachte, du kommst, Olli! Ja, dann... Keine Money! Oh! Oh no! Keine Money! Kein Problem! Komm, du machst den weg! Den haust du jetzt weg, Olli, komm. Ansonsten... Frust fressen. Schnelle Runde! Hot Button! Nee, nee. Nee, nee, du. Trap, trap, tap, ja! Nice! Sehr gut. Komm hier! Save me! Da läuft noch einer. Oh, da war von einer. Oh, ich verpiss mich. Dann zittert er weg. Die Türen freigemacht. Ja, oder? Rettet mich, genau. Ja! Gute Idee. Alter. Die werden keine Ahnung haben, wo ihr seid. Alle Türen offen, außer eine. Lass mal weitergehen. Das ist nur die Toilette. Warte, ich muss mich kurz heilen. Ja, oder geh einfach. Okay. Achtung. Steps unter uns, oder über uns? Unter euch. Ich glaube, unter uns. Ja, definitiv unter uns. Hast du ihn? Nein. Prats, prats, prats. Das ist ein scheiß Kollege. Ah! Ach, nö! Zwei. Einer ist noch bei Timo. Hey, what the fuck? Wer ist denn hier alles? Einige, einige. Du hast ihn jetzt zu Timo Putin. Ach, tot. Wo ist der? Hey, ich check's nicht, wo du hergelaufen bist. Ah, fast. Nice, Oli. Hast ganz Squad-Ali nicht. Alderfalder. Okay, Oli rasiert. Unten bei mir gab's Mad Kid. Tschüss! Ja, die anderen kannst du ja jetzt looten und so. So viel Blut vergießen. Shit. Oli hat's gut gemacht. Es sind sehr viele Leute gestorben gerade. Ja, es sind sehr viele Leute gestorben. In dieser Nacht wurde Blut vergoßen. Es ist sehr viel Blut vergoßen. War es das wert? Aldi's killing. Oli hat überlebt, aber zu welchem Preis? Brauch ich alles nicht, brauch ich alles nicht. Hier, brauch ich. Energy, energy. Brauch ich, brauch ich. Brauch ich, brauch ich. Das war doch eigentlich, glaube ich, nur dieses... Brauch ich, brauch ich. Eine Squad hier. Brauch ich nicht, brauch ich. Brauch ich, brauch ich. Plötzlich so viele irgendwie. Guck mal, wie viel Scheiß hier rumliegen vor mir. Wir hätten früher mal erklären sollen, wo wir abspringen sollen. Ja. Das war durcheinander. Ich durfte ja nicht mehr im Krankenhaus. Brauch ich, brauch ich. Ja, weil du es ja auch angekündigt hast. Du Otto. Otto, ja. Also ganz ehrlich, wenn wir jetzt am Ende schon fast über die gesamte Map geflogen sind und ich dann fast vor dem Krankenhaus sage, wie gegen ein Krankenhaus, macht es auch keinen Unterschied mehr. Ja doch. Nein. Vorhin ohne dich hat alles gut funktioniert. Na siehste. Jetzt müssen wir aber warten. Ich wollte gerade sagen, machen wir hier noch einen Squat oder ein Duo. Machen wir kurz ein Duo. Ich mach euch jetzt aus. Ist ja noch, guck mal voll. Er macht das jetzt aus. Ja. 68. Ich hör euch jetzt nicht mehr. Pff. Stufe 3 Helm, oder? Das ist fast zum Arsch. Funny. Gucken wir mal, was der Chat so sagt. Und leg das Handy einfach verkehrt drum auf den Tisch. Gucken wir, was der Chat sagt. Ausgemacht. Nee, ich guck einfach auf den Rechner. Oh ja, das ist clever. Auch mal ein bisschen mit dem Chat chatten. Super Chat. Ja. Ich geh mal auf Twitch. Twitch. Ein bisschen mit dem Chat. Ich mach mir in mein Höschen rein. Ins Höschen rein. Ich mach den Chat mal auf, weil ich ihn auch auf hatte. Aber er ist ausgegangen. Ich renne einfach raus. Versuchst du Screen snipen? Peter intend, Rollen. Paul hat Durchfall in der Regie. Der hat Spaß. Was? Florian Hartn? Nee, ich will mich nicht als Florian Hartn anmelden. Wir sind nur die zweitgrößten. Gerade in Deutschland mit PUBG. Können wir das mal korrigieren? Wir sind die größten im Moment. Nein, wir sind die zweitgrößten. Wer sind die größten? Lost Aiming. Wer ist denn das denn? Keine Ahnung. Das ist der Rambo. Der Rambo, stimmt. Stimmt. Die ustedes kennen alle. Das ist so dein Zweitkanal einfach so, du sitzt hier schon wieder aus deinem eigenen Stream Ich muss den Chat anschauen Hallo Pixie Powder, das sind Coffee Bean, Sayonara kennt man alle Oh, da ist gerade Julian Bam Werbung bei mir Musst du auch erwähnen, ne? Na sicher Icebreaker Marco, du bist süß Na ja Na ja Das leben einfach noch viel zu viele Leute Einmündige Werbung Aber das ist, du findest auch geil, was da auf dem Screen steht Open End, im Anschluss PUBG vielleicht Das steht da schon seit wie vielen Stunden Vier oder fünf, ich weiß Niemand weiß? Ei, 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 ei Wann bekommen wir unser Chicken Dinner? Ja, gute Frage Wir waren kurz davor Ja, zweiter ist schon Bis hier alle gestorben seien Schade Ja Weißt du, den schlimmsten, schlimmsten zweiten Platz hatte ich glaube ich mit Timo und Steffen in dem Team mal Als wir so ein Zonenglück hatten Alle mega geil ausgerüstet waren Zonenglück Damit kennt sich Marco aus Und waren eigentlich nur Wir waren vier gegen drei, glaube ich Ich weiß nicht mehr Ich hab's verdrängt Und verlieren das Ding noch Ich glaube, wir so krasse Waffen auch hatten Ich glaube, da war ich dabei, wo wir in diesem Haus waren am Ende Genau, da waren wir in dem Haus Stimmt, da warst du dabei Ja Wer hat auch so gute Waffen Wir hatten mega Achso, ich hab das gemacht Dieses kleine Haus dann gezeigt Alter, dieses Springen in diesem Spiel ist so eine Affenkacke Hallo Was hast du denn gegen Springen und Affenkacke sagt man nicht, Alter So nämlich Da steht, frag mal Marco, wann Moin Moin kommt Frage von Triple A in die 96 Kommt Moin Moin nicht oben? Ja, Marco kommt aus dem Osten Also wenn Steffen jetzt Also normalerweise Sollte sich Steffen Moin Moin ist noch nicht hochgeladen worden Gebt uns Chicken Ja, dann kommt Moin Moin sofort Kannst du ja noch schnell hochladen Bis es ja hier durch ist Nee, das gibt's jetzt weiter Also ganz ehrlich Mann, 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 Leute Mann, Mann, Mann Das ist mir auch nicht aufgefallen gerade Hab ja rübergeguckt Alles da Können wir mal was raus Gucken wir auch mal bei Twitch vorbei Ich muss halt noch gegen 61 Leute an, ne? Ja, gegen 61 Leute, Olli Das ist ja wohl Holst du die AWM Und dann bam, bam, bam Kann ich nicht einfach alle Ketten von so Kann ich nicht Level 3 Rucksack gerade da oben? Nee Safe Außerdem, ja egal Jetzt ist falsch Aus der E-Level 2 reicht auch raus Nimm den Buggy Gab's überhaupt heute Moin Moin bestimmt nicht, ne? It's so easy with all tours Kann der PUBG-Server übers Wochenende online bleiben? Da fährt ein Motorrad an mir vorbei YOLO! Der kann auch die ganze Zeit einfach durchzocken Und dann nebenbei wird das Programm unterbrochen Also PUBG unterbrochen durch Animal Squad und alles Und wir zocken einfach im Hintergrund weiter Bis wir irgendwann dieses verfickte Chicken-Dinner holen Fuck! Ich will das nur machen, weil er keinen Rechner zu Hause hat Ey! Wer kann das machen? Gott, bist du es? Er ist nicht der Einzige Ich hab auch keinen Rechner zu Hause Ja, meint er ja dich Deswegen muss ich ja hier Ja, ich muss ja zu Hause Ich muss ja hier bleiben Und so Leg mir noch ein Kissen hier hin Und dann geht das los Ja, Dito Ich hätt Bock, man ja wirklich hier Können wir halt wirklich heute Nacht einfach Laden machen Weißt du? Ich zock hier durch Jeder bringt einen Schlafsack mit Ich zock hier durch Ich brauch keinen Schlafsack Guck mal, da vorne ist die Game2-Couch Da lege ich mich drauf Da würde ich mich nicht drauf Ich nehme die Gieser-Boer-Couch Also ich würde mich eigentlich theoretisch Wenn es danach ginge Dürfte man sich auf gar keine Couch mehr hier legen Ja, dürfte man eigentlich Vielleicht auch eure Die ihr Da liegt Kimi immer drauf Oh, Kimi Dead Bitch Wortwörtlich Kimi Das ist unfassbar Ja, Timo und ich können ja gleich eine Runde FIFA noch nebenbei zocken Nix Nix Heute ist PUBG-Freitag Heute ist PUBG-Tag Also sollten wir echt etablieren Montag ist ein Spieltag Dienstag ist ein Spieltag Mittwoch, Donnerstag, Freitag Es gibt ja gar keine Es gibt gar nicht Vier, Fünf, Sechs, Sieben Spiele Ich meine, dann ist PUBG Dann ist PUBG an zwei Tagen Counter-Strike an zwei Tagen Oh, ein Tag Counter-Strike Das ist doch geil Oder, ja, Counter-Strike wäre auch witzig Und ein Tag Age of Empires 2 Aber da bin ich nach einem Match schon So pisst, dass ich gar nicht mehr spielen will Echt? Eieiei Vielleicht können wir auch mal wieder LoL machen Ich meine natürlich Hey, LoL Ich liebe League of Legends What the fuck Hamburg, Barmbeck Ja, hab ich ja auch schon gelegt Die Eilnachrichten von mir Ja, echt Ja, ja Barmbeck ist auch so eine schlimme Gegend Wieso wohnst du da? Ich hab da mal in der Nähe gewohnt Bei Studentenwohnheim Bis dein Haus abgebrannt ist Von einem wütenden Mob angezündet worden Von ihm selber Bei G20 Hätte ich auch ein bisschen Schiss Dass meine Bude anfängt zu brennen Echt? Ich wohne hier direkt Schanze Ach, stimmt ja Er hat sich auch verkrochen Er hat mir gesagt Er ist einfach jetzt eine Woche nicht da Jetzt gucken wir mal ein bisschen Olli zu Und scheiß auf diese regionalen Nachrichten Das interessiert auch keinen Schwein Gucken wir lieber an Wie Olli jetzt Headshots verteilt Viel spannender Hast du deine M4 ausgerüstet? Nee Ach, schade Ich hab keine vernünftigen Aufsätze gefunden Leider Ich hatte welche in meiner Leiche Toll Versteckt in deinem Arsch Ach, vielleicht Würden wir jeden Tag so spielen Würden wir doch irgendwo mal Chicken Dinner haben Ja, ja Vielleicht auch einfach mitten in der Nacht Oder wir gehen auf dem Asian Server Oder NA Nordafrika Afrika Hol den Drop Ja, hol den Drop Das ist deine AWM Oder dein M24 Finde ich so weit weg Ach Schwimmst du hin Under the Sea Under the Sea Wo ist es eigentlich? 33% schneller? Wir haben Siri erweckt Wir haben Siri erweckt Mit unserem Scheißgesang Was? So krankes Schwein Meintest du etwa Halt dein Maul Ja Was wollt ihr? Ich hab einen Kater Lass mich schlafen Das leben immer noch 55 Leute, könnt ihr nicht einfach alle rausgehen oder so. Du kannst ja alle kicken, wenn du schon bist. Der Neon-Filter. Ist ja auch komisch. Jetzt hätte da jemand Instagram installiert auf diesem Monitor. Was? Dieser Kontrollmonitor da vorne, das hat so falsche Farben, habe ich noch nie gesehen. Stimmt ja. Das sieht eigentlich so rot aus. Vielleicht ist er rot. Der ist knallrot, der ist gerade so mega angestrengt. Wenn man auch rüber guckt, das sieht man nicht. Vor vier Stunden Rocket Beans TV, Passwort Wurstsalat. Passwort haben wir ja fast immer. Vor vier Stunden? Ja, vor vier Stunden haben wir angefangen, oder? Oh mein Gott. Was ist das für ein Freitag? Best Friday ever. Warum kein Delay? Geht einfach. Geht nicht. Wir senden noch auf mehreren Plattformen, deswegen dürfen wir leider keinen oder können keinen Delay reinstellen. Ich wollte gerade sagen, das ist technisch halt einfach nicht so machbar. Vielleicht meint der Oli jetzt alle mal einen ab. Kann doch nicht sein, dass so viele noch am Leben sind. Ey, wie viel ich schon gekillt habe, ja? Wie viel? Vier hast du, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Müsstest du das nicht oben links? Ja, okay. Ja, wenn der Inventar bist. Da läuft auch einer. Ja. Und dir. Da läuft einer. Raus aus der Deckung. Der wird schon alleine sein. Der ist echt alleine. Wie viel Meter? 500, 600. Fährt der jetzt mit dem Boot weg? Ja, tatsächlich. Kommt danach Kino Plus oder geht es noch so weiter? Gute Frage. Wieso Kino Plus? Na ja, Kino Plus Wiederholung. Die ist doch auf YouTube schon, oder? That's the spirit. Also wirklich. Es gibt hier Live-Content und da beschwert ihr euch, dass hier keine Wiederholung läuft. Gewäscht von gestern. Meine Frage. Leute, beruhigt euch. Timo, ja. Beruhigt euch doch bitte. Ich wollte doch eigentlich nur hören. Ja, wir machen weiter. Na sicher. Table Flip. 80.000 Euro weg. Alles gut. Also Kino Plus gibt es schon auf YouTube und kann sich angucken. Schüsse aus Nordrosten. Wie gesagt, zum Moin Moin weiß ich jetzt gerade klar. Soll ich jetzt wagen, um über die Straße zu rennen? Ja, scheiße. Ja, musst du ja. Ich bin ja im Kreis, aber ich will noch weiter eine bessere Pose bekommen als hier. Ja. Uphill ist auf jeden Fall fein. 51 Leute noch. Ja, das ist egal. Das Leben noch mega. 50 zu viel. Halt nur Fünfer-Squads und ich bin halt alleine. Das ist halt echt. Das ist doch top. Das ist doch super. Das ist doch deine Chance jetzt die Helden zu werden. Das ist halt ehrlich. Ja. Also wenn er jetzt das Chicken Dinner bekommt, haben wir alle das Chicken Dinner bekommen, oder? Weil wir ein Team sind, oder? Is not gonna happen. Not gonna happen. Er hat auch nen Namen. Davon mal abgesehen, du Assi. Kimi. Kimi war dein Hund, oder? Wir sind hier alle happy und cool miteinander, ne? Jetzt mal. Halt deinen Maul, Bitch. Jetzt schön mal die Schnauze halten, dann gucken wir mal, ob hier ein Dinner drin ist. Dinner, dinner, dinner. Olli, du schaffst es. Schreib Taddy. Ja dann, wenn das so ist. Mit Herz aber. Oh, mit Herz. Was? Na siehste. Chicken. Olli wird durch ein Molly gekillt. Olli der Molly. Bitch. Uff. Zehn Squad vs. Olli. Wir könnten ja in der nächsten Runde mal First Person forcen. Ich hasse First Person. Ich hasse First Person. Ich find's witzig. Dann lieber irgendwie Crossbow only. Boah, das ist mega meint. Das ist wirklich keiner. Unser Ziel ist es erstmal normal zu sein. Ich hab's noch nie gespielt. Warte mal. Olli ist grad gleich im Fight. Olli ist gleich tot. Gut, dass wir alles hören. Olli ist gleich tot. Nein, ist er nicht. Ne stimmt, er hat ja eine Pfanne dabei. Habt ihr den Ingame-Sound im Studio? In den Kopfhörern? Wir hören es ja über Kopfhörer, ja. Dem Mann eine AWP. Nee. Wenn's in der AWP geben würde, hätte ich schon längst in der AWP. AWP reicht ja wohl. Gute Lightning-Strike würde ich auspacken. Gibt's aber nicht. Mega viele Schüsse von da drüben, wa? Mhm. Und von da auch. Ich glaub, jetzt kommen alle von allen Seiten so angedödelt. Sie haben dich alle schon im Visier. Doddl, doddl, doddl. So, jetzt guck ich mal auch wieder in-game. Aber warte mal. Ich glaube genau auf Nord. Nordwest. Wir fährt mit dem Motorrad. Hinten links am Baum. Noch ein bisschen weiter Nordwest. Richtung Nordwest, 330 ungefähr. Da hinten am Baum war was. Ja, es ist nichts mehr. Ja, deine Vorstellungskraft war ... Kann auch ein Busch sein, Oliver. Ah, von hinten kommen welche, von links kommen welche? Ja, du sitzt da mega malig. Ja, aber ich muss ja hier hin. Da ist er wieder. Wo, wo? Auf 330 läuft er grade. Rechts weiter. Was? Der ist grade von dort weggelaufen. Was? Ihr seht wieder nichts. Ich glaub, du siehst Büsche. Nee. Der war auf 330. Ich hab eher Angst, dass hier über diese Hügelkette gleich Leute kommen, weil jetzt die die Zone ange ... Ja. ... beschissen kommt. Hier fährt schon mal einer an mir vorbei. Ja, da laufen sie. Wo? Genau, geradezu. Rechts. Oh ja, da hinten. Na ja, sollen sie mal. Die bekriegen sich erst mal. Lass die. Ja. Oh, stark. Kein Plan. Rasiert hier. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Zweierteam. Kannst du rausradieren. Drei, das sind drei. Vier. Vier. Rasier weg. Ja komm, schieß mal rein. Lass mich in Ruhe. Guck mal, die werden verfolgt von jemandem. Alter. Das geht's ab. Was ist das? Ne. Alter. Das kannst du ... Don't shoot me. Dann prone dich mal. Alter, das ist ein Viererteam. Alter. Headshot. Das macht keinen Sinn. Geil, jetzt komm, mach. Headshot. Jawoll. Ui. Guck mal, wie sie jetzt gucken. So gut. So gut. Hast du jetzt deine Position aber für die hinter dich? Alter, die gucken alle zu dir. Was hast du denn gedacht? Ey, dann stachet mich doch nicht an. Warum schießt du denn? Warum schießt du überhaupt? Da unten sind jetzt ... Weil mir sagt, ich soll schießen. Ich mach alles, was man mir sagt. Ja, von links kommt's. Vom Pressed Shots. Ei, ei, ei. Olli, ey. Schön. Die gehen sich grad alle selber an die Gurgel. So gut. So gut. Noch 26, Olli. You can do it. Ist der Endkreis ... Ach du Scheiße, das wird ja wieder scheiße, der Endkreis. Richtig schön, der wird ... Shooting Range. Aber jetzt bist du grad ganz gut in Deckung hier. Geh doch am besten unter dem Baum da. Den? Ja, da hast du ... Aber die kommen ja von da oben. Ja, da hast du aber Schatten von hinten und der Baum geht dann nach unten. Da sehen sie sich da nicht. Ich weiß nicht so recht, Marco. Na gut. Sonst könntest du halt pronen. Ich weiß nicht so recht, Marco. Na gut. Hier hab ich von beiden Steinen so ein bisschen Deckung. Alter, da unten geht auch was ab. Ja, ja. Die sind schon drin da. Da ist er. Alter. Oh, da ist er wirklich. Ich seh noch. Der scheiß Zaun schützt ihn. Fick dich doch. Hauptsache, du hast die Position preisgegeben, aber echt ... Dreckszaun. Alter! Von hinten, von hinten, von hinten. Ja, direkt ein Baum vor dir. Ja, ich seh ihn. Puscht der mich? Ja. Puscht dich von links. Was? Ah. Scheiß. Hm. Aber Oli, echt nicht schlecht. Gut durchgehalten noch. Aber ... Eine unnütze Aktion am Ende. So, dann machen wir jetzt den Server zu. Jetzt macht's ja keinen Sinn mehr. Jetzt könnt ihr mich alle mal. Alle kicken. Alle kicken. Alle kicken. Ja, schade, 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 schade. Schade, schade, schade. Aber knapp. Oh, oh, oh. Gib dir mal, wie gut ihr ausgerüstet seid. Ich komm immer nicht ... Also, wie schaffen die Leute das? Platz 8, wie gesagt, echt nicht schlecht. Ähm, drück mal X auch. Ah ja. Das haben sie ja von Counter-Strike geklaut. Ach ja. Just saying. Klauen alles. Mist, Schweine. Sind die im Bunker drin, oder was? Der ist ein komplettes Quad. Mhm. Alle fünf noch am Leben. Wollt grad sagen, die sind ... Das Dundesign-Squad hier am Start. Oh, schön, schön, schön. Die kriechen sich schön im Bunker. Jetzt kommt Dragny. Kommt von der Seite. Was haben wir denn hier? Hier ist auch noch mal ein Squad um Matze. Oh, ja. TNH ist auch wieder am Start. Die waren vorhin auch ... Die waren unter den Top ... Die haben zweiter Platz oder so gemacht eben, oder? Oder erster Platz? Weiß ich gar nicht mehr. Waren auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Hier ist auch noch mal ein Squad. Die pronen hier sich einen ab. Machen hier einen auf ... Human Centipede. Ja, aber sind da relativ allein, ne? Also, da kommt jetzt kaum was ... Naja, die krabbeln halt direkt auf das Fünfer Squad von Doom Design. Ja, aber dort sind sie halt gut geschützt. Also, sie sind nur am Zaun. Also, einmal den Kopf rausgestreckt, ne? Und da kommt ein Schuss von der Seite. Von hinten kommt hier ... Ja, wie ... Kein Plan kommt hier angelaufen. Das ist eine Snake. Sitzt sich hier irgendwie einen ab. Ihm ist alles egal. Er ist schon in der Zone drin. Was? Oh, Doom Design Squad läuft jetzt hier raus. Nee, die sind innen drin. Das ist natürlich smart. Mhm. Innen sind sie ja auch weiterhin immer noch in der Zone drin. Haben sich jetzt hier einfach unten reingestellt und warten einfach ab. Weil der Endkreis ... Den Endkreis haben sie ja schon. Das heißt, die sichern jetzt jede Ecke von dem scheiß Bunker ab. Es gibt nur einen Eingang? Ja. Oh Mann. Es gibt nur diesen einen Eingang. Okay. Lass mich raten, wer diese Runde gewinnen wird. Das ist halt dieser Billo-Bunker. Der ist halt ... Ja. So geil zu verteidigen gerade für die. Da kommt ja keiner mehr rein. Die beste Position überhaupt. Also außer du wirfst halt eine Blendgranate und eine Granate hinterher. Kannst dann hoffen, dass du halt genug gewinnen kannst. Nee, wobei sie sind jetzt schon fast nicht mehr im Kreis drin. Wenn sich jetzt noch der letzte Kreis irgendwo hier hinten oder sowas aufmacht, dann haben sie natürlich ein Problem. Das werden wir gleich sehen. Und ... Abby B und Matze Squad ist immer noch hier am Start. Oh, die haben Glück. Kannst nur hier hoffen. Na ja. Ich seh aber die Map nicht. Ja, sie sind noch genau drin. Mit einem Fuß. Zeig mal einmal die Map. Will ich kenn mal. Was passiert, wenn jetzt die einen oben sind und die einen unten? Oh, 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 oh. Tja, dann ... Dürfen wir warten. Dürfen wir warten. Aber sie gehen raus. Sie müssen dann auch raus. Ach, weil es gibt noch einen kleineren Kreis oder was? Ja, ja. Es gibt noch ... Direkt in Butmao rein. Hat nur gewartet. Hat schon zwei fast rausgenommen. Es kommt aber natürlich noch Neret von der Seite. Nefret. Natürlich mit Butmao ist noch ein Dreier-Squad eigentlich. Kein Plan. Jetzt mal ne Granate reinballern, ey. Das wird halt wirklich schwierig, wenn sie raus müssen dann gleich. Also wenn dann ... Wirf noch ne Granate direkt in den Eingang rein. Hallo. Oh, daneben geworfen. Oh, der wirft ne Granate ziehen. Oh, der ist auch daneben gegangen. Er versucht hier alleine was zu reißen. Wird jetzt aber auch von hinten, von oben noch rausgenommen. Der hat sich da ganz gut positioniert. Die warten jetzt ab, bis sie rausgelaufen haben. Jetzt haben sie natürlich in eine Sackgasse reinmanövriert. Jetzt kommt noch ein anderes ... Jetzt wird jeder abgeballert, der rausgelaufen kommt. Derweil geht sie hinten auch noch zur Sache. Noch 14 am Leben für den Kreis. Matze nimmt hier ein ganzes Quad einfach alleine raus. Ist dann noch gegen TNH. Pusht ihn jetzt mit der Schrufflinte? Keine Chance. Hat einfach ein ganzes Quad gerade rasiert, Matze. Ja, stark gemacht. Ist natürlich doch das Quad hier noch im Haus drin. Ist denn der Oliver gestorben? Ja, er wurde gepusht. Ja, und das Quad um keinen Plan rasiert jetzt einfach das komplette Team um Doom. Die sind jetzt auch quasi im Arsch. Kreis kommt. Kreis kommt, ja. Ripperino. Ripperino. Unglücklich. Dabei dachte ich hier so, Bunker wäre gut. Die laufen natürlich jetzt direkt in den Squad von hier, Tragni und Fox und sowas einfach direkt auf sie drauf. Ich bin ein bisschen unglücklich. Das ist eine Überzahl. Oh, hat ein Tragni direkt rausgenommen mit der M4. Boah. Top 8. Gucken hier so ein bisschen aus dem Fenster raus, Fox. Moment, das sind sechs Leute, die wir brauchen. Zwei sind da noch irgendwo. Oh, Matze kommt aber noch von hinten. Ja. Ja. Er ruft jetzt eine Granate ins Haus rein. Oh, aber mit dem Werfen wird abgeknallt. Ah, doch nicht. Glück gehabt. Hat sich gerade noch mal gerettet. Guck, wo ist Matze? Undankbare Zone. Matze hat sich hier unten in den Unterstand gestellt. Kommt jetzt von hinten so ein bisschen angeschlichen. Hält sich irgendwie komplett raus. Der lässt sich irgendwie erstmal die Leute sich gegenseitig abwandern. Ist gar nicht so verkehrt. Und geht einfach in den Kreis. Und hier wird eine Granate nach der anderen in das Haus reingeschmissen. Wie kommen die so viele Granaten? Zirkelt er die jetzt? Sonst ist es hier durch die Tür vielleicht durchzuschießen. Oder durchs Fenster. Naja, weiß aber erst mal. Wir müssen noch eine HE rein. Wie viel haben sie von den Dingern? Oh, jetzt kommt aber auch Fox raus. Nee, ist nur rumgegangen. Oh, von beiden Seiten. Ah! Oh! Da geht Gutmau down. Kein Plan lebt immer noch außen. Muss sich jetzt natürlich auch vor der Zone so ein bisschen retten. Und Matze chillt hier hinten einfach rum. Jaja, der kann jetzt abwarten. Der kann sich das Ganze ansehen und dann... Eine Matze wird hinein. Jetzt halten sie sich wieder hoch. Jetzt kommt Fox raus. Jetzt kommt aber auch Zone. Oh! Das ist natürlich blöd. Jetzt kommt der andere. Matze ballert auch noch von hinten drauf. Ja. Jetzt wird's schwierig. Der große Showdown. Matze gegen den Rest. Boom! Was? Das war's? Ja, bitte! Hat die gerade alle wegrasiert oder was? Ja, Matze hat noch einfach drei Kills am Ende geholt. Geht schlecht. Matze! Acht Kills! Also wenn man alleine ist, kann man noch einiges reißen. Wie, weil er gerade schreibt, Nice Content am Mittag. Acht Kills. Nee, vier Kills. Sorry, vier, fünf. Fünf Kills. Matze GG auf jeden Fall. Matze! So! Matze! Müssen wir Werbung machen oder können wir gleich weiter? Was machen wir jetzt? Kurz Werbung und dann... Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel Uhr ist. Äh, 17. Ja, das ist doch noch Zeit. Was sagt denn der Chat? Der Chat hat Bock, oder? Der Chat ist zufrieden, oder? Der Chat ist zufrieden, oder? Das zeigt der Chat ja Werbung. Der Chat schlagt weiter bis Montag. Okay, alles klar. Okay, dann geht's weiter bis Montag. Also, bis gleich. Ein Hamster in einem Rad. Willkommen zurück. Hallo. Hallo. Ja. Und das Passwort ist? Passwort ist bis Montag. Bis Montag. Bis Montag. Alles klein geschrieben. Und go for it. Jetzt wollen wir ein bisschen Action sehen. Go, go, go. Und ich glaube, wir sind sogar jetzt schon die Größten auf Twitch, was PUBG angeht, in Deutschland. Wir sind die Größten auf Twitch im Allgemeinen. Ja, weil... Die Kumpelinos von... Ja, weil... Irgendjemand... Nein, ich weiß es gar nicht. Guck doch mal noch. Check doch mal die Lagen. Ich check das mal aus. Sind wir die Größten? Wenn wir's nicht sind, dann... Nee, sind wir nicht. Sind wir locker nicht, ey. Mensch. Wie kann das sein? Können wir noch bitte 800 Zuschauer... Ja, hi. Sieh zu. Sieh du mal zu, mein Freund. Leute, holt mal 600 auf. Gott spricht wieder zu mir. Gott. What, what, Gott. So, wie viel sind denn schon drin? Alter. Ihr seid geil. Schon fast wieder voll. Das ist wirklich cool. Was? Haben wir wieder ein paar... Max schreibt im Chat Arroganz, Marco und Arroganz, Olli. Ekelhaft. Wer was? Welcher Max? Dieser Max? Der Olle Max? Hey, danke, Max, dass du mit Kimi rausgegangen bist. Cool, Max, dass du dabei bist. Also richtig... Richtig top von dir. Topf. Richtig beliebt macht er sich. Übrigens spielen wir First Person. Hat das schon jemand gesagt? Oh ja. Überraschung. Wir können alle wieder rausgehen. First Person-Server. Wir sind fast 100 und wir sind 20. Und... Fünf. Und wir das auch aus. Vier. Nein, also First Person finde ich eigentlich ganz witzig. Das ist mal was anderes. Kann man ja mal machen. Kann man mal machen. Ist ja kein Zombie-Modus. Zombie-Modus... Kann man nicht so machen. Kann man machen... Muss man auch nicht. Ja, wenn sich die Zombies halt schlecht verständigen oder nicht gut verständigen können, dann ist es halt kacke. Dann laufen sie halt einzeln rein und dann ballert man sie halt wie bei unserer ersten Zombie-Runde einfach einen nach den anderen. Das Passwort ist bis Montag. Bis Montag. Alles klein geschrieben. Okay. 84 sind wir. Da fehlen aber doch noch ein paar Freunde. Hab ich jetzt mal nachgerechnet. So gut rechnen können wir. Ja, das ist... So, 92. Über Biakugan, PUBG kann man auch mit mehr als vier Leuten im Squad spielen. Ja. Kann man. Wenn ihr so einen coolen Custom-Server habt, dann kann ich nicht. So. Oder einem Joint. Ob ihr wohl auch so einen geilen Custom-Server habt? I doubt it. Ja, go. I doubt it. 100 Leute haben Bock auf First Person-Server. Also ich finde halt alles Luft über Vierer-Squad ist halt schon leicht anstrengender. Ja. Ich finde Duo mit am angenehmsten. Dreier geht auch noch so ein bisschen ab. Vier ist echt schon anstrengend. Ich finde Duo eigentlich auch am angenehmsten. Loot-Tilen und so. Hey Gunni. Ach Gunnar kommt mal. Hey Gunnar, willst du noch mitspielen? Ja, da ist ein Platz frei. Wir spielen jetzt grad ne Runde und dann kommst du später dazu. Ist es da drauf? Den musst du ja noch installieren. Den musst du nämlich noch installieren, glaub ich. Alter, dann kann ich's doch wissen, ne? Nein. Vielleicht ist es kleiner. Das geht doch schnell. Du brauchst nur nen Account, wo es drauf ist. Richtig. Da fängt es ja schon an. Du hast keinen Steam-Account, Gunnar. Ja, aber das spielt nicht drauf. Eieieieiei. Mit welchem Account hast du es bisher mal gespielt? Ist doch egal. Wie? Ist doch egal. Wie will er's denn mitspielen, wenn er's nicht hat? Ja, dann kriegen wir irgendeinen Rockepins-Account hier bestimmt hin. Den hoffentlich nicht. Nee, den nicht. Wir haben ja noch mehr. Ist das da für Hoden? Oh Gott, ich seh meine... Aber du kannst nachdem nicht für mich weiter. Alter. Ach, deine Augen. Ne, ich muss dann eh los. Ja, spiel dir mal. Dead Eyeball. Ja, siehst du. Und dann musst du ja Anime Squad heute, ne? Ja. Timo. Timo. Dankeschön, Gunnar. Wir sind eh gleich alle tot, dann kannst du gerne reinspringen. Wir sind eh gleich alle tot. Danke, Olli. Also ihr seid gleich alle tot. Gunnar kann doch mit Budis-Account spielen. Oh ja, Budis-Account. Aber kennt jemand die Account-Daten? Ja, da rufen wir Budi kurz an. Ich hab jetzt meine Krosha, die Krosha ist geil. Budi, Budi, Budi. Ich hab meine Kosha. Wer ist Kosha? Ja, die Krosha. Äh. Kosha, Kosha, Kosha. So. Live seit 10.30 Uhr? Ja, stimmt. Ja. Einfach nur geil. Man merkt die Verschleißerscheinungen mittlerweile. Ja. An Timo. An Timo. Man muss Timo und dieses leere Gesicht nur sehen. So. Okay. Geil. Wir markieren jetzt einfach, wo wir abspringen und dann gehen wir einfach alle hin. Ja, aber nicht mal Marco. Timo macht die Ansage. Ja, Marco macht das nicht. Könnt euch jetzt schon markieren. Oh Gott, echt auch verplant, dass wir gerade live sind und man wollte einfach normal mit euch reden. Ja, wir springen da ab und da und dann. Ja, übrigens ins Krankenhaus, ne. Können wir nicht mal eigentlich alle Schule abspringen? Also alle 100 Leute? Das fände ich mal witzig. Dann wird's ein sehr kurzes Match. Nein, einfach nur, ich müsste einfach mal sehen, wenn sich alle Fallschirmen öffnen. Military Base einfach alle. Ja, oder aller Military. Voll ins Gesicht reingeboxt. Ja, hier überall. Oh nein, oh nein. Oh, 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 oh. Fistfight. Was ist das hier, Oli? Ja, das ist richtig Armour-Style. Ja, das ist Armour-Style. Das ist echt. Also Armour-Style. Ja, das ist echt ein Armour-Style, den du hast. So. So, Timo. Tell us your secret. Tell me. Noch nicht? Nee. Können wir wieder auf. Können wir zurück. Danke. Danke. Komm mal wieder. Danke. Timo macht mal Ansage. So, was machen wir denn? Das ist ne Kack-Fuß, Oli. Noa. Noa. Alles möglich. Mhm. Was sagt er hierzu? Okay. Hier im Wasser. Welche Farbe bist du? Sag erst mal, welche Farbe du bist. Siehst du doch links. Okay, jetzt zu spät. Okay. Oh, er ist schon raus. Oh, da müssen wir alle raus. Kernkraftwerk. Alle zu grün, ne? Grün? Oh Gott, ich krieg das irgendwie nicht hin. Irgendwie First Person Fallschirm. Dann guck nach oben. Nach oben? So. Du siehst ja auf der Map, wo du bist. Wie guckst du denn? So? Ja. Also jetzt grün, oder was? Ich komm never ever zu euch. Da können wir die anderen Marker mal entfernen. Ja. Hey, was geht bei mir ab, Alter? Also nur noch grün. Was machst du? Timo, wo bist du? Ich bin irgendwie gebuckt. Wie gebuckt? Was bugst du? Ich bin schon runter. Fuck! Wie, du bist ganz unten? Ja, Mann. Stimmt, du bist echt ganz unten. Okay, dann müssen wir... Zwei Dudes? Shit. Wo gehen wir denn hin? Lass uns hier treffen. Bei Gelb. Bei Gelb? Okay. Also ich bin mal grün. Shit. Und da sind zwei Leute. Dann lauf ich zu euch zurück. Oh, Mann. Das ist schon wieder so ein Drop zum Vergessen. Ich weiß nicht, was passiert. Ich verstehe nicht. Wieso habt ihr das verpasst? Der Tumor ist gestört wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Das sah auch komisch aus. Das sah auch komisch aus, ja. Ich konnte gar nicht fliegen. Du hast einfach nach oben geguckt die ganze Zeit. Was ist denn mit diesen Häusern? Ich geh ein Auto. Soll ich ein Auto holen? Hier schwebt die Luft. Ja, komm mit dem Auto. Das Problem habe ich auch noch... Die Texturen haben noch nicht geladen. Deshalb, wenn du mich rein kannst. Ja, super. Toll. Ich habe hier ein Haus und hier ist einfach nö. Ich kann auch nichts aufheben. Okay. Also... Bitte nicht schießen. Bitte nicht schießen. Ja, seid einmal mal fair und schießt mal nicht. Ich habe noch ein Motorrad. Das ist ja richtig... Jetzt auch First Person fahren, ne? Ja. Oh, eklig. Die Zone geht voll klar. Okay, Boys. Ich komme zu euch. Okay, Texturen haben noch nicht geladen bei mir. Ich kann nirgendwo rein. Ich bin gleich bei Marco und Clemens. Oh Gott. Oh, da vorne ist auch einer. Aber ich glaube, die können auch... Ist das jetzt einfach nur ein verpackter Server gerade? Das kann halt nicht sein, dass sie jetzt immer noch nicht die Texturen geladen haben. Wie gesagt, bei mir war es gerade auch mega strange. Also... Aber ich hatte es auch schon mal, dass es so eine Minute gedauert hat, dass es spielbar war. Okay, ich habe zumindest eine Waffe. Fahm ich schon ein bisschen besser. Trag ich die hier vorne schon? Ich komme halt nicht an die Waffen ran. Da ist Olli. Yo, hey, was geht ab? Weeo, 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 weeo. Willst du hier rein? Wo rein? Okay, Marco, ich bin bei dir. Ja, klar. Wo bist du? Ach, da. Okay, vorne an den Häusern war einer. Ich bin noch nicht drin. Bist du drin? Ob wir die Häuser geladen haben oder nicht. Hä, wo bist du denn? Ich sitz hinter dir. Schrotflinte, aber keine Mun. Okay. Kann der Mun geben, wenn du magst. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Ich habe jetzt eine Uzi. Erstmal zu Gelb treffen und dann die Häuser ab. Hier war einer bei Gelb. Oh, ne, bei Gelb nicht. Wir passen hier eh gar nicht alle rein. Einer von euch muss laufen. Kannst du nochmal eben kurz Gelb neu... Hier. Ja. Sag mal, seht ihr die Häuser? Ich möchte nicht auf die Karte gehen. Die Häuser sind bei mir alle nicht geladen. Also... Bei mir auch nicht. Au! Wieso bin ich ausgestiegen? Ach, hier sind wir ja schon bei Gelb. Ach, das gibt's doch nicht. Wo seid ihr denn? Oli? Du siehst die Häuser hier. Was ist mit euch? Die Häuser nicht? Nein, die sind alle bei mir nicht geladen. Das ist aber nicht da. Und ich komm... Ich kann auch rein. Ich seh den Loot da rumliegen. Geil, dann geh ich jetzt lupen. Auch nicht schlecht. Ich komm nicht ran. Du bist nirgends so gut. Krabbel zieht. Du bist hier am Boden rum. Du hast dich grad ins Haus reingebackt. Wie lustig ist das denn? Alter. Ist ja... Ich kann vielleicht auch einfach durch Wände laufen jetzt. Eins als Schiet. Au, au, au. Das heißt, du siehst die Leute überall in den Häusern? Ja, ja. Na ja. Wallhack nennt man sowas auch in Fachkreisen, aber... Ich komm auch nicht mehr raus. Jemand muss mir sagen, wo die Tür ist. Hier. Ich lauf einfach Timo hinterher. Ach wie? Timo, ich komm fest. Warte, warte, warte. Du kannst in die Häuser gehen? Hier, hier. Hier, hier. Bei mir ist das cool. Danke, danke. Wollen wir fahren, oder was ist los? Ich lauf einfach Timo hinterher jetzt. Oh Gott, ich komm zu euch. Okay, wir fahren anscheinend nicht. Wo rennt denn der... Wo rennt denn... Hier zu dem Turm. Also zu Gelb. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir bei uns bei Gelb treffen. Ja, okay. Wir können auch fahren, ne? Ei, ei, ei. Kimo, du bist mein Blindenhund. Ich lauf dir einfach hinterher. Der Wagen ist aber zu klein für uns alle. Die Häuser sind immer noch im Sack. Du siehst sie wenigstens. Bei dir sind sie geschmolzen, bei mir sind sie aber nicht da. Aber guck mal, was passiert, wenn ich reingehe. Will ihr noch mitfahren? Ich. Ja, ich komm noch. Ihr solltet alle mitfahren. Guck mal. Ja, geil. Und? Fast über mir. So? Oh. Ich kann einmal durchlaufen. Du siehst auch den Loot. Warte. Marco. Ja, was denn? Jeep oder nicht? Äh, Jeep wo? Ach so. Da. Ja, komm mal. Könnt ihr mal eure Marker wegmachen? Jeep, 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 Jeep. Also ich, ich, ich hänge gerade wieder irgendwo. Das ist ja mega mies. Also das ist auf jeden Fall ein dummer Anzeigepack. Oh jetzt. Hm. Ich hoffe irgendwo. Ansonsten bringt ihr mir einfach Loot mit. Tja. Achtung, Achtung. Komm noch dazu. Trrrr. 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 Okay. Er muss laufen. Oh mein Gott, ey. Ist nicht so easy hier im First Person. Nee. Also ich hab jetzt mal den, ach so gelb waren wir. Okay. Ich seh nix. Könnt ihr mal eure Marker wegmachen. Andere Marker sind weg. Ich will die ganze Zeit mit V in die Third Person Ansicht wechseln. Das passiert nichts. Aber sind ein Jeep jetzt? Oh, da war uns. Ich fahr einfach. Ich fahr einfach Vollgas. Es kann sein, dass wir sterben. Ach, wir sterben doch nicht. Ist es wild. Oh Gott. Und ich laufe. Oh Gott, ich werde sterben. Nein, Oliver. Das ist ein Stein. Nein, Oliver. Das ist richtig gut. Oliver. Habe ich über was im Heilen dabei? Natürlich nicht. Ich hab einen Erste-Hilfe-Koffer für dich. Cool. Vorsicht. Du hast Blut gefunden. Du kommst ja gar nicht in den Häusern. Hier ist ein Schüssel, ne? Hinter uns. So, bewegt nicht nach Gelb. Naja, sicher. Komm jetzt. Ja, weil wir wurden beschossen, ne? Ja, dann machen wir so einen Platz jetzt. Hätt ich mal ne Wumme für mich? Ich seh übrigens ... Die Türen sind offen. Keine Gefahr. Welche Türen? Ich seh noch nicht mein Haus. Zurück, zurück, zurück. Ich seh noch nicht mein Haus. Ich seh keine Häuser hier. Zurück? Hier ist auch niemand. Hier ist kein Spieler, Freunde. Ihr könnt mal versuchen, in den Bunker reinzudödeln. Ich bin grad in den Bunker kurz rein. Im Bunker? Selbstmordbunker. Oh, da hinten ist einer. Auf 105 an den Bäumen. Habt ihr alle Wumme? Ich hab nämlich nur ne Pistel. Ich hab ne Wumme. Im zweiten Stock den Rucksack. Pro Medipack. Oh. Hier sind Pistolen. Marco, auf wen schießt du da? Auf einen Gegner? Da, da. Wahrscheinlich ist da ein Haus vor oder so. Er stirbt nicht. Oh, oh. Keine Munition mehr. Tu was. Das sind zwei? Ne. Noch einer. Ganz schön nah. Während ihr da einfach sehen, wo ich ... Keine Ahnung. Ich check's halt nicht. Das hat doch mal ne Ansage, wo der ist. Der ist genau mal 105, hab ich doch gesagt. Der ist zwei Stück. Der ist noch hinterm Baum. Osten. Was ist das hier für ein Kampf? Wo geht's hier raus? Wo geht's hier raus? Oh, ich hab einen ausgenockt. Nee, ich wurde ausgenockt. Na, ich hab ihn nicht ausgenockt. Oh, fuck it. Na, Mann, ey. Das ist aber blöd, wenn ich keine Häuser-Texturen habe. Ich hab halt ne dumme Kristel, Alter. Ich auch nicht. Ich weiß, aber ich bin in Deckung grad. Hier sind Hausten zwischen mir und dem Fahrer. Direkt vor mir, oder sechs Stück ist einer. Drei Stück, vier Stück. Direkt vor mir ist er direkt simpialiert. Scheißwunde, ey. Äh, okay. Ach, der ist hinten in der Deckung. Wunderbar, warum ich ihn dann irgendwann nicht mehr getroffen habe. Hab ich doch gesagt. Ja, aber ich seh nix. Ich hab ihn keine Deckung. Oh Gott, das sind drei. Ich seh halt nur das Feld. Sind alle tot? Nein, wir sind ... Ach, Mensch. Mario und ich stehen zwischen drei Toten. Ja. Da sind eins, zwei, drei, vier. Ich seh vier sogar. Sag mal, ich hab ne Pistel, oder was? 15 ist er. Kommt jetzt rein. Direkt neben mir. Direkt neben mir ist einer. Sollen wir einfach wegfahren? Wirt ist tot. Wirt aber jetzt. Wir können auch nicht mehr zum Auto. Guck noch ein Auto. Fahrzeug. Die fahren vorbei. Sag mal, er tötet Wirt und mich lässt er am Leben? Wie grausam. Du grausame Welt. Ja, ich glaub, der Server ist einfach super verbuggt. Ich glaub, wir können gleich einfach noch mal direkt einen neuen aufmachen. Ja, das macht keinen Sinn. Weil es sind doch irgendwie 80 Leute am Leben. Der Server ist super buggy. Da können wir auch gleich sagen, wir machen jetzt einen direkten neuen auf. Ja, sagen auch viele Leute, dass der Server ... Na gut. Sorry. Hallo. Sollen wir trotzdem First Person machen? Ja. Komm mal raus, du Arschloch. Ja, wir sind schon raus. Dann gehen wir jetzt nicht in die Werbung. Dann machen wir jetzt direkt einen neuen auf. Ach, Timo ist noch am Leben. Komm, Timo. Ich hab dem Server schon zugemacht. Guck mal, das ist so blöd. Der Server läuft weiter, obwohl ich rausgegangen bin. Ich hab sie alle schon Kilometer weit weg gesehen. Aber ich hab das Gefühl, dass ich trotzdem irgendwie den anschießen konnte in der Reihe. Der kommt jetzt her und tötet mich jetzt. Ja, ich auch. Da war wahrscheinlich ein Stein oder so. Ja. Okay, Timo ist aber noch drauf. Wir können auch bei Timo ein bisschen bleiben. Der hat ja Texturen. Ah, Timo. Ich hab den Server eigentlich zugemacht, aber er ist trotzdem noch auf. Vier Schuss, Timo. Für jeden einen Headshot. Da war einer. Da ist er. Nummer eins. Wer schießt denn da auf wen? Headshot. Ah! Keine Munition mehr. Jetzt wirf die Pistole. X drücken. Hau ihn mit deinen Fäusten. Ist der nicht in den Backen? Nee, Faust. X. Du kommst da nicht raus. X. Du kommst da nicht raus. Ich komm noch nicht raus, ne? X. Und jetzt box ihn. Hau ihn weg. Jawoll. Gib ihm. Warte, warte, warte. Ja, runter. Da hinten. Ja, genau. Kommt da echt nicht raus? Nein. Du kommst nicht da raus. Steht er da. Ich hab diesen neuen Server gestartet. Knapp. Ja, sehr knapp. Ja, das ist halt schade. Passiert manchmal. Das Spiel ist ja auch noch im Early Access. Hm. Muss man ja auch noch entschuldigen. Erfolg. Ja, unglücklich. Na gut. Dann noch mal. Oli, sag uns das Passwort. Ich mach gerade noch mal kurz auf. Ah ne, ich kann keinen neuen aufmachen. Der Server läuft immer noch. Was? Hast du ihn geschlossen? Du musst halt den anderen Server deleten. Du musst halt noch mal in deine Session rein. Server Session beenden. Und dann kannst du den neuen aufmachen. Ah. Du meinst hier rein? Nein, join. In einem normalen Server rein, der offen ist. Und du kannst ihn dann schließen. Ja, das macht ja keinen Sinn, wenn der halt so buggy ist. Ich zieh auch jetzt mal meine Hose aus. Freizeit wird's. Achso, ich dachte... Nein. Okay. Schlaf, was? Was? Warum gibt's Ladebildschirm bei mir? Versteh ich nicht. Hm. Versteh ich auch nicht. Timo. Versteht ihr? Achso. Hast du noch mal in den Server reingegangen? Hast du noch mal reingegangen? Vielleicht liegst du daran, Timo. Vielleicht hast du noch mal auf den Server gedrückt. Mal gucken wir mal vorbeischauen. Ah ja. Und? Hat sie was verändert? Schön hier. Hat sie was getan? Schöner Blick hier. So. Kannst immer noch keiner stellen, ne? Ah, jetzt. Doch, doch. Ich muss halt die andere Session übernehmen. Dann geht's. Ah, okay. So, jetzt mach ich einen neuen auf. So. Nenn ihn Rocket Beans TV. Connected 34 Spons. Und das Passwort mach ich natürlich ... Schreibst du uns das? Natürlich Fünfmann und natürlich First Person. Überzeugt war ich jetzt nicht von First Person. Ich bin auch nicht so überzeugt von First Person. Doch, First Person ist echt geil. Also wer ist ... Hände hoch. Wer ist für First Person? Eins. So, eine Person. Okay, First Person wurde überstimmt. Na gut, dann nicht. Ähm, das Passwort ist ... Ich muss gerade mal mein Spiel neu starten. Okay. Ich schick's in Slack. Ach. Das gute alte Slack. Slaggedy Slack. Die gute alte Stein. Den schafft keiner. Ah, einfältiger Bart. Hamster eins. Bart null. Ach ja. Ah ja. Das geht immer. So, wo hast du geschrieben? Im PUBG-Chall. Ich hab hier oben keinen WLAN. Ähm ... Was? Jetzt. Hier. Ich hab's. Ich hab's. Ah. Ah. Aha, yeah. Ah. Bin drinne. Und es fehlt nur noch ... Clementos. Clementos. Ist auch drinne. Okay. Und das Passwort ist? Backfest. Backfest. B-U-G-F-E-S-G. Nicht B-A-C-K. Nicht Backfest. Nicht Backfest. Nicht Backfest. Nicht Backen. Ist ja auch Back. Da sind's alle. So schreibt man ja auch Backen. Ah. Muppen, Muppen. Deutsch-Leistungskurs. Glaubt mir kein Mensch. Nee, war auch nicht. Nee, wirklich nicht. Dito. Ja, du bist ... Dass du nix glaubst, dass du einen ganz anderen ... Nein, nein, nein. Ich meinte Deutsch-Leistungskurs. Ach so. Auch mal positiv denken. Das meinte ich halt. Ach guck mal, Happy Ferret ist drin. Da wird auch wahrscheinlich Tiggy nicht weit sein. Tiggy? Ja, das ist ... Go, 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 join. Wir haben noch keine Zeit. Doch, wir haben echt viel Zeit. Cap'n Rob, ne? Das ist so bei Rob. Wie Chip und Chap sind die beiden. Wo ist denn Robin? 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 Lieutenant Smash ist wieder am Start. Geisterfahrer. Lieutenant Smash hat heut schon Chicken Dinner bekommen. So, wir müssen ... Eigentlich hätte ich auch noch Bock, das einmal Bongewater zu rasieren. Mhm. Aber das kriegen wir nicht hin. Erstmal müssen wir schon so viel rasiert haben. Wir müssen halt echt, wie bei South Park damals, einfach mal komplett durchzocken. Und live to win, ne? Also ganze Nacht ... Live to win, till I die. Und dann ganz viele Energydrinks. Ungefähr jeder kriegt zwei Paletten in Raketenbrowser. Bathroom! Bathroom! Mom! Bathroom! Alter, schreit nicht so. Dicker. Meine On. Die Leute müssen mal joinen. Passwort ist Bugfest. B-U-G-F-E-S-T. Bugfest. Das ist Bugfest. 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 Bug-Bug. Bugfest. Burgfest. Bugfest. Bugfest. Was? Dass du immer so komplizierte Passwörter nehmen musst. Naja. Kannst du nicht einfach mal rbtv. Eins, zwei, drei, vier, fünf ... Timo, das Haut hab ich auch nicht hinbekommen. Ja, das ... Das ... Das ... Das ... 67 nur. Jetzt haben die Leute schon keine Lust mehr, oder was? Was soll das denn? Dann haben wir jetzt auf. Letzte Runde. So, dann wenn ihr keine Lust habt, dann ... Pfff. Nein, kommt. Säug mal rein. B-U-G-Fest. Alles klein. Und zusammen. B-U-G-F-E-S-T. Ja. Also, Bugfest. Genau. So wie Oli gerade in den Chat geschrien hat. Die spielen wahrscheinlich alle noch. Nee, können sie nicht. Wurde gekillt, oder? Ja. Ja. Naja, die fliegen dann automatisch raus. Eigentlich. Das ist ja auch ein bisschen hart, ne? Ja, aber wenn der Server verpackt ist, und die es ja auch selbst sagen, dass er verpackt ist, dann ist es natürlich ein bisschen blöder. Wir warten jetzt noch bis halb, und wer bis halb da ist, spielt mit, und wer nicht, dann halb nicht. Bis halb sogar? Na gut, 74. Außer es ist halb. Drei Minuten, das ist ja ... Auch wenn es voll ist, wir warten trotzdem bis halb. Ja. So, konsequent. So, was haben wir da? Konsequent, inkonsequent. Rocket Beans TV. Ganz unten sind noch einige Teams, einige Teams ohne Spieler. Wo ist denn dein Automaton? Ach, das ist zu Hause. Habe ich dich schon ins Thema gefragt? Ja, das war morgen gefragt. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Spielen wir nächste Woche überhaupt zusammen? Da stand irgendwas Dispo-technisch. Freitag, glaub ich, spielt ihr. Freitag? Was? Nee, Freitag spiel ich mit ... Was? Robin und Flo. Ich hab nächste Woche Urlaub. Du kannst ja trotzdem mitspielen, Oliver. Stimmt, Mario. Ah. 74 nur, was ist da los? Tja, will wohl keiner mehr. PUBG ist abgesetzt. Mensch. Ich würd schon mitspielen, aber ich bin viel zu schlecht. Wir sind schlechter als wir, kann nicht sein. Das ist hier jetzt aber kein Grund. Wir brauchen Kanonenfutter. Sind wir schon bei 80, Leute. Ja, und außerdem ... Gibt's For the Lords ... Das ist halt, oder? Corny Erdbeer. Inzwischen ist es wahrscheinlich Moose. Ja. Aber geil. So. Erst ist es ... 28. 80, Leute. Der andere Server läuft noch, schreibt er. Ach, der andere Server läuft noch? Ich hab ihn aber gekillt. Ja, puh. Das ist ja seltsam. Ja. Sonst würden wir dem ja joinen. Dann geht's mal raus aus dem Server. Ja, gut. Das ist ja ... Das ist ja verrückt. Passwort ist bugfest. B-U-G-F-E-S-T. Und das wird noch mal geschrieben. Ja, Lapilala hat völlig recht. Was? Wenn ihr schon mittendrin neuen Server aufmacht und alle anderen noch zocken, dann muss man sich nicht wundern. Ja, hat er recht. Der Server ist ja zugemacht. Ja. Aber das Game bei denen ja anscheinend nicht. Wie soll das denn funktionieren, wenn der Server zu ist? Weiß ich doch nicht. Der Server hostest ja nicht du. Der läuft ja trotzdem über einen ... Das beweist aber, dass wir nicht stream-smipen. Wenn du die Session gestartet hast, dann ist es normalerweise, dass die Session ja beendet. Stimmt. Sonst spielen sie ja im Nichts irgendwo weiter. Vielleicht ist es den Leuten auch einfach wichtiger zu gewinnen, als mit uns zu spielen. Das ist ja ein Bullshit. Als Bullshit. Denen ist es wichtig zu gewinnen. Gegen uns. Eine Minute noch. Oh, wir sind auf fast 100 wieder. Ja. Siehste, hat's doch noch fast geklappt. Hier kommt's Dead Boom. 93. Es sind noch ein paar Plätze frei. Macht doch Spaß. Wollte Gunnar nicht mitspielen. Nee, Gunnar, Gunnar, Gunnar ... Gunnar nicht. Gunnar bereitet sich auf Pen & Pepper vor. Gunnar bereitet sich vor. Gunnar hat kein Geld für Patschi. Joa, ne? Dann ist es jetzt halb, Oliver. 95 Leute, 97 Leute. Okay, go. Mach einfach einmal go. Calito, go, go, go. Einmal drücken und dann geht's ab. Nein, wir haben den Server nicht dichtgemacht, weil wir gestorben sind, sondern weil er bei mega vielen Leuten komplett verbuggt war. Ja, also ich hab keine Häuser gesehen, auch Clemens hat keine Häuser gesehen und keine Gegenstände. Also nicht nur bei uns waren diese Grafik Bugs, sondern es haben auch mehrere Leute im Chat geschrieben, dass bei ihnen das Spiel komplett verbuggt war. Aber es macht keinen Sinn, das weiterzumachen, wenn es bei so vielen Leuten einfach nicht richtig funktioniert. Mhm. So sieht das aus. Ja, sag es den Leuten, Oliver, sag es den Leuten. Preach it, preach it. Es dauert halt immer so lange, den Server zu erstellen. Hast du nur einmal gedrückt oder doppelt und dreifach? Zehnmal. Dreifach? Nur einmal drücken. Immer hab ich fünfmal gedrückt. Beim fünften Mal ging's immer. Nur einmal drücken, weil der braucht immer lange. Und wenn du ganz oft drückst, dann kann der Server manchmal sogar überfüllen. Da sind halt mehr als hundert drauf. Ist doch geil, mehr als hundert. Dann verbuggt der. Hammer, geil. 1.300 auf Twitch. Fehlen noch 500. Ja, noch ein paar fehlen. So, dann holen wir uns mal ein Weffchen. Ein Wäffchen. Ein Wäffelchen? Ein Wäffelchen hier. Boah, Waffeln wären geil. Swaffeln. So richtig schöne Waffeln. Okay, wir kriegen Swaffeln und Waffeln. Mh, Swaffeln. Köstliches Swaffeln. Ihr denkt nur an Waffeln. Hallo, 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 hallo. Gibt's danach hier wie bei Saints Row so ein Riesen-Dildo gibt? Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. So, zurückgeschossen. Auf die Knie. Auf die Knie. Auf die Knie. Ich bin... Oh, ich hab ja wirklich jetzt meine Hosen ausgezogen. Ganz vergessen. Lalala. Lasst mich im Ruhe. Da ist Timo, da ist Timo. Ey. Dieser schwarze Block hier schon wieder. Der schwarze auch wieder. Und gesprungen. Aua, jetzt komm ich nicht weiter, ich bin umzingelt. Oh nein. Ja. Ja. Und es zingelt ihn. Komm, wir haben noch Ansagen. Du. Find's gut. Na gut. Mach mal du Ansagen. Mhm. Dann gehen wir eh wahrscheinlich alle... Military Base. Aber wir schwimmen dorthin. Ja. 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 Also wir schwimmen von Milta hin. Ja. Ja. Oh Gott. Wir schwimmen damit. Live to win till I die. Weiter kennen wir den Text nicht. Ist egal. Es macht Spaß und wir trainieren hart. Yeah. Okay. Dann Oliver. My name is Oliver. 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 Oh, das ist eine richtig bekackte Fluglinie schon wieder. Oh ja. Ja, sag ab ins Wasser. Military Base. Ab ins Wasser. Military Base. Ja, ist hier mit. Kann man da hin? Wohin? Ganz. Ja, kann man hin. Ja, kann man hin. Cool. Aber mach mal deinen Marker weg. Olli, Olli. Mach mal deinen Marker weg. Ja, chill mal. Welche Farbe hast du? Olli. Chill mal. Mach doch gleich einen Marker hin. Ist doch alles gut. Du siehst ja oben links, wer die Marker verteilt hat und welche Farben sie haben. Wenn ich das zum Beispiel mache, siehst du ja, dass ich einen habe. Zack. Noch mal kurz ein bisschen was schreiben. Timo. Nice. Achtung. Und drei, zwei, eins und go. Ich dachte, das wollten wir nicht mehr machen. Dieses Mittenhand zählen. Da weiß ja jeder woher. Ja, aber die sehen ja nicht, wo wir ausspringen. Das ist ein kleiner Blatt im Hintergrund. Du hörst ja nicht. Hm? Was? Ne, wir sind immer noch on air. Seit dem Morgen, oder was? Ja. Also in wechsender Besetzung. Mhm. So. Oh. Da hin? Mhm. Ja, linke Straßenseite, rechte Straßenseite. Das sind nur vier Häuser. Wow. Da ist doch nichts. Da hört doch nichts. Warte doch einmal ab. Ich bin denn negativ wiert. Ne, 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 ne. Ich meine, es warte einmal ab. Oh, da läuft genau ein Squad bei uns. Natürlich. Ich komm zu dir, Olli. Okay. Wir schnappen ihn uns zu zweit. Das sind aber mehrere. Ja, in der Nähe sind sie. Oh shit. Da ist einer direkt bei mir. Oh ja. Hier geht ein Nahkampf. Doch nicht, wir hauen ab. Wo seid ihr? Der eine ist seinem Haus gegenüber, ne, Olli? Ja. Im grauen. Ich komm mit dir in das gleiche Haus. Huch. Da hat einer schon ein Fahrzeug, ey. Ja, ja. Ich glaub's nicht. Wenn sie auf Fahrzeug droppen. Geh noch rum, Olli. Okay. Crap, crap, crap. Okay. Wo sind die bei euch drüben immer noch? Ist nichts. Sind hier welche? Ja, bei uns. Ja. Okay, let's go, oder? Sollen wir mal rüber gehen? Ja. Hast du ne geile Wöffel? Nee. Aber die doch auch nicht. Das sind, glaub ich, kein volles Squad. Die sind weitergefahren. Ich weiß gar nicht. Das sah auch nur nach zwei Leuten aus. Ich hab nur ne Sichel, Mann. Nächster Halt ist gelb. Von der Straße aus Richtung Norden. Oh, da ist ein Auto. Hab einen. Ich komm zu euch. Oh, neben mir jetzt einer mit der Schrotflinte. Oh, wo seid ihr denn? Dahinten. Ihr seid ja ganz woanders. Halt auf ihn drauf. Habt ihr ihn? Warum ist der nicht down? Ich hab nur noch einen Schuss, wie er. Ich hab nur ne Sichel, Mann. Dann Sichel ihn. Ja, wo ist er denn? Wo ist er? Ist er ins Haus? Der ist hinter ihm im Haus oder ums Haus rum? Der muss ins Haus gegangen sein, oder? Der hat aber ne Schrotflinte. Der ist hier. Hier, hier, hier. Wo ist hier? Schieß den um. Ich hol mir Munition. Links im Raum von der Tür. Auch gleich. Wenn du in die Tür reinkommst, dann links. Aber jetzt ist er, glaub ich, wieder rausgegangen. Ist auf jeden Fall in der unteren Seite. Ist auf jeden Fall drin, okay. Ist er jetzt hochgegangen? Ist er jetzt hochgegangen? Kann natürlich auch sein. Okay, komm mal. Ah, der ist hier drin. Ist er auch drin? Ja. In welchem Raum war er? Im Badezimmer oder so. Sitzt eh oben jetzt, oder? Ich geh mal in das andere Haus. Also ich hab keine Munition mehr. Ich hab nur ne Pfanne. Ich guck, ob ich irgendwo Munition für die Pistole finde. Was brauchst du für Munition? Ich brauch neun Millimeter Munition. Er ist im Badezimmer. Da, wo du jetzt hinschiehst? Okay. Ich mein ne Granate oder so. Ich hab nur ne Pfanne. Ich hab ihn einmal getroffen. Okay, du hast ein Pistol. Hier ist ne Weste. Ist nur einer. Da bin ich auch. Habt ihr ihn mal langsam? Ja. Ist er jetzt? Okay. Okay, lass gleich weiter zu Gelb gehen, oder? Ich mein, hier ist schon alles weggelootet jetzt. Also es macht jetzt keinen Sinn, hier noch länger rumzustehen. Stimmt. Ich hab ne Sichel und ne Pistole ohne Munition. Go, go, go. Live to win. Warte, wenn es so weitergeht, suche ich noch die Lyrics zwischendurch raus. Ja. Ansonsten kann ich noch High Upon High singen. High Upon High. Okay, Oli, du brauchst nur noch einen Millimeter. I live on high up high. Into the sky. Weiter weiter. Sonst hat ihr jetzt nix davon, oder? Dragon will fly. Also sonst war jetzt nix da drin an Loot oder Helm oder sowas, oder? Ich war nicht oben. War jemand oben drin? Wart nicht oben? Nee. Doch. Na gut, egal jetzt. Ich war lieber oben. Da ist der Bunker, oder? Das war rechts von der Hauser noch schon gelootet. Oh, da ist der Bunker, ja. Sollen wir den Bunker gehen? Ich war auf der anderen Seite. Bunker? Selbstmordbunker, okay. Das ist ein Bunker. Ja, das ist der Bunker. Das ist der Bunker. Ja, es gibt halt nur diesen einen großen verzweigten Bunker und diese kleinen... Da läuft jemand vor. Wo? Da laufen zwei. Norden zwischen 15 und 30. Oh Gott. Sieht schon mega equipped aus. Ja. Ich hab ne Sichel. Also... Bringt sie der? Das ist natürlich ungeil. Den Sichelweite. Seht ihr so? Wo, wo, wo? Direkt gegenüber von mir. Stell dir den Bunker rein. Oh, ich bin weg. Das bringt ja sowieso nix. Hab einen ausgenockt. Marco, kannst du... Ja, ich such noch gerade, von wo die Schüssel kam. Ich weiß es auch nicht. Da, wo du stehst, ist nicht gut, glaub ich. Oh, hier ist aber auch nicht gut. Ja, kommt von da. Äh... Achtfachsucher hat der Schwan. Okay, kommt von hinten. Kommt von da. Ich bin weg. Ah, scheiße. Oh, no! Alter, von wo? Ich hab's nicht... Ah, siehst du. Direkt oben drauf. Ja, da ist er. Alter! Alter! Oli, der ist auch down. Hab ihn jetzt nicht gesehen. Nice, 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 nice. Okay, ähm... Timo, kannst du mich holen? Pick me up. Die down? Ja, ich bin down. Also, das war der Typ da oben, der hat uns abgeballert. Hast du den Nachfragssuchern mitgenommen? Oh, der ist doch noch einer. Ich hab Baris mitgenommen. War da keiner gerade? Ich weiß es nicht. Ich muss gucken, ob der hier vorne irgendwie... Bleibt da. Bleibt da. Ja, ich versuch noch hinter den Stein zu kriechen noch. Dass ich halt von dort nicht beschossen werden kann. So, warte. Okay. Bleib stehen. Ja, bleib der stehen. Muss halt nur ein bisschen Entdeckung sein. Hab ich irgendwas zum heilen? Energydrink. Immerhin! Ach, den hab ich echt nicht gesehen. Schade. Okay. Energydrink. Okay, Clemens ist tot, oder was? Ja, Clemens ist tot. Hat der irgendwas zum Heim gehabt? Ich hab, ähm... Wir haben nur Medikids. Gesser als nix. Verbände. Ich hab hier nen 8-Fast-Lucher. Sorry. Verbände. Okay. Todesbunker oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Wir haben den wahrscheinlich schon gelootet, oder? Der ist riesig. Also, da können immer noch Leute drin sein. Na gut. Also, wir können rein oder wir können's lassen? Ja, dann lass reingehen. Okay. No risk, no... No risk. No risk, no risk. No risk, no risk. Was hast du denn alles für Waffen, Marco? Kannst du mal einen abgeben? Ja, ich kann dir einen abgeben. Was willst du? Die Ump will ich. Die Ump? Okay. Will jemand ein Rotfunk-Visier? Sehr nett. Sehr nett. Danke, der. Rotfunk hat Timo schon. Die hat nen Erste-Hilfe-Kosten. Oh, den bräuchte ich. Den bräuchte Marco. Oh, die ist gerade gesilenced. Jetzt hab ich hier eine gute Waffe abgenommen. Ja, alles gut. Du hattest ja eine 50-50 Chance. Ist ja auch nicht so schlimm. Marco, hier wo ich stehe, Erste-Hilfe-Koffer. Okay. Achtet drauf, überall hier hinter den Kisten kann irgendwas sein. Ach, Granate. Die Jungs, die wir eben gekillt haben, waren hier, glaub ich schon, oder? Nee, ich glaub, die wollten hin. Oh, ich hab ne K. Deswegen, ich sag ja, Bunker ist immer noch sehr, sehr viel Loot. Ich glaub, die wollten auch erst rein, ne? Ich bräuchte noch 7,62 Moon. Ja, okay. Och, Mensch. Ja, schade. Ärgerlich. Ich hab's auch nicht gerafft, dass die da auf dem Bunker stehen. Ich hab ihn aber auch nicht gesehen. Das war nicht gut von mir. Der war genau oben auf diesem kleinen Berg. Hier ist noch ne S-12K. Ne, ne, ich da einfach mal. Ne S-12K? Ja, die automatische Strom. Ach so, okay. Stimmt, das war die. Hey, Boys. Da bin ich auch endlich. Wo war der? No. Hab noch keinen Rucksack. Hier liegt noch einer. Bei mir liegt ein Stufe 1 Rucksack. Bei dir? Wo genau? Hier ist noch ne Polizei, weißt du nen Helm, falls noch keiner hat? Habt ihr alle, ne? Ja. Alle gut, der quiept. Timo, du hast ja auch noch keinen Rucksack. Wo bin ich denn hier gelandet? Wo seid ihr denn? Oh nein. Oh, komm mal hier wieder raus. Oh shit. Oh shit. Nie mehr, glaub ich. Doch, ja. Wir kommen. Hier ist jetzt ein nächster Ausgang, wo Ali und ich sind. Ach Gott, wartet mal. Äh. Lass mal hochgehen. Ja. Werd ich nämlich auch sagen. Weil ich mein jetzt, wir sind mittlerweile alle, wo wir sind. Ja. Shotgun noch. Hast du die Schuhe mit Absicht ausgezogen? Alles ausgezogen. Alles was ging. Damit er leichter ist und besser getarnt? Ja. Ich find den Ausgang nicht. Müsste jetzt gleich da sein, wo du bist. Oh doch, ich bin raus. Ja. Ich hab Angst, dass ich den Weg zu euch nicht finde. Falls noch jemand 5,5,6er hat, ne? Ich wärs ja verbunden. So. Wo als nächstes hin? Also wir können erst mal mal kämen, bevor wir noch rauskommen. Er hat noch wer 9er Munition? Ja, ich. Ich hab dir richtig viel hingelegt. Nein. Doch. Ich hab dir alles hingelegt. Das hast du aber nicht gesagt. Lass mal zu gelb gehen. Da wird's bestimmt. Lass mal zu gelb gehen, da wird's bestimmt Munition geben. Ich bräuchte 7,62 Mun. Hab ich selber. 100 Schuss? Ich kann dir 10 Schuss geben oder so. Ja, das wär ein Anfang. Wollen wir zu den blauen Häusern da unten? Liegt bei mir. Könnte offen sein. Was? Wo? Danke. Direkt auf genau wo gelb ist. Ja. Ist es offen oder was? Weiß ich nicht. Guck mal. Aber es ist kein Visier drauf. Auf Süd fährt ein Jeep. Ist offen. Ist offen? Ja dann. Achso. Jeep ist sehr nah. Sollen wir die Lagerhalle mal abchecken? Ja, Lagerhalle abchecken. Auf Süd sagst du. Ja, ist sehen. Fährt an uns vorbei. Oh, kommt ein bisschen näher. Ja, aber er sieht uns alles anhalten. Der hat ihn ausgestiegen. Snipern will. Wollen wir? Okay. Nee, warte, der ist jetzt hinter das blaue Haus gegangen. Ist halt einer nur, oder? Ja. Ist hinter dem Haus. Wollen wir den pushen? Haben wir einen Jeep? Warten wir doch. Er muss doch wieder einsteigen. Lass doch näher zu seinem scheiß Jeep gehen. Wenn er rauskommt, dann knallen wir ihn um. Das mag ich. Oh, da ist noch ein Jeep. Wo? Kommt von Nordwesten. Der Typ im Haus schießt auf den Jeep. Der ist abgelenkt. Sehr gut. Ich visier direkt die Tür an. Okay. Nordosten fährt ein Jeep entlang. Hier liegt 9mm Munition für dich, Timo. Wo? Direkt in meinem Haus hier, wo ich bin. Achso, ich dachte... Sind da keine Gegner? Nein. Wieso... Achtung, da kommt... Da beruchtet uns jemand. Wo denn? Alter, ausgelockt. Hier, komm um das scheiß Ding und hol mich hoch. Ja, mach ich. Norden? Ja. Auf dem Berg, der ist im Jeep. Okay. Der hat uns schon länger beobachtet. Passt auf, dass der in dem blauen Haus nicht gleich rauskommt. Wir müssen irgendwie, glaube ich, move'n, oder? Norden auf dem Berg. Der ist ein Jeep. Sehe ich aber keinen. Der ist weitergefahren. Der war im Jeep unterwegs. Hauptsache, ich werde immer ausgenockt in diesem Kackspiel. Immer. So, wollen wir jetzt den Typen... Ausräuchern. Also, der ist noch da drin, ne? Der hat auch ein Scharfschützengehirn gehabt, so'n Scheiß. Wir könnten einfach jetzt sein Auto klauen. Na los. Wir können auch pushen, der ist alleine. Wir sind vier. Ja, stimmt wohl. Aber... Ich hab Schroti. Ja, dann los. Also, der ist sicher da drin, oder? Ja, der ist sicher da drin. Okay. So, einmal rein. So. Von allen Seiten. Stürmen! Ist da noch eine andere Tür? Oh, da ist er! Oh! Hab ihn ausgenockt. Oh mich hoch, oh mich hoch! Marco, nicht weglauf! Hier! Achso. Ja. Sehr gut. What the fuck? Aber sein Squad ist irgendwo noch. Ja, ja. Ja, er war aber allein unterwegs. Oh jetzt noch... Okay, hier ist Verbandszeug, hier ist alles mögliche. Red Bull. Hat jemand noch einen Koffer für mich? Ich hab gerade den letzten Verbrauch. Rucksack, Level 2 ist hier noch. Kannst du mir... Rucksack brauch ich auf jeden Fall. Rucksack, hier ist Stufe 1, den kannst du jetzt haben. Hallo, hat jemand einen Erste-Hilfe-Koffer für mich? Ja, ich hab einen. Komm her. Er hat sich alle gekrallt. Oh Gott. Lass mich kurz raus. Lass mich auch mal raus. Ja. Junge, Junge, Junge. Okay, ich lass hier im Flur was liegen. Wieso bin ich eigentlich derjenige, der andauernd einfach abgeknallt wird? Du bist unser Kenny. Ja, das ist echt. Unser Crazy Kenny. Olli ist schon wieder tot. Me me me. Lul. Ich brauche noch Schrott mit Munition. Falls noch jemand 5,5,6 hat, wäre das sehr geil. Der Typ hatte noch welches. Hattest du mitgenommen? Ja, ich habe die eine mitgenommen. Und Schrott mit Munition. Ich würde sagen, wir nehmen das Auto und fahren hier in den Wald. Bei gelb. Okay. Oder? Sollten wir aber jetzt machen. Wir werden beschossen. Go, go, go. Ich weiß nicht, was du sagen. Nee, das kam von hinten, aber die kommen jetzt wahrscheinlich in unsere Richtung. Wie schnell er wir von hier abhauen. Sitze auch. Okay. Okay. Wir sind in der Zone. Der Bornheim wieder am Handy, ey. Bornheim. Das gibt es doch nicht. Ich muss Business machen. Ja, Business. Ich muss doch Krieg führen. Kann ja wohl nicht angehen. Jetzt fahren wir schon wieder direkt rein. Ja, klar. Na gut. Was soll ich denn hier machen im Auto? Na ja, wenn einer kommt und gucken halt, ob jetzt Leute irgendwo siehst. Spotten. Radio ist einer raussuchen. Spotten. Ich gucke die Leute wieder ein bisschen an hier. Spotten, nicht swatten. Swaffeln. Swaffeln. Falls du einen Verbandskoffer noch für mich hattest. Ich habe nur noch. Einen Verband habe ich nur noch. Ich habe noch ein Köfferchen für dich. Okay. Raus. Warte. Wer braucht ein Köfferchen? Warte. Ich geh erstmal rein. Sichern erstmal und dann teilen. Ich habe hier was vor allem gelassen. Es liegt hier draußen. Ach. Wieso draußen? Nimm's einfach. Ja. Gegner Armbrust. Stark. Nimm mit. Nice. Kein Bock. Liegen noch Level 1. Was machen sie in meinem Haus? Hallo. Muss ich einen wechseln? Wieder. Von Jehova. Hey. Jehova. Er hat Jehova gesagt. Steinigt ihn. Ich nehme jetzt die scheiße Armbrust. Ja. Nimm sie mit. Ich nehme mal Benzin mit, ne? So. Wir sind jetzt gerade super in der Zone. Wir können entweder mega geil sein und hier drin bleiben, was ich nicht empfehlen würde, oder weiter. Bewegen. Ich lasse weiter Richtung Gelb bewegen. Ich habe zwei Energy Drinks. Wollen wir laufen? Ja. Ja. Wir sind jetzt mitten in der Zone. Okay. Auf geht's. Was für eine Range hat eigentlich die Armbrust? Die hat nicht so eine Weite. Noch was ausprobieren? Nein. Der allererste Punkt sind 25 Meter eigentlich. Mhm. Also dann kannst du, dann sind es glaube ich 50, 100, bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Also weit geht die halt auf gar keinen Fall. Aber das Coole ist, Headshot ist immer tot, egal welchen Helm du hast. Sollen wir hier ganz auf den Berg hoch? Genau. Ganz auf den Berg hoch. Ich habe halt leider keinen Sniper. Du hattest einen Sniper. Ich habe eine K. Ja, sehr gut. Sehr gut dann. Ich konnte sie noch kein einziges Mal abfeuern, weil ich einfach jedes Mal direkt down gegangen bin. Schade. Unser Scharfschütze geht immer als erstes down. Ich laufe ja auch vor. Warum laufe ich vor? Der Scharfschütze. Ich rette dir alle. Ich mal one shotte die. Close. Close. Close Combat Shot. Der typische Airy Carry. Schnauze. Hier ist die Tür auf. Okay. Jo 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 Schnauze. Okay. Das ist doch der Jugendsprech, oder? Jo 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 Schnauze. Ruhig. Clear. Roger Wilco. Zieh dir eine Hose an, Marco. Ich fühle mich belästigt von Marco, weil er keine Hose anhat. Lass hier auf der Bergkurpe rumhängen. Ich mein natürlich, lass runter gehen. 50 am Leben. Ganz schön viele. Hoffentlich haben wir so viel Munition. 250 Leute. Live to win. Da ist noch so ein Häuschen. Und was sagt das Häuschen? Ich würde sagen, wir sichern jetzt hier in jede Himmelsrichtung ab. Wir haben eine super Position. Ich guck Richtung Süden. Oh, hinter uns, hinter uns. Im Osten sind zwei. Wo genau? Ja, siehst du. Direkt am Stein. Ja. Laufen gerade die Berghannen runter und sind gleich hinter dem Haus. Ja, laufen weiter runter. Ich muss mich anders positionieren. Wo denn? Die sind genau jetzt hinter dem Haus. Die sind im Osten so, glaube ich, 60, 75. Laufen weiter runter. Ich habe gleich einen Pfeil im Kopf. Siehst du immer noch? Nein. Pfeil im Kopf. Ey, das Throne bei mir ist noch falsch eingestellt. Das gibt es noch nicht. Springen, Sprint, Hockey. Throne umschalten. So, buff. Hm. Sie sind nicht weg. Die flankieren uns jetzt. Wahrscheinlich. Kann sein. Deswegen müssen wir auf Nord-Ost auf. Okay. Beobachte. Ich beobachte Norden und Nordosten. Viel zu offen hier alles. Ja, das ist doch echt ekelhaft irgendwie. So. Oh, ich sehe sie wieder. Wo ist sie? Immer noch auf 75. Oh, jetzt war ich. Ja, was denn? Schießen auf mich? Alles gut. Sind genau, haben sie schön ihre Position verraten. Sind genau auf 75 hinter dem Baum. Ach, da. Hinter dem Haus? Hinter dem Baum. Hinter dem Baum? Hab ich doch gerade gesagt. Alter, hit, 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 hit. Oh, sie schießen auf mich. Seh die nicht. Einfach suppressed for air. Au, fuck it. Sie haben keinen Schuss. Ich habe auch keine Ahnung, wo die sind. Ich weiß, ich sehe 75. Warte, okay. Einer hat auf E auch gelaufen. Au, a, 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 a. Hinter dem Stein. Ja, da ist auch noch einer. Okay. Ich versuche zurückzukommen. Oh, da ist direkt eine Crate bei uns. Siehst du die, Oli? Nope. Ja, die ist direkt neben uns. Oh. Nee, komm, scheiß drauf. Kann mich jemand schnell holen? Ich glaube, ich bin tot. Nee, ich bin tot. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Nee, alles gut, bin tot. Hast du irgendwas zum Heilen? Ich? Ich hab einen Verband. Nee, ich hab... Ach so, Marco. Irgendwo seit ihr? Direkt neben dir. Ja, das ist die Crate. Naja, okay. Und die Crate schnell. Ich bin halb tot. Ich versuch's jetzt einfach. Bist du unser Köder? Ich hab hier noch einen Booster für dich. Oh, ja, oh. Von wo haben die geschossen? Kommt von... Von Norden. Kommt von Ost. Ost 105 ungefähr sind sie. Ich weiß nicht. Überall wahrscheinlich. Sind echt überall. Mhm. Versuch die nicht zu facen. Komm mal am besten wieder... Lass den Berghang runtergehen. Wir kämpfen sich gegenseitig. Zieh dich zurück, lass hier runtergehen. Ich komm zu dir. Wir können natürlich jetzt hier in die Scheune und gucken, ob jemand die Kiste sich lootet. Machen wir so. Natürlich ärgerlich, ne? Okay. Schuss aus Westen. Oh, da kommen sie runter den Berg. Sie wollen sich die Crate holen. Glaubst du sie kriegen wir? Wir, du hast keine Deckung. Der Busch. Hinterm Stein. Ach shit. Ali wird beschossen. Ja. Natürlich. Natürlich ich. Ich bin der Bullet Sponge irgendwie in diesem Spiel. Ach. Nee, komm. Lass zurückziehen. Schaff den. Die haben eine viel bessere Position. Versuch, wenn du die Bäume zu gehen. Du bist halt sonst komplett auf dem offenen Feld. Okay. Okay. Lauf einfach in die nächsten Zone, oder? Ja. Ja, das ist natürlich... Puh. Shit. Tja. Have fun. Mit deiner Loot-Kiste. Ich habe auch gar nichts mehr zum Heilen. Ich habe nur noch einen Energy Drink. Ich habe hier noch was für dich. Hier ist ein Energy Drink. Warte. Energy Drink habe ich auch. Ich bräuchte irgendwie Verbände oder eine Kiste oder so eine Scheiße. Hier. Zehn Verbände. Geil. Muss weiter. Hast du genommen? Ja. Schaffen wir das? Ja. Wir müssen unbedingt in die nächste Zone. Scheint sich nichts zu bewegen hinter uns. Auf der einen Seite gut. Auf der anderen Seite... Eigentlich sollten wir hier hingehen. Aber ich habe keinen Bock bei diesen Häusern rum zu geistern. Ich auch nicht. Aber hier ist halt gerade alles scheiße, egal wo man ist. Das ist irgendwie dumm. Da war ja noch dieses komplette Squad oben auf dem Berg. Und in dem Haus werden halt auch welche drinnen sitzen. Türen sind zu. Ja gut. Das heißt ja nichts. Ja. Das stimmt leider. Wir können uns auch erstmal irgendwie versuchen, eine gute Position zu finden. Dann schauen, wer den Berg runterkommt. Wo finden wir hier eine gute Position? Keine Ahnung. Oh shit. Wird beschossen. Von? Oh, ich sehe sie. Sehe sie. Vom Westen. Hat Hits. Oh, ich habe auch einen Mega-Hit. Oben auf dem Berg. Ich habe mich kurz... Alter. Von wo? Die Zone kommt. Die werden gepusht. Die müssen jetzt zu euch. Ja, ich bin tot. Scheiße. Ach, nicht schon wieder so Kacke. Nicht draufballern. Muss auch laufen wird. Das sind zwei Leute. Der eine hatte ich nur auf dem Visier. Vor dir auch drei. Vor mir sind sogar drei Leute. Oh Gott. Du kannst ins Scheißhaus gehen. Geh ins Scheißhaus. Das heißt es. Einfach dahinter bleiben. Nein, dahinter ihm waren ja auch zwei. Macht keinen Sinn. Wenn er schon gespottet wurde. Blendgranate. Jetzt kommt er zu dir. Ach komm. Happy Ferret. Platz fünfzehn, oder? Schade. Da leben noch einige Leute. Ja, ja. Torhart und Lou Gamer und Granito sind jetzt langsam dabei, in der Zone zu sterben. Torhart ist schon down. Lou Gamer ist jetzt auch gerade am Abnippeln. Und Granito versucht sich gerade noch so reinzuretten. Auf Tolli. Ja. Ja, die meine ich. Granito schafft es gerade noch mit dem letzten Fitzelchen. Läuft aber jetzt direkt in Ul Master, der meine K hat. Und Mr. Pork. Aber sie sehen ihn nicht. Liegt hinter ihm. Und sein Kollege kommt auch noch. Was stimmt mit ihm nicht? Will er nicht auf sie schießen? Der hat sich gerade einen Penkeler reingeschmissen. Gucken wir mal, ob er es checkt. Ja, schade. Krabbelt so langsam vor. Worauf schießt denn Ul Master? Wahrscheinlich auf Happy Ferret da unten. Machen wir mal eher eine große Ansicht. Ja. 27, was wir am Leben. Ei, ei, ei. Ja, ist noch eine ganz schön ordentliche Anzahl auf jeden Fall. Jetzt haben wir noch 15 Sekunden, dann geht die Zone wieder. Ja, aber das ist halt eine enge Zone und ein undankbares Gebiet fast schon. Relativ viele Leute sind ja noch irgendwie am Westen, am rumkampieren. Müssen jetzt Gas geben. Jetzt beginnt der große Run. Hm. You better run. Ja, Granito und Lou Gamer haben sich eben gerade noch so gerettet und sind jetzt wieder direkt von der Zone überrascht worden. Werden jetzt wahrscheinlich auch sterben, ja. Ich glaub nicht, dass die das noch schaffen werden, da rauszukommen. Laufen jetzt auch noch irgendwie in den Metz rein. Lauft einfach straight an ihm vorbei. Oh, da hat ein Auto sich geschnappt. Oh, na gut. Lou Gamer schaff's dann wahrscheinlich noch. Jack24 und Calza da unten immer noch rumrennen. Und hier FM, XMF läuft jetzt gerade in das Squad von Quanka. Füchs da, Odi. Und wer ist der Letzte? Mi1s. Was macht Timo? Business. Was denn? Oh, Happy Ferret hat's mit dem Auto hierhin geschafft. Da müssen wir Werbung machen. Oh. Da müssen wir Werbung machen dann. Technische Störung. Was denn? Ist gut, Oliver. Technische Störung. Gleich geht's weiter. RIP. Stecker gezogen. Saved. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Guck mal, Rednu ist auch am Start. Den kennt man ja auch. Ja, ja, ja. Hat sich hier in dem Hintern von seinem Kollegen verkrochen. Mit der AKM. Die Position ist schon geil. Schön auf dem Berg und sie haben einen guten Überblick. Aber... Tja, wie sieht's mit den anderen aus? Streaming-PC-Waffer wird so viele live. Ja, das eine Squad hier unten chillt immer noch in dem Haus rum. Und wartet nur drauf, dass sie Happy Ferret abknallen können. Der haut jetzt aber hier irgendwie ab. Ja, bringt den um. Nein, 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 das ist ein guter. Nein, er holt erstmal seinen Kollegen hier hoch. Kenji-Mon. Und Mikado-san. Und hinten, was geht da ab? Quanka mit seinem Squad hängt hier immer noch in dem Haus rum. Ja, das ist ja auch gerade direkt in der Zone. Und wie sieht's mit der nächsten Zone aus? Sind die da da auch noch drin? Nein. Sind's nicht mehr? Aua. Das ist natürlich blöd, genau übers freie Feld dann zu laufen. Die nächste Zone wäre direkt hier. Ha. Na gut. Und da ist jetzt noch keiner drin. Rednu macht jetzt Gas. Ja, es geben natürlich alle Zündstoff. Oh, Rednu wird von Arxnuss von hinten abgeballert. Ja, das ist ein offenes Feld direkt an der Straße. Das ist dankbar. Gerade für die, die auch in den Häusern sitzen. Ja, Rednu ist auch ausgenockt. Und Arxnuss läuft jetzt direkt in den Squad von Kenji und Mikado rein. Und Happy Fair macht da irgendwie ganz schön Stress, muss ich sagen. Ballert da ordentlich die Leute ab. Oh, jetzt hat er nicht mehr geschafft. Da ist er down. Ah, Mikado-san muss jetzt aber auch noch ordentlich Zündstoff geben. Das muss er laufen. Der kann Kenji nicht mehr retten. Nee, das war's für ihn. Aber vielleicht schafft es Kenji noch nicht. Nee, er schafft es. Er heilt sich gerade. Aber Arxnuss ist immer noch auf der rechten Seite. Wir warten noch drauf, dass Mikado rausgelaufen kommt und knallt ihn jetzt einfach von hinten in den Rücken. Und da geht er down. Ja, ungünstige Position. Oh, und hier, das große Vierer-Squad hat sich direkt schon in die Mitte begeben. Muss nur noch gegen zwei Leute angehen. Also Maximus und Vannecraft und Arxnuss. Aber der ist alleine unterwegs. Das würde ein bisschen schwierig werden. Ist noch ein Team am Leben eigentlich. Ja. Kawanka läuft hier von der Seite rein und versucht hier ordentlich Stress zu machen mit der Uzi. Könnte klappen. Ist noch ein Team am Leben? Hier die Vierer-Squad. Die Vierer-Squad. Ja, hier. Kawanka-Squad. Aber zu greedy. Ha. Drei gegen drei. Au, au, au. Und Fixtar kriegt auch nicht auf den Sack. Drei gegen drei. Und irgendwo ist auch noch einer, oder? Ja, Arxnuss sitzt immer noch da hinten und wartet auf den letzten Kreis. Ja. Smart. Er wartet einfach, bis die sich ausschalten. Und einer alleine. Wanderkraft hat sich hierhin gepronet. Und wartet nur darauf, dass dieses Dreier-Squad da unten irgendwie sich zeigt. Zwei gegen... Er hat sogar Silence. Das muss man machen. Ich kann das abwarten, bis sich die zwei Dreier-Squads erstmal gegenseitig ausgelöscht haben. Das würde ich jetzt auch tun. Guck mal, in der Situation. Perfekt. Liegt da oben. 30 Sekunden noch. Ich muss jetzt aber ein bisschen abwarten. Sie wissen halt nicht, wo er ist. Perfekt. Sieht auch so aus, als würde er genau das machen. Sind die beiden nicht links und rechts zwei unterschiedliche Teams? Welche? Ich weiß jetzt gerade nicht, der da oben mit der AK und der? Das ist ein Einzel-Team. Und das ist ein Dreier-Team und noch ein Einzel-Team. Genau. Siehst du? Das ist halt drei gegen eins gegen eins. Uiuiuiuiuiuiui. Acht Sekunden noch in Arcus. Da müsste er sich eigentlich mit der Rasse gegen mal ein Team machen. Wenn der eine zugreift, muss er auch kommen. Da muss man den Voice-Chat aufmachen und einmal rüberbrüllen. Kommt! Aus geht's! Die drei Hunde weg! Faustkampf! One on one, Faustkampf. Ja, der Kreis kommt jetzt. Und jetzt müssen sie Zündstoff geben. Mal gucken, was Wandekraft macht. Er wartet, er wartet. Er liegt ja genau im Kreis. Die anderen müssen ja laufen. Und er weiß auch, wo die anderen sind. Das ist perfekt. Er weiß jetzt auch, oh, er weiß, wo alle sind. Er sitzt gerade im Stream. Das ist einfach mal abgesehen. Nein. Nein. Das macht keiner. Oh, Arcus kommt von der Seite angerannt und wird sofort einmal von allen ins Feuer genommen. Oh Gott. Und das war's dann wohl für Axis. Armer Junge. Gute Nacht. Armer Junge. Aber gut gemacht. Ja, drei gegen einen. Aber die sind alle relativ low. AKM, UMP, Kombo. Ah, der eine ist auch voll, oder? Oh, die ist eine Ska und noch eine AKM. Die sind alle nicht mehr im Kreis. Wandekraft ist noch im Kreis. Gerade noch so, mit seinem rechten Fuß. Jetzt eine Frag. Ja, und die müssen jetzt Gas geben. Ja, also er hat eigentlich alle Karten in der Hand. Der könnte halt wirklich selbst entscheiden, wie er das jetzt macht. Hat natürlich aber das Problem, drei gegen eins. Adi versucht hier sich ein bisschen hochzurobben. Weil prinzipiell könnte sich einer versuchen zu opfern und die anderen so rausbaiten und die anderen knallen denen ab. Du kannst auch einfach so Prediction Shots abliefern. Also an den Baum da ungefähr. Und den dann rauskitzeln. Oder eben Frag-Granaten auf Glück werfen. Jetzt laufen sie los. Ja. Dann müssen sie auch. Und Fundercraft hat aber nur seine UMP in der Hand auf einmal. Hat nicht gemerkt, dass die rauslaufen. Jetzt kommen die Granaten. HE. Das ist doch eine HE. Das ist doch eine HE. Frag. H-Explosion. Hau geht neben ihm hoch. Hier, der Sprengraum. Au! Oh, die geht direkt down. Naja, die müssen halt ... Die war jetzt relativ ... Fundercraft ist auch relativ low. Oh, er hat zwei ausgenockt. Er hat zwei ausgenockt. One on one. Da ist der Teil. Oh, Alter. Nice. Da holt er noch fix daraus. Alleine sich noch gegen einen einzelnen Squad durchgesetzt. Wo stehen wir? Nicht. Wir waren Platz schnösen, schnösen. Außer der Wertung. Ja, elf oder so. Oh, 15. Top 20. Top 20. Ich hab einen Kill gemacht. Clemens hat zwei gemacht. Marco hat zwei gemacht. Wirt hat einen gemacht. Wir haben ... Ja, also schon relativ viel Kills gemacht. Aber es hat irgendwie nichts gebracht. Ja. Kills? Wir können auch mal ein Public-Game machen. Der muss ja nicht immer Custom sein. Ach. Tschüss. Bis gleich. Mir ist wurscht. Tschüss Oli. Tschüss Oli. Danke Oli. Bis Montag. Tschüss Oli. Ja, ähm ... Nein. Bye-bye. Passwort ist neu. Kleingeschrieben. Supergeil. Ja. Das passt. Ja, ist auch eine ganz normale Runde. Nichts Besonderes. Vielleicht auch die letzte Runde und Stream. Wer weiß. Ja, ja. Vielleicht vorletzte, letzte Runde. Wir müssen ja dann ... Das heißt, wir müssen. Wir dürfen abgeben in ... Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Und dann gibt's Animal Squad Pen & Paper mit. Jawohl. Oh, wir sind auch gleich voll. 97. 98. 800. So läuft das doch. Ja, noch nicht. Warte mal. 100. 100, 100. Go. Genau. Go, go. Taktik ist wie immer. Nicht sofort sterben und dann hoffen, dass man lange überlebt. Das klingt gut. Ja. Das ist unsere Standard-Taktik. Standard-Taktik. Hoffnung. Super krass. Hope. So. Wann haben wir denn noch ... Wen haben wir denn hier eigentlich dabei? Superdude. Grim. Oh, ich hoffe es ist nicht ... Grimms. Grimms? Grimms ist einer der besten PUBG-Spieler gerade. Also auch sehr bekannt. Sonst hat er nicht mehr. Genauso wie ... Was? Anthony ... Kuang Phan. Oder wann der ist? Kuang Phan? Was ist los? Lyric. 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 Sehr, sehr nice Dudes. Next. Omega Psycho Doktor 1985. Geht das los, oder? Ja, ja. Der Custom-Server dauert immer ein bisschen. Das ist ein ungeduldiger ... Kleiner Mensch. Ich dachte, du liest hier die Namen vor. Nein, ich habe schon längst gedrückt. Der Custom-Server dauert immer ein bisschen länger zum Starten. So. Und nebenbei liest Weird irgendwelche Sachen im Internet. Hier sind die Textilose voll alle da. Ich such gerade nach den neuesten Angeboten im Internet. Ich bin ein Sparfuchs. Toll. Ich bin ein Sparfuchs. Alle sind auch nicht da. Fuchsi, Fuchsi. Lass mich in Ruhe. Mal gucken wir das mal an. Playstation 4 Slim mit dem zweiten DualShock. Hallo. Globo 222. Hm. Public Chat ist offen. Warte. Oh. Ton. Drücken, um zu sprechen. Public Chat? Ja. Hallo. Nein, 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 da verfolgen mich welche. Ich bin Marco, ich bin auch voll schlecht in dem Spiel, aber lass Spaß haben. Ja, okay. Ich höre dich doppelt. Opfer, ey, Marco. Niemand macht dich. Oh, das hat gesessen, ne? Oh, das hat gesessen. Mach mal deinen Mobile Plus weiter. Was macht ihr zwei da drüben? Die werden sich gleich selber umbringen. Er hat alles kaputt gemacht. Ah! So, Spacheln halt aus. Reicht, sonst ist Flugzeug wieder Rampage dann. Hui! Hui! Kann ich schwimmen gehen? Ich will schwimmen gehen. Weg von dieser Insel. Hui! Oh, da brennt einer. Timo folgt mir. Weg, einfach nur weg von hier. Und es geht weiter. Und nur ins Wasser. Okay! Okay! Captain Marco! So, wie ist der Plan? Uh! Interessante Kurve. Mhm! Wer macht Ansagen? Ist schon angesagt worden. So. Okay, wir springen. Drei. Zwo. Eins. Ah, Moment. Ich mach hier keine Ansagen mehr. Warum nicht? Clemens ist abgestimmt. Ja, ich weiß nicht. Warum nicht? Guckst du überhaupt auf die Map? Keine Ahnung. Das kriegt euch nicht mit. Alter, du bist auch... Egal, ich mach einen Long Drop. Krieg hin. Ich krieg's hin, Leute. Kein Stress. Was? Ach, Clemens, ey. Ich dachte, du hast es gesehen und ich wollte gerade eine Finte raushauen. Nee, ich dachte so, ja, dann warte ich mal auf die Ansage. Ich wollte dich doch warnen. Dann drückt der schon. Eieieiei. Marco, wann ziehst du? Jetzt. Ah, jetzt? Okay. Ja, dann kommen wir locker in... Ja, bei mir wird's knapp. Sag ich mal. Ja, könnte ein bisschen knapper. Ich mach dir... Oh Gott. Ich krieg's ein Fahrzeug zurück. Das ist auch das letzte Loch, Leute, ey. Schaut doch runter. Das ist wirklich... Vielleicht ist da noch irgendein... Das darfst halt wir nix glauben. Ja, dann warum denn? Was ist das denn? Schnapp dir einfach ein Mic. Wieso drei Leute... Zwei Leute haben's verstanden? Ja, vorhin war immer die Ansage... Ja, die Ansagen, wenn wir springen, das können wir schon machen. Jetzt auf einmal so. Also einer ist bei uns. Ist egal. Es sind verdammt viele bei uns. Was? Wo denn? Wo denn? Wo siehst du denn noch welche? Rechts ist einer. Direkt vor mir, ey. Direkt unter uns sind drei. Da ist einer. Aber ich mein direkt in der Stadt. Da ist ein Auto direkt am Stadteingang. Also auf Norden ist auch ein Typ. Ja, ich bin ja... Wie gesagt, sehen gerade. Der ist direkt unter mir. Sind zwei. Aber die werden sich wahrscheinlich jetzt gerade den Urz schnappen. Ich brauche ein Weilchen zu euch, glaube ich. Ach, da oben ist auch noch einer. Gott! Da oben ist auch noch einer. Ja, den meinte ich eigentlich ursprünglich. Und der Urz... Ne, den Urz schnappen sie sich nicht. Die laufen in die Stadt rein. Clemens, ich brauche auch ein Weilchen zu dir. Also... Wir können uns ja treffen, Clemens. Ich hab die gefunden hier. Also ich würde jetzt hier ein paar Häuschen looten. Ich bin auf der linken Seite. Wir sollten zusammenbleiben, Marco. Ja, wo seid ihr? Ja, wir sind unter zweit hier. Also ihr seid schon unten? Ah, du bist schon unten. Wusste ich nicht. Dann bin ich auf jeden Fall bei dir. Bei dir in der Nähe war nämlich einer. Deswegen wollte ich nicht unbedingt auf diese Straßenseite. Egal. Hier hat schon einer... Ja, mit dem Auto fahren sie jetzt rein. In die Stadt. Ich komme zu dir, Clemens. Wieso? Ja, ey. Ja, was? Ihr seid zu weit weg. Clemens ist zu weit weg. Ich dachte, wir... Ich hab den nachgesprochen. Ich dachte, wir bleiben zusammen. Hm. Ich bin hier drin, Marco. Ich bin hier drin, ich bin hier drin, Marco. Ist hier noch irgendeine geile Waffe? Ne, ne? Ich hab jetzt gerade erst mal einen Revolver gefunden. Wie du aussiehst, ey. Ja, danke. Okay, Clemens. Das ist schon immer so aus? Das ist ja der Rocketfeans-Account, Digga. Hier ist noch eine Waffe. Noch ein Revolver. Wow, da ist schon einer. Wo? Wo? Draußen. Wo draußen? Ja, da, wo ich... Du hast mich doch gesehen. Ich hab das gesehen, ja, aber ich weiß... Er ist im Haus! Na. Drausten. Deswegen wollte ich ja wissen, wo... Ach, egal. Alter, ich hab schon zwei Achtfach-Suche gefunden. Das war sowieso eine lame-Runde. Ja. Ach, Mensch, ey. Na gut, dann können wir ja gleich casten. Wollen wir gleich neu starten? Nein. Was, Freunde? Niemals. Wieso Neustart? Wieso Neustart? Da sind jetzt gerade 100 Leute drauf, da würden wir nicht neu starten. Fällt nicht auf. So. Jetzt gucken wir uns das mal an. Aus einer AKM? Wo bist denn du? Bist du denn bei mir in der Nähe? Nähe ist so relativ. Das ist ja mal interessant. Könntest du, ist ja nicht schlecht. Ja. Jetzt gucken wir uns das mal an. So. Loser. Ach, jetzt kann ich zoomen. Eben konnte ich nicht zoomen. Alter, die Tür hab ich aber nicht aufgemacht. Da ist er. Schauen wir uns das mal an, was er hier fabriziert. Aber du bist ja richtig weit weg. Kriegen wir schon hin. Okay. Auf einsamer, einsamer Tue ist Clemens unterwegs und hat ein Buggy vor sich. Tatsächlich. Oder er nimmt den Bunker. Scheiß mach ich. Bunker wäre auch da. Egal, er fährt mit dem Buggy weg. In Richtung Freiheit. Freedom. Oder in den Tod. Das weiß keiner. Huh. Nice. Hm hm hm. Ja, das Schlachtfeld ist halt noch überschaubar. Also oben bei uns. Na. Schauen wir uns das mal an. Bis Clemens. Und Wirt. Tot sind. Wo ist eigentlich Wirt? Moment mal. Wirt. 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 Moment, nein. Das ist nicht Wirt. Da ist Wirt. Ein Sphera Squad, während zwei alleine irgendwo unterwegs sind. Wirt. Wie machen wir das? Kommst du zu mir? Habt ihr mal gesehen wo ihr seid? Ja ja. So ungefähr. Easy peasy. Okay. Dann schauen wir uns das mal an. Ähm. Ja. Ich glaub ich kann auch zu dir kommen, ja. Ich würde sagen wir treffen uns, äh. Das ist ja diese scheiß Stadt zwischendrin. Ach Gott, ey, das ist auch schlecht. Sollen wir uns einfach irgendwo im Westen treffen eher? Im Westen? Wo genau? Ein bisschen in die Zone rein, keine Ahnung. Vielleicht auf der Insel oder bei dir drüben. Ich fahr zu dir rüber. Okay, dort, wo du markiert hast, ist geil. Das hab ich nur gesetzt, gelb. Oh, ich sitz hinten drauf. Wie schnell das auch kam. Ja, echt. Ja, man sieht das. Ach, die Autofahrer erkennt man sofort. Ja, wenn man da vor Rücksitz sitzt. Oh, das ist interessant. Eieieiei. Oh, cool, Schambo. Auch noch ohne Kennzeichen. Ist das ein Fahrzeug? Kann ich das nicht nutzen? Geht bei dir was ab? Ja, bei mir laufen ein paar Leute auch. Okay. Ich kann mal, ähm, weißt du in welcher Richtung von dir aus? Ich markier mal, wo die sind. Ja. Hier. Okay, geil. Aber ist gut. Die Richtung ist gut. Vielleicht kann ich die von hinten, ähm, flankieren. Ich hab kein Scope oder so ein Schissen. Ich hab ein Achtfach sogar. Ich hab noch eins. Licht. Okay, da laufen die dran vorbei. Immer noch da. Wo? Im Hagen? Ja, dem Haus. Da ist ein Haus. Ach so, so nach, richtig nah bei dir. Okay, naja, okay. Eigentlich noch ein bisschen fahren können eigentlich. Ich kann das ja woanders ein bisschen treffen. Ein bisschen weiter außerhalb, wo die mich nicht sehen. Vielleicht hier. Da hinlaufe. Der sitzt da oben raus. Okay. Ich denke immer, da kommt ein Airdrop, aber es ist nur Dreck auf meinem Monitor. Okay, ich seh dich langsam an, du Jüsen. Ja, ich seh dich auch. Hinter so einem kleinen Hügel. Ja. Wo auch da grad, was da abgeht. Die sind in den Häusern, sagst du? Die sind in den Häusern. Die sind in den Häusern, glaube ich. So irgendwie in den Bogen zu mir. Shit, shit, shit. Ich werd beschossen. Ach, scheiße. Beweg mich zum Haus. In der komischen Gartenlaube hier. Okay, ich seh dich. Okay, ich seh dich. Die kommt zu mir. Kannst du irgendwo hingehen, wo ich dich ein bisschen lecken geben will? Oh Gott, die beschießen sich hier. Ich bin in dieser komischen Gartenlaube. Rechts einer, rechts einer. Schießt du gerade auf die Clemens oder so? Nice. Ich kann den Spacko jetzt natürlich da hinten. Wo genau ist er denn? Es müsste irgendwie südlich von dir sein. Am Hang sind die. Also nicht mehr im Haus, oder? Nee, die sind wohl am Hang. Kann ich schlecht einschätzen. Kann jetzt natürlich sein, dass die auch zu mir am Hang vorgelaufen kommen. Vielleicht kannst du bei dir hinten am Hang runter. Weißt du was? Ich nehm den Wagen und fahr einfach zu dir. Da ist noch einer. Süden. Okay, der kommt zu dir, glaube ich, in deine Richtung. Achtung. Zu dir mit dem Fahrzeug. Das bin ich. Ja, vielleicht lässt. Danke. Wir müssen einfach weiterfahren. Kannst du gehen? Jump an Bord. Aber go, go, go. Die kommen. Gib Gas. Okay, markier mal ein Ziel. Ja, lass uns irgendwie hinterm Berg einfach entfangen irgendwo, oder? Okay. Das ist gut, ja. Mach doch weiter. Ja, ich mein, irgendwie muss man sich ja abstimmen. Das kriegen wir schon hin. Das ist doch schön, dass wir jetzt zumindest, ähm, fährst du hinten lang, okay. Ah, ich fahr falsch rum, aber egal. Ist egal, fahr hinten rum, ist gut. Vielleicht sogar besser. Hast du denn ne gute Waffe dabei? Nee, nicht wirklich. Ach, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Hier vorne? Ich will ungern in die Stadt. Da bleibt man links hier, glaube ich. Egal. Ich fahr jetzt durch. Fahr durch, aber... Wenn es hart auf hart kommt, springe ich raus. Mitten durch? Mitten durch. Okay. Gut. Dann aber spätestens hier. Und hier raus? Äh, nächste, nächste Kreuzung. Kreuzung? Ich kann nicht auch irgendwo rein. Gibt's da eine Kreuzung? Ja. Nee, nee, fahr hinten in die Kreuzung. Yes. Hier? Ja. Achso, stehen bleiben wolltest du? Oh, okay. Ich dachte, wir würden hier reinfahren. Oh, okay. Okay, okay. Ich glaube, hier ist noch keiner. Ui, ui, ui. Alle Türen sind verschlossen, also... Also warten die auf uns. Ja, warten die auf uns. Ja, ich würde gerne nicht so lange hierbleiben. Das ist schon weitergehen. Zur Not kann ich dir eine AK geben. Ich habe auch eine AK. Okay. Aber hast du vielleicht einen Zoom? Ja, ich habe einen, also richtig krass, achtfach halt. Ja, gib mir mal, ich habe einen AK. Ja. Ja, ja, ja. Nice. Ich weiß, warum ich nicht. Ich habe das Befehl der Erste-Hilfe-Koffer gefunden, falls wir hier brauchst. Das ist gut. Ich brauche irgendwie noch ein Holo-Lens. Rotpunkt habe ich gefunden. Ich kann auch weiterfahren. Ja, lass mal weiterfahren. Das ist hier oben. Kommt ein Auto über die Brücke? Motorrad. Soll ich den Schuss nehmen? Wie sieht das denn aus? Nein, nein. Alter. Oh, guck mal, die Kisse. Oh, die sehe ich gerade auch. Oh, oh, da. Auf der Brücke, oder was? Oh, da kommt ein Auto. Oh, da kommt ein Auto. Oh, da kommt ein Auto. Oh, da kommen jetzt alle. Okay, okay, okay. Ins Haus, ins Haus, ins Haus. Das hier? Oh, ein bisschen im anderen Haus. Schön. Wo bist du denn? Ein Haus weiter. Ein Haus weiter? Wo? Ja, das ist aber gut. Ich komme mal zu dir. Ich komme mal zu dir. Nicht getrennt sein. Übrigens, Timo, in der Nähe der Kiste ist halt dann noch eine. Nicht deine Ernst. Ja, aber das ist weiter weg. Dahinten. Dahinten. Ich weiß auch nicht, ob es Sinn macht, sich hier so einzuigeln jetzt. Doch, doch, doch. Schon okay. Weiß nicht. Wie ihr wollt. Weiß nicht. Es gibt Schlimmeres. Na gut, der Ort ist nicht schlecht. Die wollen auch zur Kiste. Stimmt schon. Eieiei. Dann könnte es sein, dass der Kreis sicher das schließt. Aber wir wissen es ja nicht. Wir werden sehen. Ist da gerade die Tür aufgegangen? Ich habe alle Türen verschlossen, ne? Schön fanden an der Maust. Sah cool aus. Da ist auch Käse hier. Oh. Ist das ein Balkon? Mal hier zur Not. Ein Bailjump. Ein Balkon? Schöner Balkon. Ich will hier nicht sein. Ich will hier auch nicht sein. Wirklich nicht. Was machen wir denn? Wir holen jetzt unser Auto und fahren schnell weg. Wohin denn? Ja, wohin? Das ist die Frage. Oder willst du abwarten, bis die nächste Zone hier ist? Ja, warten wir. Warten wir nochmal ab. Hm? Das ist nicht. Ich darf noch ein bisschen. Clemens, was machen wir? Was machen wir? Warten. Ich fühle mich nicht. Ich fühle mich in den Häusern nie wirklich wohl. Muss ich ehrlich sagen. Wirklich nicht? Ja, du kannst so schlicht wegrennen. Wenn da unten jemand drin rumsteht. Aus dem Haus ist es doch super. Können wir nur vom Balkon springen. Also ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, weil wir die Brücke im Blick haben. Ja. Ich gucke mal ein bisschen in die Stadt rein. Da irgendwie. Also geht. Mhm. Immer so Kommentare von Marco. Immer so Kommentare von Marco. Marco sieht ja alles. Seid ihr euch sicher? Ich meinte jetzt gar nicht auf euch bezogen, sondern ich gucke gerade einen anderen zu noch. Guckst gerade einen anderen Stream? Ich gucke gerade einen anderen Stream, ja, ja. Gerade bei Bonjova zu. Nein, nein. Sondern jetzt bin ich mal gespannt. Äh. Moment. Hier. Da wollte ich hin. Ah, okay. Versteht? Ja, wir müssen über die Brücke, ne? Über die Brücke. Wir haben das. Nice. Wir haben den Jeep. Okay. Schwimmen wir uns? Schwimmen wir? Wo habt ihr denn? Ich bin unten. Willst du schwimmen? Schwimmen? Wo habt ihr denn den Jeep? Wollte ich gerade fragen. Ist der Jeep weg? Der wurde uns wahrscheinlich eh geübt. Wo habt ihr denn den Jeep? Ich weiß nicht, wo ihr den Jeep habt. Du hast ihn geparkt. Vorne an der Straße hast du geparkt. Direkt an der Kreuzung. Achso, ja. Kriegen wir doch, oder? Der ist super weit weg. Willst du schwimmen? Ne. Einenfalls war ein Witz. Aber das schießt schon wieder. Okay, wir gehen jetzt los. Los, los, los. Wo, wo, wo? Wos im Teufel bist du denn? Das ist schon unten. Das ist schon unten. Go, go. Wo ist zum Teufel? Vorne ist der Jeep, oder? Ja, ich will zum Jeep. Komm mit. Ist ein Dach rausgekommen. Geil. Energy springt nämlich noch mit auf den Weg. Ja, echt noch ein bisschen looten? Komm. Ich bin da, ich bin da. Alter, dreh dich. Jesus Christ. Ja. Was für ein Geräusch ist denn das? Das ist draußen. Da brennt gerade was. Oh Gott. Da brennt gerade was. Komm ich rein. Fahr, 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 fahr. Das ist noch ein Jeep. Oh, 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 oh. Nice, nice, nice. Fahr ein bisschen zigzag, Mann. Ja, rühre ich uns um. Mach mir mal einen Punkt. Mach dir einen Punkt. Mach mal einen Punkt hier. Eher recht rum, oder? Wir fahren einfach, oh Gott, direkt vor uns. Okay, wir fahren durch die Stadt. Crash die, Alter. Wir fahren einfach durch die Stadt. Oh Gott. Ich bin Feigling. Die haben euch nicht gesehen. Ich glaube, die sind auch gerade auf der Flucht gewesen. Vor uns. Genau, deswegen sind die vor uns. Wo wollt ihr denn hin? Marco. Ja, ich bin vor dich. Ui. Alter, da vorne. Da ist noch ein Fahrzeug. Oh shit, oh shit. Das schießt auf uns. Schlechter Ort. Schlechter Ort. Raus. Geh, bleib in Deckung. Oh Gott. Hier bei mir, Richtung NW, ist einer am Baum. Beinah. An dieser Douglasie. Aber er schießt doch gut. Was denn Douglasie? Da, hier. Da. Was ist da? Ich weiß nicht. Das ist ganz 1330. Laufendes Gebäude. Ausräuchern. Scheiße. Jetzt ist, klimmert es tot. Scheiße. Also trennt ihr euch? Oh. Mein Auto brennt. Wie er sein Auto hat gebrannt. Deswegen bin ich aus. Was? Das stimmt doch nicht. Ich habe einen getötet. Komm, hol mich. Ah. Tod. Ich wusste halt nicht, wohin. Deswegen bin ich in eine Richtung gerannt. Ei, ei, ei. Überall haben die auf mich geschossen. Oh Gott. Ei, ei, ei. Ah, stark. In dem letzten Millimeter. Ich habe ganz viele Medi-Packs. Ich gehe jetzt bestimmt nicht hin, Mann. Ich bin voll mit Medi-Packs. Und Energydrinks. Er ist in einem Krankenhaus. Da wird es doch irgendwo was geben. Ja. Na, schauen wir mal. Schade. Wie langsam wird. Ja, Top 40 sind wir. Dank euch. Top 40. Da. Piu, piu. Ist was Geiles dabei? Ja, das sind so einige Sachen. Na, dann beeile dich mit Loden. Ich sehe ja, was du machst. Hier. Painkillers. Ach, hast du. Taktisches Lager für K. Ich glaube, ich sollte aufhören. Da oben. Die Kugelstaufen für die K. Guck da. Hast du die hier bei? Ja, ja. Dann. Ich gehe mal wieder rein. Ja, ist auch. Warte noch ein bisschen. Und dann kurz bevor die Zone sich schließt, gehst du weiter. Ja. Was haben wir da hinten? Was haben wir denn da? Juicy. Ja, nahezu keine Moon mehr. Hier, ich sende dir Kraft. Danke. Kraft braucht er. Du Schweine. Ein Budikopf. Sein Bruder. Wie viele Autos hier auch stehen. Das sind so viele Fahrzeuge. Was ist hier los? Da ist auch noch eins. Das brennt. Das ist kaputt. Könnte unseres gewesen sein. Das macht mich ein wenig traurig. Nimm die Lampe mit. Oh Mann, ey. Da. Ja. Ist er alleine? Paff. Shit. Ne. Fuck. Da vorne läuft noch einer. Ei, ei, ei. Überall. Boah. Jetzt knallt. Ja. Ich fühle mich unwohl. Ich meine, ich sehe ja alles, aber... Ich fühle mich unwohl. Nein, nein, nein. Sehr gut. Zone kommt? Ja. Ganz easy. Easy. Nur die Ruhe. Oh, was haben wir denn hier? Kannst du hier schön an den Hang sneaken? Ein bisschen über die Kuppe gucken vielleicht? Ah, okay. Jetzt musst du da ein bisschen... Da musst du da drüber, glaube ich. Jetzt musst du echt, glaube ich, ein bisschen... Ja. Ja. Shit. Na, scheiße. Das ist... Nicht so schlimm. Ja. Kreis ist gut. Ja, komm, geh rein. Wer sich opfert. Ja. Aber ist vielleicht auch nicht dumm. Jetzt läuft es halt. Ja. Ja. Boah, da ist bestimmt einer. Oh, Mann. Links von dir. Das ist sehr nah. Neben dir direkt wahrscheinlich. Der schießt hier gerade. Aber nicht auf dich. Ja, wir schießen auf das Fahrzeug. Auf das Auto. Ja, aber der liegt hier vorne im Gras bei dir. Einer direkt vor dir. Und einer links von dir. Der ist wirklich direkt vor dir. Ja. Das ist nicht, was weniger zoomt. Oh Gott, ich sehe einen Scheiß, ey. Hast du nicht was anderes? Nehmen die AK und stehen kurz auf. Oh shit. Du kannst nicht den Proen. Ja, dort. Oh, fuck. Ja, war es aber. Aber du hast eigentlich ganz gut gespielt bis dahin. Weil du warst... Hinter dir war nichts mehr. Hinter mir war nichts mehr? Es war nur der eine... Der Typ hat mich dann erschossen, der vor mir war. Der Typ, es war ein hier. Der hat den von links erschossen, den Clemens gecallt hat. Ah. Und genau. Du warst genau hier. Hinter dir war nichts. Links neben dir war nichts. Sie sind alle am Strand gewesen. Schade, ey. Und sind auch immer noch am Strand. Hätte ich den auch erwischt. Ja. Das Problem war, ich hatte einfach nicht die richtige Waffe. Ich hatte auch keine Moon mehr gehabt. Du hast halt eine K gehabt. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Du darfst halt nur nicht im Praun zoomen. Ach, schlecht. Das ist halt... Du musst in der Hocke bleiben, sonst siehst du ja gar nichts, wie du das gemerkt hast. Ja, ansonsten haben wir hier einen, der die Lootcrate genau bei Georgopol im Wasser geholt hat und hat eine M24 gefunden. Aber wie hat er mich denn gesehen? Der hat dich relativ schnell gesehen. Du warst ja auch im Praun. Die war einen halben Meter weit weg von dem anderen. Ja, aber... Ja, trotzdem. Du hast ihn ja auch gesehen. Ich war hinter ihm. Er hat doch nicht hinten Augen. Ja, aber nein. Aber er hat dich auch. Pass auf, wenn er einmal alt drückt... Du hast eine Waffe gezogen. Er hat alt und kann sich umgucken. Stimmt. So, und das ist natürlich dann, wenn er dich noch hört, wenn er auch dieses Crouchen hört, da bist du instant weg. Also das ist halt... Er hat ja jetzt auch um sich herum auch nichts weiter. Nur dich. Und das war natürlich dein leichtes Ziel, wenn du hier so halb hoch liegst, dann musst du einmal nur drüber ballern. Jetzt kommt einer hier, der hat sich auch auf diesen Berg jetzt verzogen. Der kam jetzt aber von hinten hier ran und der muss sich jetzt beeilen. Das ist der... Hauli. Oh Gott. So, der hat natürlich jetzt die bessere Position, weil der Rest, der ist am Strand oder in diesen Häusern da hinten. Du hättest echt eine gute Position gehabt, ey. Ja. Die Position war nicht schlecht, aber jetzt merkst du auch, so gut ist es jetzt auch nicht. Weil du musst einmal über die Straße... Ja, 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 streuen. Jetzt noch ein bisschen. Hey, hey, noch ein bisschen. Nein. Im Endeffekt, guck mal. Echt, nice. Im Endeffekt hast du... Das ist einfach verbockt. Im Endeffekt, wenn man sich jetzt das anschaut, hier hast du jetzt einen Squad, der sich hinter die Autos verkrochen hat, hat eine kleine Barriere gebaut. Aber wenn man dann eine Granate reinwirft, sie alle weg. Cardi, Battle Cheesecake und Four Queens Bellagio. Ja, schön, dass du dir jetzt alles gezeigst. Yep. Kann jeden jetzt zeigen, also ganz ehrlich. Jetzt, wer snipet, der ist ein Nachteil. So einfach. Also das ist einfach... Snipen finde ich echt uncool. Sollt man auch einfach nicht tun. So, hier haben wir jetzt gesehen, Variable X. Wer snipet wird impotent. Genau. Variable X und Budmao. Budmao ist der mit der M24 übrigens. Wo steckt der denn da? Und der hat auch eine M... Nee, Quatsch, das ist eine Scar. Das ist nur eine normale Scar. Auf jeden Fall, hier siehst du halt die M24 auf seinem Rücken, die er sich aus der Crate geholt hat und eine gesilenzte Scar. Das ist schon mal ganz nett. Teams sind sogar noch... Es ist jetzt einfach Team gegen Team. So wie es aussieht. Nee, Moment. Hauli ist alleine. Hauli ist alleine gegen Budmao, Variable X und Tiberius. Gegen Kraft auch noch alleine und Green Operator, Battle Cheesecake und Queen's Belagio und Kladdi hinter den Autos verschanzt, müssen aber jetzt auch moving in 30 Sekunden oder ihre Autos mitnehmen und woanders sich hinten verziehen. Das ist geil eigentlich so. Ja, aber andererseits scheint es so, als hätten sie keine Mad Kids mehr und auch keine Booster. So, jetzt liegen sie hier. Stimmt, das hätten die ja schon benutzt. Unser Style wäre dann einfach, da liegen zu bleiben und zu sterben. Das wäre auch eine Idee. Ich stehe nicht mehr auf. Wäre auch eine Idee. So, Variable X hat den Tiberius sich geholt und ist jetzt auf jeden Fall alleine unterwegs und Green Operator wird sich unter Feuer genommen von Hauli. Und Kraft4K holt ihn weg. So, und das heißt jetzt, Kraft4K alleine gegen Green Operator, gegen einen kompletten Squad und gegen einen Zweiersquad. So, wo ist Bud Maho? Bud Maho ist hinten und snipe mit seiner M24 jetzt im Strand ab. Gar nicht so schlecht, aber muss sich halt bewegen. Der arme Junge. Kann natürlich jetzt genau den nächsten Baum im Schatten nehmen. Währenddessen hier, der Strandfighter da ist, Variable X, versucht noch jemanden mitzunehmen. Schafft es! Schafft es sich, alle drei zu holen. Alter. Na, die waren alle angeknuspert. Da liegen sie. So, und dann haben wir die One-on-One-Situation. Jetzt haben wir eine M4. Eine M4 gegen eine Scar und eine M26. Kraft, was ist deine Zweitwaffe? Ist das eine Umb? Ne, das ist eine Vektor. Okay. Er hat eine Vektor und eine M4. So, und jetzt muss man natürlich schauen. Oh, das ist auch keine Vektor. Das ist auch eine Scar. Was ist mit den Menschen? Das sah gerade aus wie eine Vektor. Was ist mit Marco? Ne, das ist eine Vektor. Das ist eine Vektor sogar, doch. Mensch, Marco. Ja, sie sah gerade wirklich... Zeig den anderen, zeig den anderen. Hat der einen Besen dabei? Ja, der andere. Das sieht jetzt nach einem schwierigen Duell aus für Butmao, weil er hat keine Deckung. Oh. Er nimmt die Straße. Ja, und er ist auch nicht in der Zone. So, Kraft 4K kann ihn jetzt sehen. Alter, warum schießt der nicht? Mach doch doch! Was macht der andere da? Ja, der schießt gerade. Doof. Oh, da war der erste Schuss, der M24. Holy shit. M24 halt. Hätte der im Kopf getroffen, dann... Ah, du dachtest schon. Zeig. Oh, knappe Granate. Kommt da die nächste Frack gleich hinterher. Er hat sie in der Hand. Das ist krass. Der hatte kein Leben mehr und die ging fünf Meter neben dem. Jetzt fallen sie sich. Erst mal, da kommt die nächste Granate. Oh, auch nicht gleich. Und kommt noch eine. Jetzt wird es interessant. Ich würde ihn flashen und hinreißen. Flashen kann man auch, wenn er so ein Flash dabei hat. Das geht ganz gut. So, zwei am Leben. Den großen Vorteil, den hat jetzt hier Kraft 4K. Budmau muss aufstehen. Jetzt sieht er es. Jetzt muss er es eigentlich sehen. Hält es in der... Oh, schade. Jetzt sieht er nicht mehr. Jetzt sieht er nicht mehr. Und das kann es gewesen sein. Alter. M24 trifft. Boah, ist das so spannend. Budmau sieht nichts. Oh, die Zone kommt. Die Zone kommt. Und das war's. Er verliert durch die Zone. Ja, das war's. Perfekt. Gut gespielt. Neun Kills für Kraft. Wow. Haben wir auch Variable X. Not bad. Auch neun Kills. Nicht schlecht. Gute Runde. Gute Runde. Und wir waren wieder 17, 18, 20. Zeigen wir nicht. Das ist doch peinlich. Das ist peinlich. So, jetzt machen wir noch ne schnelle Runde, oder? Ja. Noch eine schnelle Runde? Eine richtig schnelle Runde. Also einmal Schule, oder was? Einmal Schule. Alle Schule jetzt. Alle Schule. Ich will alle in der Schule sehen. Alle Schule? Ja. Wir machen eine ganz schnelle Runde. Ich mach jetzt Create Custom. Könnte aber sein, dass ich euch da unterbrechen muss. Ja. Ja, hau uns dann raus. Sterben können wir ja auch. Sterben ist nicht so schwer. So, jetzt nehme ich auch Rocketdeans TV. Buff. Confirm. Passwort ist Schule. Summer. Warte. Warte. Wir müssen jetzt mal raus. Achso, ich hab... Sorry, sorry, sorry. auch falscher Server gemacht. Musst du noch mal neu machen. Weil ich hab Einser-Teams drin. Das kannst du auch ändern mittendrin. Na, jetzt egal. Okay. Mach ich nochmal neu. A game does not exist. Custom Match. Create Custom Game. Ich kann's nicht schlampig werden, Marco. Das Passwort ist... Groß oder klein? Alles klein. Und zusammen? Alles klein. Nur das erste Wort. Nur das erste Wort. Ich kann's nicht schreiben. Ach, ihr seid so ein Pavanade. The game does not exist. Ja, ist doch noch gar nicht da. The game does not exist. Jetzt ist das drin. Clemens ist schon da. Kick. Warte. So, haben wir's. Warte. Incorrect Passwort. Ach, das gibt's doch nicht. Du hast es mir doch... Ja, ja, ja. Capblock hast du wieder drin, vermutlich. Ist Capblock drin? Ja, klar. Ich bin drin. So. Was ist das jetzt mit dem Bornheimer? Oh, da. Was ist das? Okay. Passwort ist Kakao. Kleingeschrieben. Kakao. Kleingeschrieben. So, und jetzt alle Schule. Elf Minuten haben wir noch. Ich will alle in der Schule sehen. 100 Leute in der Schule. Auskampf? Das wird super. Das wird super. Das wird richtig gut. Wir sagen jetzt nur, dass alle Schule gehen und wir gehen dann ganz woanders hin. So. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen richtig Hilo machen jetzt. Das wird sowieso eine YOLO-Runde werden. Das wird richtig YOLO jetzt. Also das wird jetzt... Eigentlich hätte man ein Military Base machen und so, dann hätten wir auch Waffen gehabt. Nein, die Schule hast du auch Waffen. Außerdem ist es witzig, dann eine Schule zu wenden. Alle in die Schule wollen. Das, was sonst nie passiert wäre. Das wird wahrscheinlich so ein unmöglicher Long-Drop jetzt auch. Schönes Bild geben auf jeden Fall. Kakao ist das Passwort. Kleingeschrieben. K-A-K-A-O. Elf Minuten elf. Go, go, go. Brauchen noch ein paar Leute. Ich will die 100 Leute in der Schule sehen. Das wäre so schön. Ja, komm. Er kommt jetzt. Also bei zehn musst du schon starten, ne? Bei zehn. Bei unseren zehn. Also genau noch eine Minute. Noch eine Minute ist das Ding offen. Und dann geht's los. Dann starte ich auch mit 70 oder 77 oder 79. 80, 80. Na, kommt schon. Kakao. 81, 82. Kakao, das Passwort. Fat Joe ist am Start. Fat Joe? Kennst du den? Macht er noch Musik? Kenn ich. Kenn ich doch. So, 83. Na, noch 20 Sekunden habt ihr. Ich hab geklickt. Hm, 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 hm. Okay. Na, wir kommen. Acht, sieben, sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Ich hab geklickt. Mit 83 Leuten starten wir mal. Okay. Ich bin auch zufrieden, wenn 80 Leute in der Schule landen. Das ist mir auch. Es wird schon bei 40 viel zu voll. Alle aufs Dach bitte erst mal. Das wird jetzt Fight Club auf dem Dach. Mit Waffen? Ne, ohne Schubsen. Mit Waffen ohne Schubsen? Naja. Ohne Waffen. Ich hab jetzt Waffen komplett... Ohne Krassenklocke. Alles ausgestellt. Gibt keine Waffen. Hast du ausgestellt? Timo, Timo, das ist der Einzelne, der hier nichts zu beeindrucken. Gehst du in die anderen Beine? Oh, wirklich? Kann das sein. Wir sind noch zu jung und nativ. Das gibt's echt nicht. Ach komm, Clemens ist auch der Einzige, der vorhin gesprungen ist. Ja? Ach, was für ein Squad. Ist auch schon spät. Ist auch schon spät. Timo und ich haben schon drei Uhr nachts gespielt. Weißt du? Das ist so. Keine Entschuldigung. Na gut, wir springen jetzt. Wenn ich Marco springen sehe, spring ich auch. Ich spring gar nicht. Okay, spring's aber gar nicht mehr. So, alle Schule, bitte. Das wär so schön. Acht Minuten fünfzig haben wir noch. Also egal, wie der Flieger jetzt fliegt. Was ist denn hier los? Wer boxt mich? Ich boxe. Ey, ihr boxt mich? Hallo. Hey, hey. Fresse. Bam. Achtzig Leute sind drin. Ja, da geht nächstes Mal aber mehr. Durch Feuer. So, schauen wir mal. Jetzt haben wir wirklich den ganzen Tag hier PUBG gespielt. Finde ich mal schön. Ah, Aua. Nicht wehtun. Oh Gott. Oh Gott. Krieg ich mich hier. Hm, hm, hm. Mir sieht niemand. La di da. So. Oh, schlechte Verdauung. So, alle Schule. Perfekt für die Schule, der Run hier. Kannst du auch Map offen lassen. Das interessiert jetzt je keinen. Wir gehen alle Schule. Und wir fliegen direkt drüber. Das kann nicht besser sein. Das ist ein Zeichen. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Als hätten die es gewusst. Schule. Okay, raus oder was? Hauptschule. 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 Schule. Komm, wir machen einen. Hauptschule. Wir machen einfach einen Long Drop. Wir machen einen Long Drop. Kommt gerade zum Schluss, wenn alle tot sind. Ja, genau. Oh mein Gott. So, Schule. Ist gleich soweit. In drei, zwei, ein. Schule. Oh Gott, es springt wirklich so viel ab. Natürlich. Schule wurde angesagt. Alle Schule. Nein, Paul. Weiß ich gar nicht. Das ist doch schön. Oh Gott. Das ist doch wunderschön. Alter, was für ein Bild. Ich könnte einen in der Luft treten vielleicht. Ja, genau. Oh, ist denn die so schnell, die Säcke? Oh, da liegt irgendwas. So, Schule. Jetzt fistfights. 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 Oh, hier. Kommt her hier. Oh, ich habe, Leute, Waffen. Ich werde den Runden. Scheiße, jetzt auch schon an der Waffe. Dann runterspringen. Wenn er keine Waffen findet, dann runter. Wenn das Schuhglende frühzeitig vernetzt, kriegt ein Tal. Oh, ich habe eigentlich schon geboxt. Oh. Oh, hat er eine Waffe gehabt? Ich boxe auch gleich im Wirt. Ein Dude. Nicht mich, Mann. Ein Dude. Ich hole einfach ab. Oh, ich sehe nichts. Oh, Gott. Ich habe 5.000 Leute. Ich habe einen ausgenockt. Ich bin aber... Kann ich sehen. Kann ich sehen. Kann ich nichts mehr sehen. Ich habe Moschino. Oh, ich sehe nichts. Oh, da schießt einer auf mich. Jesus. Wer hat denn da schon ein Auto? Oh. Das war ein Erländer. Aber K.O. wenigstens. Da kruscht einer. Hier runter. Oh, Gott. Der hat eine Waffe. Okay, die kriechen jetzt hier alle. Sterbt. Oh, Gott. Lass mich verlieben. Komm schon. Ah, Mist. Der hat mich. Smils. Smils. No. Ach, mich hat es auch erwischt. No, Smils. No. Oh. Not like this. Not like this. Timo, belebt mich wieder. Mann, hast du überlebt mich? Bornheim hat einen getötet. Timo. Ich muss hier loslegen. Timo, ich bin hier. Ach, da bist du. Ja, Mann. Fäden, Dinger. Oh, da ist noch einer. Da kommt der nachgekrabbelt. Kommt der rein. Der will auch wieder belebt werden. Hau ab, du Arschloch. Hau ab, du Arschloch. Oh, wie schön. Ah, guck mal hier. 48 Minuten am Leben. Leg ihn um, leg ihn um. Ich bin seine Sicht herab. Ein paar haben aber nicht Schule gemacht. Ein paar sind in den Bezirken drumherum. Aber sonst? Na, nee. Guck mal hier. Hat der was Geiles gehabt? Die spielen nicht noch mal mit hier. Last Action, Röder und Undermoused und K.Cow. Kick die noch einfach. Sind ein Lipp. Ja, die werden jetzt alle gekickt. Alle, die jetzt nicht Schule sind, werden gekickt. Die haben jetzt noch. Ihr habt jetzt noch 30 Sekunden, um in die Schule zu kommen. Alle anderen werden jetzt gekickt. So nämlich. So muss es sein. Das gibt es doch nicht. Und Mao auch. Ja, die bewegen sich wechseln schon. Rolli-Mann auch. Ja, das gibt es doch nicht. Wir haben Schule gesagt. Auch hier. Nee, Rojok. Das gibt es nicht. Schule. Ich nehme vielleicht doch einen Revolver. Was sagt ihr? Clemens ist im Fall gestorben. Was? Ich wurde bei Fahn. Ach so. Aber, ähm. Last Action, Röder und Undermoused, K.Cow. Das gibt es doch nicht. Ey, da fahren die einfach nur so rum. Was geht ab, was geht ab, was geht ab. Wo ist er denn? Das gibt es doch nicht. Wir haben Schule gesagt. Sind noch welche da, Marco? Es sind noch einige da. Oh, da hinten. Oh, oh. Das sind noch einige da. Aber wie gesagt, das werde ich erst mal Rolli-Mann kicken. Gibt es doch nicht. Bam. Verräter was. Alleine raus. K.Cow. K.Cow, wo ist denn der? Haben gesagt Schule. Alle, die in die Schule sind, werden gekickt. K.Cow, raus. Tschüss. Kommen wir nochmal aufs ganze Team. War das der Richtige? Oder habe ich irgendeinen falschen? Nee, da ist er. Da ist noch einer. Entfernen. Tschüss. Entfernen. Marco ist in seinem Element gerade. Das ist das, was er eigentlich wollte. Wir haben Schule gesagt. Entfernen. Das gibt es auch nicht. Tschüss. Ich entferne dich jetzt. So, Self-Owned. Und Vetter Kaiser haben noch die Chance. Hä, wo ist der denn? War ja nicht hier gerade noch. Na, Vetter Kaiser, sorry. Nee, wir haben Schule gesagt. Vetter Kaiser. Ah, da hinten ist er. Ah, ich sehe ihn. Der kriegt mir meine. Die haben alle schon coole Waffen, ey. Ja, kommen wir gleich. Vetter Kaiser, auch nicht. Ich bring ihn noch eben um hier. So, wo ist denn das Vetter Kaiser? Hier oben. Oh, nix. Nee. Vier Kills. Bam. So, wir sind hier aus. Self-Owned. Auch nicht. Hab ich jetzt schon gewonnen? So. Jetzt haben wir den Rest in der Nähe der Schule schon mal. Drei und so und so. So, Paul Dragon hat noch. Fat Joe, sieh zu. Maximus auch noch hier. Mit Assassin's Glied. Oh. Ich krieg den noch mit meiner Sicher. Jetzt musst du jetzt hier in die Schule rein. Oder in die unmittelbare Nähe. Wir sind fertig. Am Ende. Wir müssen jetzt aufzuhören. Wir müssen leider aufhören. Wir müssen leider aufhören. Man Fight. Yeah. Tschüss. Tschüss. Na gut. Ciao. Schöner Schulfight. Noch 27. Ich hab ihn erlegt. Ja, Mann. Mit das Sichel. Wir machen weiter. Wir machen auf jeden Fall die Runde noch zu Ende. Bis dann. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.